ja jetzt hat er mich angezoomt wie ist meine lieben dampfer raucher nicht raucher und kiffer ein neues fantastisches video steht jetzt an ich werde euch hier vorstellen diesen quadratisch praktischen karton von der firma enge wie ihr hier lesen könnt und was ist in dem karton es ist eine domkamera in dem karton 4 megapixel starke domkamera pan an tilt und vierfach zoom und sie hat noch ein paar features ich so mal raus sie ist eine ganze ecke weg wie ihr seht also hier sitze ich und wir werden gleich hier auf diesem platz da vorne das review video machen und ich werde euch die kamera vorstellen einige von euch werden wahrscheinlich gleich ein deja vu erleben erlebnis besitzen haben ja bis gleich peace und tschüss peace meine lieben dampfer raucher nicht raucher und kiffer ein neues fantastisches video steht an ich glaube ich bin zu groß im bild muss muss man mich so dicht sehen so können die videos ja jetzt auch machen nein machen wenn ich gebe wieder ein bisschen zurück meine lieben abonnenten freunde und solche dies mal werden wollen ein neues fantastisches video steht jetzt an ich habe euch ja versprochen ich stelle noch eine fantastische überwachungskamera vor eine domkamera die seht ihr hier oben ich könnte ja mal ein bisschen dichter da kann ich jetzt wirklich mal ein bisschen dichter ran suchen ja da seht ihr das von der firma enke da komme ich gleich noch zu da muss ich nachher auch noch was zusätzlich einblenden weil für diese kamera habe ich nichts bezahlt die habe ich zur verfügung gestellt gekriegt von der firma enke unglaublich aber ich werde euch nachher die details erzählen und ich werde euch ja auch erzählen warum ich sie euch vorstellen werde was für mich an dieser kamera so interessant war und wahrscheinlich auch für euch interessant werden könnte aber ich habe hier eine ganze die ganze menge zettelwirtschaft ja fangen wir erst mal an mit dem allseits so beliebten smortalk sein ganz hin ja mit dem allseits beliebten smortalk hauen wir uns erstmal einen schluck kirche rein weil das wird wieder ein größerer bocken jetzt an smortalk bevor wir nachher zum review der domkamera kommen sie doch hier das brett viele sachen kommen werden euch da sicherlich bekannt vorkommen also meine stammzuschauer denken warte mal kenne ich doch ja ich habe ich sag nur hier ein also machen wir es mal ein bisschen smortalk wie geht es mal e auto ich war fangen wir das habe ich jetzt mal chronologisch habe ich mir aufgeschrieben er hat auf einen zettel ich war in rennsburg und ich habe seitdem es ist ja so ihr wisst es ja ich lade ja überwiegend AC also mit wechselstrom über die steckdose meine wallbox kommt hoffentlich auch mal erwarten hier an laden ist momentan lieferbar dann lade ich natürlich auch mit wechselstrom in der firma auch und ich hatte ja das bms update wegen die augusti sind ja so ein bisschen kritisch und wahrscheinlich kriege ich einen komplett neuen akkusatz und das auto geschraubt aber das ist alles noch nicht spruchreif dass hyundai wird wirklich an allen modellen mit diesen komischen lg akkus von der firma lg mit akku packs der firma lg die mein auto auch hat weil mein auto in korea produziert worden ist werde ich wahrscheinlich komplett weltweit austauschen also zumindest in korea und noch einigen anderen ländern und deutschland wird da sicherlich keine ausnahme sein ich werde also wahrscheinlich für 27.000 euro neuen akku untergeschraubt bekommen ja aus sicherheitsgründen habe ich wieder neues auto quasi wobei das ja jetzt immer noch neues ist es ist physikalisch jetzt zwei jahre alt beziehungsweise seit herstellung sicherlich zweieinhalb jahre oder vor zweieinhalb jahren wurde hergestellt in der fabrik in korea und der akku ist das teuerste also es ist wie beim verbrenner sozusagen der gesamte motor das ist das teuerste teil an dem auto und das ist also das kostet fast so viel wie das ganze auto und das ist wirklich verrückt ja werde ich wahrscheinlich noch ein akku kriegen aber ich habe ja bei der wartung im januar habe ich eine neue batterie management software update bekommen da wurden die batterien ja gecheckt unter ladebedingungen musste ich daher fast leer abgeben war ja alles in ordnung und jetzt habe ich mal ausprobiert weil ich sowieso in rennsbruck unterwegs war das war letzte woche wo wir einen warnstreik hatten bin in der rennsbruck gefahren hatte da was zu tun und dachte nutzt das auch noch mal aus da war dann auch noch bei den hansewerken ja natürlich der kostenlose ccs lade den habe ich ausprobiert da habe ich festgestellt dass das auto bei 90 oder 91 prozent eine ladepause macht die lade soll bricht aber nicht ab muss er zieht keinen strom mehr und hin und wieder kommt mal so ein ping irgendwie sagt geben wir noch mal ein paar watt so damit die lade soll wahrscheinlich abschaltet in diesen zwei drei minuten denke ich mal für dieses dieses neue update des batterie management system was da noch eingespielt worden ist wahrscheinlich in akku zellen check durch und guckt ob da irgendwelche zellen maus sind und nach diesen drei minuten wenn dieser check wohl abgelaufen ist fängt er wieder an 15 kw zu fordern mit 91 prozent ladezustand das war vorher definitiv nicht so da sind die ladeleistung schon deutlich weiter in keller runtergerauscht und zum schluss waren es dann manchmal nur noch ein zwei drei kw an die 100 prozent oder richtung 100 prozent jeweils ist man da diese diese pause aufgefallen und dass er nach der pause doch recht noch recht anständig leistung zieht das war eine neuerung das kann ich vorher nicht so um das noch mal gegen zu prüfen bin ich war das gestern gestern mich da noch mal nach renn zurück gefahren extra von jeder hingefahren und das noch mal gegen zu prüfen und das noch ganz merkwürdiges passiert also jedenfalls der gleiche kona die stand da und dann kam nachher irgendwann da ich auch nur so eine art live hangout gemacht an die zwei der spannende part hat mein handy nachher die die internetverbindung geklappt von meinem live hangout von youtube live stream so hat mein handy das gekappt und das habe ich nicht mitgekriegt und da ist das ganz spannendes passiert also ich war gerade so am laden habe auf diese 90 91 prozent wieder gewartet um zu gucken ob er wieder diese zwangspause macht ob das wirklich nachvollziehbar ist ja hat er gemacht das interessante war in der zwischenzeit kam ein anderer kona fahrer mit schweizer kennzeichen der kann dann angefahren da wurde den strom haben ja wollte er auch gerne laden und ich war ja schon der kam dann kurz bevor diese zwangspause war nach der zwangspause wohl wieder anfing mit 15 kw zu laden habe ich gesagt weißt du was mein auto ist jetzt bei 90 prozent nimmst du den ccs stecker genau das gleiche modell wie meiner bloß mit 64 kilowattstunden nacko denn nun den ccs stecker ich lade den rest sozusagen bis 100 wenn ich sowieso schon mal hier steht bis 100 prozent daneben mit 7,4 kilowattstunden mit ac weiter an meinem kleinen mini kona mit einem 39 kilowattstunden akku ich habe beim umstecken ccs raus bei ihm rein grün leuchtet beim stecken wo ich ac und die ac ladung gestartet habe leuchtete vorne mein batteriering der normalerweise weiß leuchtet oder grün leuchtet wenn wenn er lädt bzw rot leuchtet wenn er eine fehlermeldung eine kommunikationsfehlermeldung irgendwas nicht in ordnung ist leuchtete gelb ich denke was ist das der kram also er leuchtete weiß ich stecke die stecke rein drück start fängt wieder an weiß zu leuchten geht sofort aus die weiße lampe der ganze gesamte ring war komplett ausgeschaltet er was blinkt am akkusymbol und damit mal war der ring gelb ich denke naja okay ist nicht so schlimm stecken sie ist ein stecker abstecker war verriegelt habe ich nicht abgekriegt mein auto lief weil ich im auto ja den live stream hatte und hatte auch die heizung laufen jeweils heizung lief alles lief das ganze auch lief ich wusste ich kann nicht mal daran ich konnte das aber also um den ac stecker den verriegelten stecker zu lösen muss man beim auto ja abschließen aufschließen und wenn man aufschließt auf die ausschließt funktion drückt dann hat man 15 sekunden lang zeit in der 15 sekunden lang entriegelt und hat mal 15 sekunden lang zeit den ac stecker rausziehen das ist bei dc ladung bei diesen ccr steckern ist das anders wenn man da stopp drückt der wird sofort entriegelt aber ac wie gesagt man muss man aufschließen wenn man einen ac stecker rankommt ja konnte ich nicht aufschließen weil ich konnte wieder abschließen konnte wieder ausschließlich konnte man aber auch nicht mal ausmachen das lief das hat er sich komplett aufgehängt deswegen wahrscheinlich auch dieser gelbe ring da vorne also ganz ganz mysteriös als der gelbe ring war da früh am leuchten am dauerleuchten und ich kann nicht mal ein auto ränder er hat natürlich mitgekriegt und der kamer nachher zusammen gemeinsam auf die idee war einmal es könnte unter einem umstand sein dass man auch nicht mehr reagiert aufgrund dieses gelben lichts aufgrund des gelben lichts und ja ich muss jetzt den stecker irgendwie abkriegen also vielleicht löst sich damit dann ja mein problem also motorhaube auf das auto ins auto rein und raus kam ich ja bloß eben konnte wieder abschließen und aufschließen motorhaube auf und habe ich die notenriegelung weil es lief ja kein strom die notenriegelung ist so orange unter dem jundal logo im innenraum so ein orange den zieht man einfach so ein stück hoch und damit entriegelt man quasi wenn man den stecker reinsteckte mit seitlich in so ein loch und stift reingefahren damit meine stecker nicht mehr rauskriegt und ja mit diesem orangenen up sie wenn man den hochzieht kann man den stecker rausziehen habe ich gemacht und siehe da ich konnte es aber aus wieder ausmachen ich konnte das auto wieder anmachen und so weiter und so fort also zuerst war ich dachte ich scheiße wenn ich mal ans auto reinkommt dass ich mir ausgesetzt das lief ja das man konnte damit nichts machen weil sie ich konnte starten stopp drücken wie ich wollte das aber keine reaktion gezeigt ganz mysteriös man hätte natürlich auch noch die main fuse also das ist noch eine super hauptsicherung die hätte ich das wäre wahrscheinlich das nächste was ich ausprobiert hätte das ganze auto sozusagen stromlos macht aber mit dieser notenriegelung hat er schon funktioniert dann ist der ring nachher ausgegangen der gelbe ring war das war vorne der ring dunkel und dann kam ich auch wieder das auto kann aufschließen abschließen aber anmachung ausmachen alles in ordnung jetzt war eben die frage was ist da eigentlich passiert ich hatte bis 91 prozent ccs geladen der typ kam ja da an fing dann wieder nach dieser zwangspause 23 minuten fing wieder an zu laden und das war für mich das entscheidende habe ich dem schweizer gesagt das auf dem du den ccs ich lade die letzten acht prozent lade ich dann eben mit ac das geht ja flott mit wechselstrom dann hatte ich das mal höher dass ich nicht mehr ans auto rankommen kam und dann haben wir ausprobiert probiert dachte ich war aber probier noch mal ac genau das gleiche phänomen reingeschaut aber diesmal kein gelber ring was ein glück reingesteckt der weiße ring leuchtete auf start gedrückt der weiße ring leuchtet wieder und dann sollte er normalerweise einmal grün werden vor wegen er zieht jetzt strom also von 91 jetzt auf 100 voll dann blinkte vorne in der ladeklappe sind noch ist noch so ein akkusymbol was ein bisschen gestaffelt ist mit leds das blinkte dreimal grün komplett also er zeigte mir vollladung sagte der akku ist voll und das war wahrscheinlich der grund warum er hat sie nicht geladen habe ich habe es dreimal ausprobiert dann haben wir getauscht ich denke hä wieso kann ich nur noch mit 1 bis 91 prozent laden dann hat der schweizer mir seinen ccs stecker gegeben den habe ich wieder rein gesteckt bei mir ladung gestartet ging also das funktioniert er hat er geladen ring wurde grün und er war dann 15 kw ziehen ich wieder die ladung gestoppt ihm wieder den ccs stecker gegeben wieder als sie ausprobiert ging wieder nicht ich denke das kann ja wohl nicht angehen dass er bei mir die ac ladung nicht macht also es leuchtete der ring leuchtete weiß ging aus und dann das akkusymbol also akkusymbol komplett war zwei dreimal blinken ja und im display von der von der ladesautel stand baue ladeverbindung auf oder starte ladung oder eben sowas aber hat nicht geladen ich denke wieso lädt mein auto nicht ac aber dc und dann denke ich warte mal vielleicht ist ja irgendwas jetzt faul oder kaputt gegangen oder wie auch immer dann habe ich den schweizer gebeten sein ccs mal auszumachen sein ccs ladung und das ac was bei mir nicht geht bei ihm auszuprobieren ging funktioniert auch und dann kam ich dahinter dass aus irgendeinem grund mein auto der akku wahrscheinlich schon so voll war dass er keine ac ladung mehr akzeptiert hat aber die dc ladung hätte er akzeptiert war echt super interessant ich dachte jetzt muss ich ja noch den hunderservice bemühen mein auto gebe ich mir aus mit mit laufendem auto sozusagen man hätte ja da drei tage stehen können bis der akku sich leer gelutscht hat also ich zu der katastrophe also irgendwas hat sich daneben in dem neuen batterie management system was eben überprüfen soll dass das auto eben nicht abfackelt hat sich da irgendwie massiv massiv verändert also auch das ab 91 prozent dass er mit so einer hohen ladeleistung da anzieht hat er mit dem alten batterie management system nicht gemacht das habe ich ja nun ausreichend gemonitort die letzten zwei jahre also wieder spannen spannende erlebnisse da in rennsburg gehabt völlig egal die kona fahrer werden unter umständen wissen was da los ist ein bisschen komisch na gut war jetzt auch ein fehler normalerweise wäre der schweizer nicht gekommen hätte ich den ccs kann ich abgesteckt hätte er bis 100 prozent hochgeladen dann bin ich da abgehauen aber gut dass wir es mal ausprobiert haben dass das auto so reagiert hat wie es reagiert hat weil das kann ja das kann auch anderen leuten passieren und mir kann es ja auch wieder passieren das war keine keine so gute idee die ladung dabei 91 oder 92 prozent abzubrechen und dann mit ac weiterladen zu wollen aber das habe ich schon ein paar mal so ähnlich gemacht aber nicht bei so hohen ladeständen wenn ich an der säule bin ich habe schon ziemlich viel im tank drin und da will einer schnell laden soll er den ccs nehmen und dann stecke ich meistens immer um den gedanken hatte ich da ja auch gestern da dachte ich aber echt ich bleibe liegen dass das auto dass sich das auto dabei komplett aufhängen und dass der ring gelb leuchtet das hatte ich noch nie ja mobilität ist manchmal ein bisschen komisch aber trotzdem alles gut ausgegangen natürlich dann noch eine zweite geschichte abruf akku zu einer insel solaranlage jetzt funktioniert das ganz gut ich hatte ja erzählt dass von den beiden akkus ich habe 200 ampere akkus stunden akkus in meiner insel solaranlage dass da einer gestorben ist also das eine akku nach vier viereinhalb jahren jetzt fertig war der zweite akku der vier der ist vier jahre alt weil man das mal überlegen ist der vier ja doch deswegen ein paar monate jünger das vier jahre alt der von winna battery ist das der winna wie 100 oder so was heißt das teil der funktioniert eigentlich noch recht brauchbar ich habe aber festgestellt ich hatte euch an dem einen wie gesagt ich probiere es jetzt mal aus mit einem akku aber wenn ich alle verbraucher laufen habe mein flutlicht für außen meine kamera für außen und den ganzen scheiß mich das alles laufen habt das schafft einfach nicht also da hat er nicht genug reserven wenn jetzt mal zwei drei tage mau ist wenn zwei drei tage regen sind dann kriegt er einfach nicht genug rein und entlädt sich dann relativ flott insbesondere der vier jahre alt ist und sicherlich auch nicht mehr die 100 ampere volle kapazität hat man da wird wahrscheinlich einiges weniger haben von der original kapazität nach vier jahren das data baut zum akku natürlich auch irgendwann hatten aber insbesondere wenn die so hart gefordert werden also habe ich mir bei aus dem internet nicht bei also ich habe mir hier keine gekauft sind ja auch alle zu die geschäfte sondern ich habe aus dem internet bei so einem akku fritzen mir ein divine f5 seht ihr nachher auch noch wichtig das paket auspackt habe ich mit der kamera sozusagen dokumentiert um die performance der kamera zu checken zeige ich nachher also habe ich mir eine neue 100 app 900 app bestellt den habe ich mittlerweile eingebaut jetzt also jetzt ist ein ganz neuer 100 app parallel geschaltet mit einem vier jahre alten 100 app der aber keine 100 app mehr hat das funktioniert ausgezeichnet muss ganz ehrlich sagen also gut so lange läuft es noch nicht das muss ich jetzt mal die nächsten 14 tage beobachten insbesondere wenn jetzt mal wieder jetzt jetzt kommen nämlich die nächsten tage wie so eine so eine phase mit schlecht wetter wie weit der schlechte ragu ist natürlich der vier jahre alter wie weit der schlechte akku den guten akku sozusagen den neuen akku mit runter zieht dann möchte ich das möchte ich natürlich auch nicht betreiben so kann man natürlich auch einen guten akku schädigen wenn man den mit dem schlechten akku zusammen verbindet aber dieser winne akku dieser w100 der vier jahre alter der macht seine arbeit noch ganz gut aber er hat nicht mehr die volle kapazität und über mehrere schlecht wetter tage insbesondere jetzt wo es gerade erst solarseitig losgeht also das schafft er einfach nicht bei voller last jetzt läuft die wieder die volle last mit zwei argus also ich hätte jetzt im prinzipiell 200 ampere unten wieder verbaut und heute hat er sich glaube ich 370 watt stunden also 0,37 quatsch und ab jetzt machen jetzt muss ich mal rechnen warte mal jetzt kann ja so nicht rechnen als 1200 watt stunden 600 watt stunden sind nutzbar pro akku jedenfalls 370 watt stunden hat er sich da rein georgelt also war schon recht anständig also da merke ich schon dass da beide akkus am rödeln waren und jetzt ist es auch halb zwei morgens und die akku kapazität ist also die der müsste jetzt bei ich weiß nicht 12,5 oder sowas volt sein also funktioniert und draußen läuft alles ich habe alle verbraucher volle möhre laufen das haut hin das muss ich aber die nächsten 14 tage beobachten ideal ist es aber nicht ein vier jahre alten akku zu checken ich check das wie gesagt jetzt noch mal die also ein vier jahre alten akku mit dem neuen einzubauen und das dann zu checken also ich probiere es aus wenn es funktioniert ist gut ansonsten wäre jetzt die nächste option ich habe für den 100 ampere akku den f den divine f5 habe ich nur 76 euro gezahlt also denn wenn das jetzt jetzt die nächste woche nicht nicht funktionieren sollte weil der alte akku einfach schon zu fertig ist der vier jahre alter schweiß ich den vier jahre alten akku raus und bestellen und den zweiten für 76 euro dann habe ich darum zwei ganz neue akkusätze laufen also da war ich auch um basteln und tun und machen ja denn das nächste thema ja ich habe mir viel zu erzählen ich mache mal aus und ich bin gleich wieder da bin ich wieder so das nächste thema wäre aktien ich habe ja müssen ich hatte euch ja versprochen dass ich umschichte ich kann euch das ja mal einblenden ich habe verkauft folgende position wo blende ich das eigentlich blende das mal hier ein ich habe da folgende position verkauft das muss ich jetzt aus dem kopf machen ich habe amazon ich habe mich von amazon getrennt beim anständigen gewinn ich habe mich von airbus getrennt beim anständigen gewinn 15 prozent hatte dirk müller premium fonds er ist jetzt irgendwie anders dieser dirk müller premium fonds habe ich 15 prozent miese gemacht den verlust habe ich auch realisiert davon habe ich mich verabschiedet das war auch so meine schmerzgrenze und ich habe mich noch von franco nevada habe ich mich auch verabschiedet also ich habe ein bisschen geld gemacht ein bisschen gewinne mitgenommen ja seht ihr selbst das ist alles sehr anständig gelaufen aber von weiteren positionen habe ich mich nicht getrennt das sind das sind alles denke ich mal qualitätstitel die da dran sind die würde ja den rest wollte ich noch behalten was ist der rest da wollte ich nicht alles verkaufen ich habe ich nur eben von so ein paar titeln getrennt wo ich nicht mehr ganz so positiv für bin insbesondere amazon die ganze fangen aktien das käse also weg damit nach also raus aus dem depot von solchen geschichten und dann habe ich eben auch noch die frauen eier entsorgt was natürlich ein bisschen tragisch war war hier franco nevada okay das war nun auch nicht kein großer einsatz war franco nevadas war eigentlich mehr so ein bisschen zocken das ist streaming and royalty anbieter also der quasi mini finanzieher und der finanzieher bekommt dann von der mine also gibt den geld und sagt dass man auf dafür kriegt eine krition sowie uns ein gold für als aus als als rückzahlung direkt direkt das edelmetall zu einem festen kurs ich sage jetzt mal für 300 oder 400 dollar oder sowas und wenn ihr wisst ihr habt dann der vierter dollar der gold oder gold preis steht man so funktionieren diese unternehmen das ist eigentlich ein relativ gutes unternehmen aber das ist ein 20 mann betrieb und da ist der oberboss der der absolute guru die koryphäe sozusagen in dem bereich der ist zu einem minanbieter glaube ich gewechselt dessen werden der firma tätig und seitdem geht das da kontinuierlich bergab die machen natürlich nach wie vor sahne mäßige gewinne und und richtig profit und also da geht richtig geld über den tisch und obwohl sie so profitabel sind sind sie für den markt eher uninteressant und wenn so eine sohn wer sechs monate nichts macht um sich hin dümmel und immer immer irgendwie in so ein abwärtstrend hatten also ein korrektur trend dann ist das für mich dann auch langweilig na also da muss die weg da muss dann schon was passieren in die richtige richtung nach norden ja also wie gesagt von den vierten habe ich euch eingezeichnet und die dinge habe ich mich getrennt dafür habe ich neue aktien gekauft und zwar die minwerte die laufen ja schon länger nicht nicht unbedingt so prickelnd wie bisschen die die goldminen werden die selber investiert ja ich habe pan amerikan silver und hier first majestic astrein astrein die laufen wie wie es wie solche die teile jetzt die letzten tage sind es auch ein bisschen unter druck gekommen und goldminen richtige echte goldminen anbieter habe ich gar nicht drin und das war jetzt für mich höchste zeit ich habe schon seit seit ein dreiviertel jahr habe ich ein auge auf die diversen goldminen aktien und die waren bisher immer zu teuer irgendwie und dann dachte ich warte da meine schwäche fahrsam und diese schwäche phase läuft schon seit letztem jahr oktober september sagen wir mal seit letztem jahr september läuft diese schwäche phase also die gold obwohl die mördergewinne rausfahren ein mördergewinne einfahren aufgrund auch des hohen goldpreises also sie machen richtig kohle diese goldminen und gewinne satt und erhöhen die dividende wie verrückt im akkord sozusagen aufgrund ihrer hohen gewinne diese machen aktienrückkäufe finden da wohl auch statt aber nichtsdestotrotz auch trotz um diese kurspflege zu betreiben sind einige minanbieter einige goldminanbieter so dermaßen in so einem korrektur trend der absolut nicht gerechtfertigt ist normalerweise müsste müsste müssen diese werte viel höher sein aufgrund ihrer ihrer profitsituation nein sie sind einfach nicht gefragt oder sind sind sie werden vernachlässigt und tendierten zur schwäche und jetzt besonders in den letzten wochen extrem und die sind so weit runter gefallen die die goldminen aktien dass ich da noch zuschlagen was habe ich mir gekauft ich habe mir berg gold gekauft also fünfstelligen euro betrag habe ich da angesetzt bergold habe ich mir geholt kinder aus habe ich mal grunden und b2 gold alles top werte zu einem relativ günstigen preis mal schauen wie sie sich so entwickeln immer gespannt auf die nächsten jahre die will ich auch auf jeden fall halten wie das weitergeht es kann natürlich sein dass sie noch mal weiter zur schwäche neigen und vielleicht noch mal 10 15 20 prozent runter rauschen aber wenn sie noch mal sagen wir mal für 20 oder 25 prozent runter rauschen dann klingelt bei mir die alarmglocke dann kaufe ich nach wie verkaufe ich auf keinen fall für mich war es jetzt so wichtig mir einen günstigen einstieg in top qualitäts goldminen aktien zu sichern doch dann noch ein nachstrahl zu meinem geburtstag im letzten monat ich habe euch eine geschichte und erschlagen und zwar das hier kackende tiere kackende tiere für das lustige ausmalbuch für erwachsene habe ich vom arbeitskollegen geschenkt gekriegt fand er wohl lustig ich soll das ausmalen hier das ist so ein ausmalbuch wo alle möglichen tierinnen sind die da am umscheißen sind wie ihr seht was das alles so gibt es ist wirklich unglaublich und für so ein scheiß geben diese leute auch noch geld aus nach also es ist echt sensationell ja also ich will da drin nicht rummalen das ist einfach nicht mein stil ja fand ich natürlich in dem moment ganz lustig dass es sowas überhaupt gibt aber weiß ich nicht ob man sowas verschenken muss man also dann würde ich sagen wenn er mir sowas geschenkt hätte hier wie sagen wissen ordnung ja das sind so sachen und das ist lektüre das ist wenigstens richtige lektüre wo man auch noch ein bisschen was lernt ihr seht es ja das fand ich auch nicht schlecht also auf solche sachen stehe ich eher nach solche solche geschichten oder hier chartanalyse aber damit chartanalyse braucht man mir eigentlich nicht kommt weil chartanalyse habe ich davon jede menge fachliteratur und hin und her und blau und block und ich habe ja damals auch eigene börsenprogramme geschrieben und vertrieben und nun ja damit kenne ich mir aus mit den ganzen scheiß jetzt wieder neues thema jetzt wieder neues thema ich hoffe wir können noch ein langes motto war ein von euch werden sagen juhu ein langes motto war geile haben wir uns hier noch mal ein bisschen tritop in die birne tritop kirsche auch schön die letzte flasche war himbeere die gelege lutscht hat ja zu einem augen würde ich auch noch ein auto pflege video machen und zwar ihr wisst ja wie ich habe ja mal einmal ein video gemacht wie ich mein auto war ja das mache ich ja also ich fand ich in die waschanlagen bei meinem mit meinem schönen auto sondern das mache ich alles von hand also in der waschbox in der sb box da bin ich jetzt ein großer fan von gewonnen das macht mir auch spaß aber da bin ich natürlich nicht ganz so häufig nichtsdestotrotz stört mich da an meiner vorgehensweise ein bisschen was ich hatte ja ein eigenes video gemacht erst mache ich das mit zum reinigen erst mal mache ich die felgen mit meinem green star dann habe ich da so ein hochdruck strahler sondern so ein reinigungsmittel kehr ich sozusagen das auto ab dann gehe ich noch mal mit den handschuhen wir mal genau das ist sozusagen ab den groben direkt kehr ich sozusagen vom auto runter dann habe ich ja die schaumbürste mit dem schaumbürsten schutzaufsatz und dass das hat mich immer gestört weil dieser schaumbürsten schutzaufsatz dass er so ein schlauch dran und er steht ganz gerne auch durch dieses wenn man ja immer hier von der bürste also über der überdeck der bürste hier sonst den lang verkratzen würde habe ich ja diesen diesen diese schutzhutze diese weiche ja schutzhutze heißt das ding diesen cover darüber gepackt und mein auto schaum ich dann und und ja schaum ich ein und und wir stehen traffic film der der noch auf dem lack ist die wünsche ich damit so ein bisschen runter aber das gefällt mir nicht weil der schlauch der schlägt manchmal gegen den lack das ist alles haptisch völlig bescheuert und dann nachdem ich das grob gemacht habe versuche ich auf dem auto ein bisschen schaum zu verteilen sozusagen von der bürste und genau mein waschhandschuh darüber und macht es noch mal von hand den lack also dass man der bürste dass das will dass das gefällt mir irgendwie das finde ich doof das will ich ersetzen und was habe ich habe ich jetzt ein bisschen geguckt was kann man also machen da gibt es ja diese pump sprühe wo man sonst no form also so schön schaum aufs auto ballern kann sowas werde ich mir bestellen und dann wie ist denn hier dann meine reihenfolge also ich werde erst mal das kechern der erste schritt mein erster euro dieses abkechern mit dem reinigungsmittel das werde ich weitermachen um den ganz groben dreck runter zu holen der erste schritt wäre dann wenn ich nach dieses doof um sprühe habe erst mal mit green star die felgen dass das ein bisschen einwirken kann 34 minuten und dann werde ich mit meiner schaumkanone wird man der pump kanone will ich uns auch umgehen das ganze auto weiß machen mit schön reinigung schauen dass er sich in drei minuten einwirken lassen damit der dreck angelöst wird und dann werde ich mit dem reinigungsmittel mit mit dem kärcher und dem reinigungsmittel die sind diesen wichtigen zeug will ich das auto und den schaum weg kärchern ja dann schon mal das ganz ganz grobe weg so und dann würde ich noch mal die handwäsche beginnen ja und die handwäsche mache ich ja so mit meinem schaum sprühe die ich wieder ums auto macht das auto weiß und nimmt dann nachher meine meine reinigungs waschandschuhe und werde den traffic film komplett mit der hand das geht viel schneller und viel schon da als mit dieser komischen bürste welchen traffic film sozusagen anlösen und dann werde ich mit klar mit dem klarspüler will ich dann rumgehen und den ganzen kram abspülen dazu brauche ich natürlich so ein pumpspüler da habe ich mir da habe ich mir dass das kommt jetzt alles von gloria die fm 30 das ist ein 5 liter eimer aber nur mit drei liter nutzfassung mit drei liter fassungsvermögen 3 liter fassungsvermögen und von sonax zum speziellen active foam dingsbums aus der profiline bestellt und noch ein druckluftanschluss beim überdruckventil das stelle ich euch vor ihr könnt gestaut sein erstaunt sein was danach kommt ein druckluft also das überdruckventil ich ausbauen und gegen einen von gloria ein kompressor anschluss austauschen und dann habe ich mir in china nezien eine ziemlich abgefahrene druckluftpumpe zum druckluftpumpsystem geholt nicht so nicht so ein schrott also das ist schon was besseres mit 30 liter pumpleistung pro minute also das ding geht richtig hart ab und ja das will ich dann alles zusammen nutzen weil ich auch keinen bock auf diese dusselige pumpe habe sondern soll diese pumpe machen die sagung pumpe dass ich denn nur noch mit meiner lanze das hat die lanze zum spiralkabel wo ich denn da ganz gemütlich mein auto weiß machen kann wie ich dann nachher einzelne vorgehen das werde ich alles für euch dokumentieren und euch zeigen da war ich noch mal neues video also ich optimiere mein auto waschen sozusagen und kombiniert das angenehme mit dem nützlichen und dann ist natürlich auch wieder ein bisschen bastelei dabei also das ganze ist im zulauf da mache ich auch mal ein eigenes video eher zwei videos einmal muss ich euch dieses pumpsystem vorstellen wie man es umbaut und auch mit der akkupumpe aber das kann ich erst dann machen wenn alles da ist und dann zeige ich euch nachher wie ich dann in der in der sb waschbox vorgeht weil dann kostet mich das auto nur noch na gut okay diese pump dinge hauen und dieses akkupumpsystem das kostet natürlich auch geld aber so würde mich das auto war schon noch zwei euro kosten einmal muss ich da mit dem mit dem sprühe rüber geht hier mit dem kecht das auto ab mit dem reinigungsmittel da drin und ganz 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 zum schluss wenn ich mit einem fertig bin dann gehe ich noch mal klar spüle rüber also zwei euro zwei durchgänge werden das dann nämlich dann zwei euro kosten aber ich nehme da doch noch mal ein bisschen geld in die hand und das noch ein bisschen schoner ein bisschen optimierter zu machen die autoreinigung da habe ich dann auch großen spaß und also immer wenn ich mein auto mal waschen so häufig ist es ja eigentlich nicht vielleicht habe ich dann noch mehr spaß und dass ich sie regelmäßig macht dass ich dann sagt okay alle vier wochen gehe ich mal waschen also alle fünf wochen oder so jetzt lasse ich es doch ein bisschen schleifen weil ich dann doch noch nicht so zufrieden bin also es macht mir also zumindest dass mit dieser bürste das finde ich blöd hat mich schon immer gestört auch das erste mal das nervt mich einfach nur dass ich da muss ich eine lösung befinden habe ich jetzt mir erdacht ob das wirklich gut funktioniert wir werden es erleben und ich will das dokumentieren euch zeigen und dann will ich auch sagen da kommt also auch noch was dann habe ich noch was zu meinen das hätte vielleicht einige von euch interessieren ihr kennt es ja ich habe einmal den f9 hier und den d9 von dreamy wie ihr seht dreamy mein staubsaugroboter ihr seht ihr das ist auch ordentlich staubig und der hat schon richtig hart dreck im dreck gefressen werde der einsatz hier ist nicht mehr drin jetzt zeige ich euch gleich also der ist der ist hier ganz fleißig am rumroboter also echt voll ein geiles laser saugroboter modell also der gefällt mir der ist noch ein bisschen effektiver als der f9 vor allem den kann ich auch im dunkel mit treiben und das mache ich auch also der ist immer frei dass hier dunkel das sind alle alle zimmer alle lichter aus denn dieser navigiert er hier so durch und macht mir die gesamte etage und unten habe ich ja den f9 das funktioniert auch aber das der muss dann das überlaufen da braucht doch ein bisschen licht das einzige unterschied sozusagen und der ist deutlich schneller als der f9 ja da war ja nun bei dem d9 bei dem dreamy jetzt muss ich noch mal die kameraden bei den dreamy d9 hier mit dem laserturm wie gesagt ausgezeichnet da war ja das problem da hatte ich euch ja versprochen dass ich sag mal auf diese ganzen teile die die am f9 diese bürste hier das ist alles kompatibel unten die große bürste ist kompatibel das einzige was nicht kompatibel ist waren die filter war der filter hier der hebafilter der hebafilter im f9 und in dem d9 unterscheiden sich der hier in dem d9 der ist ein bisschen kleiner weil der tank auch ein bisschen kleiner ist um 30 milliliter also den hebafilter die ersatzheber filter für mein f9 kann ich hier nicht in den d9 einsetzen und da hatte ich euch ja gesagt und ich habe auch schon einige zuschriften gekriegt perle hast du schon aber hier wir haben auch alles bestellt aber eben diesen filter gibt es nicht und die filter dies für den d9 gibt die passen nicht weil das sind einfach f9 filter da müsst ihr im hinternet echt aufpassen also da es gibt nur ein 1 ich habe einen einzigen anbieter weltweit gefunden der diese filter anbietet und hier sind sie ich habe sie gekriegt ich bin wahrscheinlich der erste in deutschland der die ersatzfilter hat aus china und zwar ihr seht es ja auch schon an dem namen der ist eigentlich gar nicht für den d9 das ist für das modell chaiomi truber heißt er der charlie truber sie diesem modell zum verwechseln ähnlich es ein bisschen anders aufgebaut aber vom laser turm das ist also wird man könnte man fast sagen das ist der gleiche aber man muss schon genau hingucken hier diese sensoren hier seitlich hier ist also ein sensor der fehlt dem truber und da oben nur zwei knöpfe irgendwie aber ansonsten die sehen die sehr baugleich aus und dass diese für den truber die könnt ihr ich halte euch das mal her die könnt ihr dann nehmen das ist der hepa filter ich nehme den hier mal raus das ist doch genau für das muss ich müssen aufpassen dass das ist natürlich hier was ich da an staub und dreck drin sammelt das ist wirklich unglaublich so ganz feiner staub also noch feiner als mehl und manchmal auch gemacht und das ist alles chinesisch hier wie gesagt hier sind diese beiden filter drin das sind die filter die beiden neuen so jetzt nicht mal den gebrauchten hier raus ohne sicher so sehr staub und krümmel und ihr seht es schon wenn ich sie hier so nebeneinander halt jetzt mal nebeneinander das ist der gebrauchte könnt ihr vielleicht sehen irgendwie und das ist der neue also ihr seht es schon an der farbe den kann man natürlich auch ausfaschen genau das ist der neue einer der neuen und das ist der alte und wenn ich sie so nebeneinander halt ihr seht so nicht so macht ihr seht die dinger sind baugleich bei dem f9 die sind ein bisschen höher die passen nicht das muss ich das hier wieder einbauen staub ich auch schon wieder rum so und jetzt habe ich das hier in den staubsauger rein und hier drin sind die auch schon wie schädig der ist ich muss ich mal wieder sauber machen für das mir ganz genau hinguckt dann sieht man das ein bisschen wie verdreckt er schon ist noch was der hier schon an dreck gefressen hat das ist unglaublich dann habe ich den ganzen kram hier rein mit dem heber filter also wirklich ganz toll der macht richtig toll sauber bin sehr begeistert glaube zu jetzt kann ich ihn wieder einsetzen also ich habe meine fehler bekommen habe ich bei aliexpress bestellt habe da lange gesucht ist ich habe nur ein anbieter gefunden der bietet diese filter auch an steht aber auch auf der seite drauf wenn ihr weiter unten liest lest dass die heber filter nicht in f9 passen dass die für den d9 sind ja klar weil das für das modell truwe ist nach von shayomi aber dieser staubsauger kommt ja auch aus dem shayomi konzern also gut sie nicht ganz so viel also jetzt jedenfalls habe ich zwei ersatzfilter mehr braucht man auch nicht weil der filter die eben gerade gesehen hat den gebrauchten den wenig der klar nach einem halben jahr muss ja mal sauber gemacht werden dann haue ich da neuen filter rein und den alten filter den wasche ich unter wasser wasche ich den vernünftig aus und dass den trockenen und dann kann ich ihn wieder einsetzen also sind keine werkwerfer artikel kann man klar kann man wegschmeißen und die waren auch nicht ganz billig dafür die beiden habe ich glaube ich acht oder neun dollar bezahlt für zwei filter diese beiden teile kosten neun dollar finde ich finde ich echt teuer aber wie gesagt sie sind recycelbar wenn man kann sie ersetzen und ist wirklich alles das scheint originalteile zu sein schaut hier da steht es auch noch ein chinesisch drauf und diese schriftzeichen sind auch immer in dem original als ich habe die beiden wirklich genau verglichen ich habe da keinen unterschied erkannt das scheint original ersatzteile zu sein also keine nachbauten von irgendwelchen china buden das scheint original ersatzteile zu sein dreamy trading natürlich klar steht ja hier auch hersteller ja genau da hier seht ihr das hersteller sehe nach das sind original ersatzteile aber eben für den truwe der bei truwe heißt er bei xiaomi und hier ist halt d9 und sie es gibt da ein paar kleine unterschiede was die sensorik angeht aber ansonsten sind die ziemlich identisch der truwe hier glaubt er wird hier in europa nicht verkauft also die könnt ihr nehmen wie gesagt so sieht die webseite aus lasst euch da nicht täuschen die filter die auf dem bild zu sehen sind sind die filter von dem d9 aber wenn ihr weiter runter scrollt dann seht ihr dass das die richtigen dass das die die kleineren und filter sind und vor allem steht das auch eine artikelbeschreibung drin und das interessante ist bei dieser webseite wenn ihr auf diese filter klickt die filter klickt oftmals nicht anklickbar weil wenn die verfügbar sind sind innerhalb von einer woche oder von vor ein paar tagen sind die wieder ausverkauft dann muss der anbieter dieser webstore der muss dann der bei aliexpress verkauft dann muss wahrscheinlich wieder neue ordern wenn er wieder neue da hat denn stellt er das wieder aktiv dass man wieder nachbestellen kann also stellt euch die ein paket zwei stützen da drin wunderbar haben wir das auch abgehakt ich habe euch das versprochen dass ich danach suche ich habe das auch schon unter dem d9 video habe ich das auch verlinkt die webseite könnt ihr dann auch unter dem d9 video dann nachgucken oder den link anklicken vielleicht auch unter diesem video ich habe das vielleicht auch noch unter dieses video habt ihr das dann habe ich natürlich noch viele viele sachen und projekte aus china im zulauf eins von diesen projekten ist das hier weil wir mal gucken ja ja genau als von den projekten ist das hier was als projekte also ich habe hier für mein ganzes mein sammelsurium hier ich habe ja noch jede menge festplatten halb halb terabyte 320 gigabyte 160 gigabyte festplatten es hat festplatten so das ist glaube ich nur 100 mit 320 also die hier das eine 320 die so aus festplatten die aus laptops ausgebaut werden und da kommt ein ssd rein und da hat man hier die festplatte aber das ist ja zu schade um den schrank schimmeln zu lassen also dachte ich mir noch mal so einzeln rumliegen bringen solche festplatten ja auch nichts an diese zweieinhalb zoll es hat platten wenn sie im schrank liegen wenn sie nicht benutzt werden das doof also dachte ich mir schön wäre natürlich wenn ich da jetzt ein usb 3.0 3.0 gehäuse hätte habe ich mir bestellt und zwar sieht das so aus wenn man es kriegt so sieht das ganze aus und so sieht es aus wenn eine festplatte drin ist wir können ja gleich mal eine einbauen wenn wir da Bock drauf hatten das ist hier usb 30 haben ja schon ausprobiert funktioniert erst mal was kostet dieses gehäuse das kann ich mir sagen ich habe mir das eben aufgeschrieben dieses hdd case kann ich noch ans geht schon machen das gibt es auch als usb 2.0 variante usb 2.0 würde ich nicht machen also holt euch dann gleich die variante mit usb 3.0 wegen speed auch ein bisschen also bei usb 2.0 da könnt ihr jedes bit mit handschlag so halbwegs begrüßen also habt ihr gesehen dass das usb 2.0 und die usb 2.0 war im variante die kostet nun 1 us dollar und das teil hier kostet 2 us dollar 7 ich habe dafür bezahlt für ein gehäuse 2 dollar 7 da kommen aber noch zwei dollar 50 versandgebühren noch dazu lächerlich das ist das hat mich 1 euro 72 gekostet so wie funktioniert der einbau ich kann euch das ja mal demonstrieren übrigens das video ist dreht sich um die überwachtungskammer da kommen wir nachher darauf zu sprechen welche bauen wir mal ein paar die 320 ein ich schenke mal runter mit euch und zeige euch mal wie das ganze funktioniert für 1 1 euro 72 also wirklich völlig verrückt so packen wir mal aus das kabel usb usb 3.0 kabel hier ok das ist müll und da haben wir hier das gehäuse das gehäuse ist ein bisschen dicker als die festplatte hat den vorteil es nimmt auch dicke festplatten auf hat diese diese festplatten gibt es ja auch noch eine in der bauform ein bisschen dicker ja so das ist einfach dass das einfache standard gehäuse hier das kabel kommt dann hier hinten rein also wenigstens festplatte drin wäre das kabel hier rein machen wir aber nachher und wie macht man es auf ihr seht hier vorne so eine nase und wenn ihr diese nase eindrückt könnt ihr den deckel hoch klipsen das ist alles ein bisschen so verklippst genau so dann habt ihr hier das ist das gehäuse kann ich mal nicht daran gehen ja das ist ja nicht viel drin das ist einfach nur ein kunststoffgehäuse mit elektronik so und eben den den anschluss für die festplatte sondern über die festplatte packte hier rein ein bisschen heiß kleber hier damit dass damit das auch hält man immer die festplatte drückt ihr haben ein kurzer rückte hier rein jetzt vernünftig angeklipst sie selbst schon hat sich das hier gelöst also ist nicht das ist nicht tragisch das ist nicht wichtig ich mache das immer so dass ich so rein schiebt und so schiebe ich das dann rein und ihr seht schon das ist denn das sitzt hier genau stramm drin da kann sich ja auch gar nichts weiter verändern deswegen ist es auch egal ob die festgeklebt ist oder nicht aber die haben sich festgeklebt damit wird es nachher der verpackung nicht rumfliegt sondern wir haben den deckel den setzt man hier wieder rauf verklippst das ganze und schon hat man seine festplatte montiert dann nimmt man aber das kabel steckt das hier hinten rein mal gucken wir rum so nun haben wir unsere externe externe festplatte kann man in der fernsehpackung zum aufzeichnen von fernsehsendungen und wenn der fernseh das beherrscht oder irgendwelche sachen filme rauf kopieren und seine media box ran knallen oder an seine fritz box knallen als zusätzliche zusätzlichen speicher als nas server funktioniert die fritz box hier auch so könnte man sowas natürlich auch realisieren und so eine festplatte ist natürlich wesentlich robuster als als eine sache als ein usb stick also die wird ewig halten und usb-stick immer kaputt durch die ganzen schreibt zugriff wenn ihr nur lesen haben usb stick zugreifen ist das alles egal aber wenn ihr auch viel schreibt auf dieser platte dann ist sowas eigentlich ideal so dann habe ich dann sozusagen wieder nach oben wieder zurück so jetzt habe ich zwei festplatten hier ist dass ich jetzt eine halbe terabyte platte drin recycelt halbster weiter hier noch mal jetzt in 320 eingebaut wie gesagt die gehäusekost das funktioniert erst rein funktioniert super habe ich natürlich ausprobiert das muss ich nachher noch ausprobieren ob die platte in ordnung ist dann mache ich noch mal platten check gehe ich aber ganz fest von aus die war auch im laptop drin ja also wunderbar für 1 euro 76 habe ich jetzt festplatten es ist auch offenbar zu einer firma wenn wir irgendwelche sachen austauschen wie auch immer kann man die bilder geben hin und her die haben keine usb sticks und sowas zu suchen dann nehme ich aber so eine platte dann ist es darauf gibt demjenigen dass unser hier kannst herunterziehen damit kommt ihr dann klar also dass man anschließend das kriegen die sicherlich hinten stecker reinstecken usb und vorher frei wird das ding natürlich als wechsellaufwerk erkannt am pc überhaupt kein problem ja habe ich mir geholt auch bei aliexpress link findet ihr könnt euch einblenden unter dem video wenn ihr da interesse daran macht also direkt da die verpackung brauche ich nicht mehr dann habe ich ja natürlich noch millionen die zu millionen akkus das war nämlich das nächste thema millionen von meinen 10 millionen akkus die ich alle kategorien katalogisiert habe dass die restkapazität angeht alles gute gute akkus so aus laptops ausgebaut und da dachte ich mir war mal da gibt es auch coole vier akku und sechs akku gehäuse die will ich auch zeigen die kommen ein eigenes gehäuse rein als power bank kostet auch nicht viel mehr kostet auch ein paar euro dann hat man eine wunderbare power bank die gut aussieht und gut funktioniert mit allen möglichen features zeige ich euch wenn die sachen da sind wenn sie vernünftig getestet sind und das habe ich jetzt auch abgehakt für das plattengehäuse wie gesagt ja trufe hatten wir es nur von mir ja sind wir eigentlich so was durch mit dem für den smart park denke ich mal ja wollen wir zum richtigen video kommen ja kommen wir zum richtigen video bezogen beziehungsweise bevor wir das machen ich sehe gerade habe schon mir so viel gelabert ist es ein riesiges motor part bevor wir zum produktvideo kommen mache ich mal die Kamera aus und wieder an und dann geht es richtig los da sind wir wieder das war wieder die halbe stunde voll gelabert so jetzt habe ich soweit alles hier vorgestellt smalltop part ist jetzt abgehandelt jetzt muss ich hier oben warte mal wo ist das ich glaube hier oder da mal überlegen ich glaube hier ist das logo unter das logo muss ich jetzt was einblenden und zwar das wort werbung das muss ich machen weil das rechtlich wichtig ist ihr kennt meinen channel ja ich kaufe mir alles selbst also ich wenn mich etwas interessiert dann kaufe ich mir die sachen wenn ich die für gut befinde wenn die scheiße sind die schenke ich sie zurück weil wir wirklich auch nicht behalten und wenn es manchmal auch sagen aus china sind im zweifel verschenke ich die oder schmeiße sogar weg dann stelle ich die gar nicht erst vor wenn die so möglich sind so jedenfalls ihr könnt euch erinnern und zwar vielleicht könnt ihr euch erinnern und zwar habe ich mal ein video gemacht von der emphys kamera letztes jahr im sommer habe ich eine enphys kamera eine dom kamera vorgestellt das modell ptz ip 204wx 4i er von der firma entwis das ist eine higwischen kamera gewesen und zwar die dds binde strich 2d 2a 404w binde strich d e3 jeweils war die emphys baugleich mit der von higwischen so nun hatte ich ja vielleicht erinnert ihr euch noch einige sicherlich mal von der firma enke eine geile kamera vorgestellt mit einem mit einer beleuchtung aber keine infrarot beleuchtung sondern einer mit einem ganz normalen beleuchtungsmodul die so empfindlich war night chroma system wieso empfindlich war 4 megapixel kamera die mich absolut begeistert hat also habe ich ein review gemacht das war das war mal ein modell was sie spannend fand was ich unbedingt ausprobieren musste und von mir echt zwei daumen hoch bekommen hat die firma entwes hat dieses video gesehen nicht entwes die firma enke hat dieses video gesehen von von der enke wie hieß die kamera die enke bullet kamera nc 400 hat das video gesehen fand das so gut und hat gesagt das mal auf er hat mir eine e mail geschickt und hat gesagt das mal auf hier hast du interesse so eine ähnliche kamera vorzustellen und zwar die enke cz 400 so ist die cz 400 und habe ich mir die angeguckt auf der webseite erst mal auf der enke webseite habe ich mir angeguckt von die spezifikation durch gewesen denke ich super interessant ist das unter umständen genau die gleiche wie die ent ist die schon sowieso so geil fangen oder es ist sogar noch ein verbessertes modell wo die firma irgendwie anders ist ob es da irgendwelche unterschiede gibt würde ich ganz gerne mal testen wollen also habe ich zurückgeschrieben ja klar mache ich ein review und dann haben die gesagt okay dann stellen wir dir die kostenlos zur verfügung ich werde dafür nicht bezahlt ich habe kein geld bekommen aber ich muss jetzt hier werbung einblenden weil sie mir zur verfügung gestellt worden ist ich habe dafür kein geld bezahlt für die kamera sie wurde mir zur verfügung gestellt und sie kam in moment sie kam in diesem karton diesen karton kennt ihr auch noch von der empfes diesen karton kennt ihr auch noch von der empfes also das ist also richtig spektakulär viel steht hier eigentlich nicht drauf nach hier stehen und praktische daten drauf also ein blauer karton genau die gleiche größe wie die ent ist denke ich nach die gallichhütte trapsen ist das unter umständen vielleicht sogar das gleiche werbung leuchtet jetzt hier ja habe ich nichts bezahlt das ist die kamera und ist mir schon auf der website aufgefallen auch von spezifikation ich denke moment die sieht genauso aus wie die higwischen die sie genauso aus wie die ent ist ist das unter umständen genau ein identisches modell ob es das wirklich so ist dass wir im laufe dieses videos erfahren ja so sieht das ganze aus auf das end das video gesehen hat der kennt auch diese ganze kabelpeitsche dass das ganze gedöhnt ja dumm kamera was ist das für eine dumm kamera also wie gesagt ich denke aber die kamera zur verfügung gestellt was kann diese kamera wenn sie so wäre wie die entwirst ist das natürlich ein die hat aber zwei sachen wie bei der entwicklung nicht so nicht so gut gefallen ansonsten ein absolut potentes system diese kamera diese dumm kam die dann so irgendwo montiert wird ja was kann diese kamera und was kostet sie kommen erst mal zu den kosten diese kamera oder noch mal zurück diese enkel kamera dachte ich vergleiche jetzt noch mal auf der entwes seite wo ich von entwes ja schon das video gemacht habe entwes bietet die gar nicht auf der webseite an diese kamera und bietet für andere modelle an entwes bietet sie aber noch bei amazon dann habe ich gesehen was wahrscheinlich nur irgendwelche reste ich weiß nicht ob die kamera ausläuft oder ob dieses system ausläuft zumindest bei entwes läuft sie aus und wurde ersetzt durch andere systeme durch noch potentere und noch teurere systeme was kostet diese kamera von enkel diese kamera kostet haltet euch fest 259 bei amazon 259 euro 49 für so viel geld würde ich die mini kaufen wollen wenn ich die am besten nicht kennen würde oder so also ich würde sie mehr für solche geld nicht kaufen ist mir einfach zu teuer allerdings bei amazon jetzt wird es wieder spannend bei amazon gibt es ein rabattcode 20 prozent auf dann landet man da wenn man es kaufen würde bei 207 euro 99 ist auch noch eine menge holz aber in der anbetracht der leistungsdaten ist das absolut gerechtfertigt aufzüglichen higwischen es werden wir erleben jeweils läuft darauf eine higwischen software und wir gehen nachher mal durch und dann sehen wir ja ob es das gleiche ist da will ich nicht vorgreifen was kann diese kamera was ist das dass er die besitzt ein ein drittel zoll omnivision progressiv scan cmos sensor also sehr guten sensor bietet 25 frames pro sekunde als man kann also die überwachen dass wir mit 25 filmes pro sekunde übertragen man was er möchte in einer auflösung von 2560 x 1440 pixel das ist schon gewaltig das ist die gleiche auflösung wie bei der bullet kamera von von der firma enkel die ich schon vorgestellt habe oder eben die enkel ist es genau das gleiche man kann natürlich auch andere auflösungen nehmen zum beispiel voll hd 1920 x 1080 oder hd 1280 x 960 oder eben 1280 x 27 das wäre dann die hd war ja den 4 zu 3 würde er das bild beschneiden und normal hd halt dann bietet das system noch video könnte ich ja mal hier so rüber gehen oder ich bleibe ich einfach damit es ja egal denn video kommt kompression das volle spektrum h 264 h 264 plus h 265 und h 265 plus also brutal alle aktuellen video standards werden sozusagen unterstützt oder können genutzt werden die video beträgt von 32 kilo bbs bis 16.384 also bis 16 mega bbs geht das hoch also ich brutal also das sind datenraten also die treiben so weit manches netzwerk wenn man da ganz viele kameras und laufen hat schon so an die leistungsgrenzen also wirklich mit brutaler bandbreite kann die kamera fahren hat eine linse von 2,8 12 mm linse vierfach optischen zoom und 16 fach digital so digital so empfinde ich nicht ganz so spannend das interessante an der kamera wenn ihr hier so reinguckt seht ihr hier es ist eine pan und tilt kamera kommen wir gleich noch zu also alle taktischen daten sprechen für sprechen für eine ampus besonders für die minimale helligkeit wo die kamera betrieben werden kann in farbe ist 0,005 lux also die kann im dunkel schon relativ gut gucken finde ich aber nicht ganz so günstig habe ich getestet man muss mit infrarot arbeiten außer man hat natürlich außen noch eine beleuchtung die ganze nacht leuchtet für nachts denn könnte man auf das infrarot was man auch ausschalten kann könnte man da verzichten hatten es ist sehr licht stark stark f 1.6 ag ag cs im schwarz-weiß modus ist die empfindlichkeit bei 0,001 lux also wirklich brutal ja das ist das gleiche wie weit ist angel of you ist hier 33 bis 100 grad im weitwinkel also das sichtfeld also ein sehr sehr großes sichtfeld 33 bis 100 grad das hat natürlich auch mit dem zoom nachher zu tun vertikal also in der höhe 18 bis 53 grad weitwinkel tele und das diagonale fällt wäre denn 37,5 bis 119 grad im weitwinkel tele pv movement also spricht das ptz movement also sie können ja drehen und schwenken 330 grad also hat hinten nur ganz kleinen toten winkel also 330 eigentlich hat sie gar keinen toten winkel was man kann sie nicht komplett drehen also man kann sie um 300 360 grad wissen wir ja es ist ein kreis 330 grad kann man sie drehen und sie lässt sich um 90 grad schwenken 90 also tilten lässt sie sich bis 90 grad also man kann eine komplette rundum überwachung durchführen mit dem teil die geschwindigkeit des schwenkens sowohl vertikal als auch horizontal ist natürlich auch konfigurieren von 0,1 grad pro sekunde also ganz langsam bis 100 grad pro sekunde in einer sekunde macht das denn schwenkt das ding um 100 grad ist das kann richtig schnell werden nummer anzahl der ich habe ja die spezifikation in englisch hier vorliegen anzahl der infrarot leds sind vier stück zeigen ich habe nämlich den deckel schon abgebaut und diese idee hier 1 2 3 4 das sind die nachtsicht infrarot leds da sage ich auch noch was so dass es wäre ein kreditpunkt finde ich an der kamera für innen super für außen für weite entfernung nicht gut geeignet deswegen habe ich ja auch schon mein flutlicht liegen genau das gleiche wie bei der endwiss aber ich will ja nicht vorweg greifen night vision distance viewing distanz sind 20 meter also 20 meter ist schon sportlich also diese kleinen leds insbesondere wenn sie jetzt über kopf hängt also wenn sie jetzt so hängen sollte und zum beispiel in die richtung zu euch würde dann ja mal da eine led leuchten und da der led in diese richtung gehen und die anderen beiden leds die jetzt zu mir gucken wir würden ja eher diese ecke hier ausleuchten sie selbst hier würden hier zu mir leuchten das heißt also klar und wenn man sie irgendwo mit ich irgendwo hin hängt würden sie natürlich ein raum prima wenn sie jetzt mit ich in den raum mitte positionieren würde an die decke würde daran natürlich homogen ausgeleuchtet werden aber wenn ihr so schön über der eignungstür habt habt ihr immer zwei leds zwei rot leds die die nacht zum tag machen 20 meter das wird nichts 20 meter da braucht ihr zusätzliche beleuchtung kostet nicht die welt 45 dollar kostet ein teil wirklich gut stelle ich euch nachher noch vor zeige ich euch noch also so weit muss so was müsst ihr da verständnis für haben dass ein solches system nicht 20 meter 20 meter weit die nacht zum tag machen kann 20 meter klar logisch es hält auch in 20 meter ein bisschen auf aber das ist so minimal dass es einfach nichts mehr bringt und wenn man damit vielfach zum rein so dann fängt es an zu rauschen kann man natürlich auch noch einstellen aber das sieht nachher nicht mehr schönen ausnahmen also details gehen dann doch schon eher verloren aufgrund der schwachen beleuchtung situation im infrarot bereich na ja image also bild verbesserer 3d neues redaktion ist ein worden hlc es regional exposure exposure und regional fokus also man kann man kann an den link alles einstellen und weite in amerika das teil natürlich auch eingebaut 120 db echtes weit dynamik range als protokolle wird der onwiff standard wird natürlich bei der kamera unterstützt was natürlich wichtig ist um die kamera in alle drittparties software systeme in digitale video recorder einbinden zu können also diese kamera kann man überall einbinden natürlich auch missionology surveillance station mit einem hick wischen preset vor kein problem aber wenn ihr kann nicht wischen kann jetzt die neuliche jacht zu weitern station und immer hier digitalen video recorder oder irgendwelche ist spezial so verlaufen hat kommen sie ganze wochen also können sie ganz normal in diese systeme einbinden über das onwiff protokoll empfehle ich immer dass ihr solche systeme kauft die im onwiff protokoll haben haben nicht alle viele kameras unter 100 euro haben sowas schon gar nicht und dann habt ihr echt ein problem damit dann könnt ihr die kamera ich nur nur lokal benutzen mit dem handy darauf zugreifen das war's noch also sie können sie nirgendwo vernünftig einbinden und das ist eine profikamera die in professionelle systeme meiner meinung nach reingehört warum das so ist das werde ich euch nachher erzählen gesichtserkennung hat sie natürlich auch sie alarmiert dann auch nur dann wenn ein gesicht erkannt ist zum beispiel auf dem erkannt wurde zum beispiel auf dem smartphone also sie alarmiert nicht wenn irgendwie bewegung im bild ist sondern auch das kann man einstellen in der firmware in den einstellungsdialogen da kommen nachher noch zu wenn ein gesicht detektiert worden ist dann haut er ist ein alarm raus noch also nicht wenn eine katze oder ein pferd und ein elefant vor der kamera längs wackelt er erkennt er kein gesicht sondern so ein menschengesicht sozusagen gesichtserkennung hat er auch ihr kartfilter muss er natürlich haben weil im infrarotbereich nachts muss der kartfilter natürlich aus der optik ausgeschränkt werden hatte natürlich logischer und das überwärter wieder eingeschränkt damit die farben der stand der bildqualität topien kommen nachher noch zu audio ein er hat hier die kamera hat hier vorne einen eingebauten hier seht ihr das loch dahinter steckt ein mikrofon ein eingebautes mikrofon allerdings kann man hier an da kommen wir gleich noch mal ich zeige es noch an der aufnahme kann man auch noch externe mikrofone anbauen und lautsprecher und alles mögliche kann man auch noch einbinden in das system alles wie gesagt es ist ein profisystem das ist kein müll ich sag mal die vision rules ja hat also ein eingebautes mikrofon unterstützt aber auch auf einem kanal über diese kabelpeitsche hier kann man auch noch ein mikrofon anschließen einen eingang und hat auch noch ein audio ausgang also könnte auch noch ein lautsprecher sogar anschließen das ging ja auch wenn man sehr möchte hat mit dieser port an der kabelpeitsche hier vorne dieser port lass mal gucken rj 45 100 megawatt ist klar das material die kamera schwer sie ist aus metall das einzige was außer kunststoff ist ist klar dieser ring hier damit die infrarot leds hier durch gucken können durch diesen halt transparent bringen und das hier oben ist auch aus kunststoff ansonsten der gesamte body komplett metall schwer wie sau und fühlt sich richtig massiv und gut verarbeitet an farbe ist weiß ist klar operating power ist also die stromversorgung wird hergestellt über man kann sie externe stromversorgung über diesen roten stecker da kommt 12 volt rein kann man irgendwann 12 volt netzteil nehmen hier sowas sowas los willst du sau von 2 euro 2 ampere netzteil stecker stand hatten bei den kampf bei den meisten kameras also man kann sie bepowern also man kann sie mit schulversorgung unterbrochen wobei stehen geblieben stromversorgung also mit ganz normal 12 volt stromversorgung über den über die buchse hier aber es ist das ding ist auch poe power over ethernet fähig sprich wenn ihr einen injektor habt könnt ihr mit einem kabel mit einem datenkabel die kamera mit stromversorgung so ein poe injektor der kostet ein vier port system die billigsten kosten so um die 25 euro können vier kameras anschließen und dann könnt ihr alle vier kameras über das ethernet kabel mit stromversorgung das heißt also ihr braucht hier nur den stecker die stecker einstecken das mache ich mal und über die kamera starten und wird auch die daten über das ethernet kabel ins netzwerk bringt also ganz toll und ich der stromverbrauch habe ich natürlich auch gemessen wenn ihr die kamera laufen lasst tagsüber verbraucht sie 258 milliampere das sind 3,1 habe ich mal ausgegeben das sind um die 3,1 watt verbraucht sie nachts schlägt damit 550 milliampere zu buche durch die infrarot leds da liegt man so bei 6,6 watt stromverbrauch also das über 3,1 watt also sie sehr genügsam die haupt stromverbraucher sozusagen das doppelte an energie verbrauchen diese vier leds die ihr hier seht aber wir gucken gleich noch im detail darauf zu sprechen zeige ich nochmal im detail unterstützt bis sd karten bis 256 gigabyte kann man in die kamera einbauen das will ich euch gleich noch zeigen und klar kann man natürlich auch ans nass anschließen local storage devices an alle geräte sogar an die fritz box kann man das ding andocken das also wirklich irre ja rating temperatur ist das auch geschrieben weiß ich nicht plus 1000 minus 5000 oder sowas also jeweils egal bei jedem bei jedem bei der bedingung funktioniert die kamera ist für indoor und outdoor geeignet besitzt den ip 66 standard und ip 66 das ist also es ist das ganze gehäuse das wetterfest dann läuft kein kein wasser ein das sind überall dichtung drin das ding ist wettersicher also kann man auch im sturm draußen hängen haben oder wenn platz regen ist überhaupt kein problem das macht der kamera nix aus ip 66 ist staubdicht das wasserfest sehen wir nachher noch protection level ip 66 wie gesagt ik10 tvs 4 lightning protection protection and voltage transit protection also alles was so wichtig ist die kamera auch die größe ist die abmessung sie ist sehr kompakt wie ihr seht also mal sie ist schon sie sieht aus wie eine echte profit um kann so wie die dinge die in das weg an den decken hängen so ein bisschen da liegen wir bei 130,7 x 101,7 also 130,7 hier 101,7 millimeter muss sie wiegt 0,53 kilo so da haben wir mal so die technischen daten abgehakt das pan und tilt 330 90 hatte ich schon erzählt maximal 100 sekunden kann man es einfach ganz langsam laufen lassen man kann es auch schnell laufen lassen das pan und tilt vierfache optischer suchen hatte ich auch erzählt color night vision hat das teil bei die detection also eine intelligente erkennung und der intelligente objekterkennung ist hier möglich hat eine anti nebel funktion also sprich ganz draußen neblig ist kann er das auch noch sozusagen das ganze entnebeln es funktioniert aber auf die digitale ebene h2 65 plus habe ich auch schon gesagt 256 gigabyte sd karten kann man da einbauen falls man keiner server hat wenn diese ganzen aufnahmen alle auf sd karte gespeichert falls man sagt ich will sie kann man nur mit dem handy benutzen geht natürlich auch ist onwiv fähig interessant man kann die kamera in die eigentlich jede bessere überwachungskamera software auf dem pc einbinden über den standard über das onwiv protokoll wie es nachher zeige ich euch nachher und an alle drittparty applikationen einbinden also diese kamera kann überall einbinden und sie ist auch rtsp fähig spricht man kann die daten die die gerade aufzeichnet kann man natürlich auch stream auch mit dem vlc player wenn man sehr möchte kennt jeder von euch vlc player guckt ihr vielleicht videos mit kann man auch mit vlc player auf die kamera zugreifen und sich das aktuelle video bild angucken weit dynamik reinschatt ich habe gesagt 120 db mit 3d mit 3d digitaler neustreduktion kann man auch voll frei einstellen konfigurieren hat nun jetzt war doch mein akku leer voll gelabert ja er hat natürlich auch sieben intelligente wege bewegung oder alarme zu detektieren und zwar gibt das man kann da verschiedene sachen definieren line crossing alarm das heißt also man in dem raum spezifiziert man eine oder vier linien und wenn diese linie von rechts nach links oder von links nach rechts das kann man genau einstellen überschritten wird wird ein alarm rausgehauen dann gibt es noch eine intrusion detection ein intrusion detection capture motion das bedeutet also kann man legt einfach einen quadrat quadratischen bereich im raum fest und sagt alles außerhalb darf und sobald in diesem bereich eingedrungen wird wird auch ein alarm rausgehauen da gibt es noch eine region entrance detection trigger das bedeutet also dass man sagt von einer seite in ein quadrat rein wenn da was eindringen sollte egal von wo soll auch ein alarm rausgehauen werden und das braucht nicht nur ein bereich sein man kann das bild auch noch verschiedene also maximal vier bereiche unterteilen man kann vier bereiche spezifizieren wo von welcher richtung nicht eingedrungen werden darf ja völlig verrückt das ganz auch umgekehrt in der region raus aus dem quadrat sozusagen auch bis zu vier verschiedene zonen kann man da festlegen man kann auch sagen das nennt sich unentended package detection das heißt also wenn irgendwas entfernt wird aus dem raum soll ein alarm raushauen also oder ein objekt removal detection also sprich wenn in den raum etwas eingestellt wird und derjenige verlässt den raum können ja eine bombe sein oder sonst irgendwas denn schlägt der alarm sagt er achtung da hat sich da wurde er was in den raum eingestellt was er nicht reingehört dann gibt es auch das gleiche in andersrum er was ist in dem raum drin man kann speziell blumen oder rasenmäher oder sonst irgendwas wenn man so ein zum beispiel draußen den garten überwacht man hat ein akku so wie man sich sagen rasenmäher roboter kann man den rasenmäher roboter überwachen lassen und sollte sich man einen rasenmäher roboter zu schaffen machen und mit denen entfernt kriegt man sofort eine alarmmeldung das nennt sich dann objekt removal detection und da gibt es noch eine audio exception detection das heißt also quasi über den ton über die lautstärke wenn man zum beispiel eine scheibe eingeschlagen wird kann man auch noch ein alarm aus vorherigen der jungen detection das bedeutet also quasi dass eine ein mensch erkannt wird also wenn zum beispiel ein elefant allerdings läuft wie gesagt er macht er nichts aber sobald der mensch erkennt und er erkennt über eine intelligente über eine gewisse intelligenz hat man über die gewisse software intelligenz kann ein menschen von einem elefanten von einer katze von einem hund unterscheiden und sagt und man kann einstellen und sagen nur beim menschen schlagen wir bitte alarm nicht wenn ein auto vorbeifährt nur wenn ein mensch rum tapert also ihr merkt schon diese ganze geschichte kommt uns doch sehr sehr bekannt vor ja es ist meiner meinung nach es ist kein enkelprodukt sondern es ist eine oem produkt von higwischen das ist nicht wischen kann man die wir haben das erklärt auch diesen hohen preis weil sie higwischen systeme sind teuer habe ich gesagt was kostet 200 für 259 finde ich sie zu teuer für 207 99 geht ich sagen ist in ordnung ist aber auch ein stolzer preis das geht auch billiger wir erinnern uns an die emphys systeme aber will die die scheint mir lange zu geben also da hat man zumindest noch mal jetzt eine option vielleicht sagt ihr auch noch ein bisschen preis ich finde ich auch für 207 euro ganz schön teuer nichtsdestotrotz ist das ein profisystem das ist kein müll oder so so wie wird sie geliefert das kommt alles in diesem karton das könnte euch auch bekannt vorkommen klar die kamera die dumm kamera zu den titeln wir gleich eine eine aufklärer 24 stunden videos surveillance also die überwachen das müssen hängen ich habe in deutschland muss das sogar deutsch an den fernsern hängen habe ich auch eine bedienungsanleitung zeige euch nachher im detail ein dübel system um die kamera an die decke an der decke zu befestigen und ein abdicht system weil wenn sie draußen im regen hängt sollte natürlich der anschluss hier auch möglichst wasserdicht sein diese verbindung kann man realisieren über so ein stück das ist alles mit dichtung versehen dann verbindet man die und dann schraubt man dieses teil hatte ich mal in einem video vorgestellt schraubt man den hier nur noch auf als adapter dann ist das alles ein geschlossenes system und wellerfest das ist nicht also auch weit das ist also quasi selbstverständlich nehme ich jetzt auch nicht auseinander das setzte mehr gibt es nicht ganz höher ist nicht auch kein netzteil dabei weil es eben eine poe kamera ist weil die gesamte kamera über den ethernet port mit strom versorgt wird und die daten fließen man kann natürlich auch wenn man sie nicht möchte sie mit einem netzteil betreiben und so netzer kostet dann in zwei euro dann müsst ihr euch das ewig kaufen 12 volt netz zahlen sagen wir mal mit einem ampere reicht vollkommen aus holt euch irgendwo 12 volt netz zahl habt ihr bestimmt auch in der bastelkiste liegen mit so einem ganz normalen standard stecker hier wie sie fast alle überwachungskameras haben so nun schwenke ich mal runter dann gucken wir uns das ganze mal in detail an meine lieben wie die kamera so aussieht so das ist sie denke das ist die enge kamera und hier können wir schon so bisschen rein duschen seht ihr hier ist die optik drin und das einzige bei der empfes war dieser ring weiß das war weißer kunststoff hier ist er grau kann ich auch sehen ist grau so viel gibt es eigentlich nichts zu sagen hier vorne wie gesagt mikrofonanschluss hier unten wird eine adapterplatte kann ich euch auch mal zeigen die liegt natürlich auch bei die an die wand gedübelt wird mit den beiliegenden dübeln das ist diese adapterplatte hier besteht auf front können wir sehen front kann ja doch hier kann man sehen front das ist also nach vorne gucken sozusagen so muss man das teil ausrichten sondern nimmt man einfach nur die kamera und wird zum bajonett verschloss und verriegelt wie das geht zeige ich euch gleich kamera nicht viel dran bis auf mikrofon und hier noch eben serien nummer und taktische daten die werden unter umständen ganz interessant werden wenn ihr das die kamera mit eurem handy verbindet nicht unter umständen die werden interessant und dann habt ihr hier noch auf der unterseite seht ihr diese metallteile das ist alles metall wie die in der adapterplatte wie die kamera verriegelt und entriegelt wird so kommen wir zur kabelpeitsche ist das nächste da gehen wir mal dichter ran kabelpeitsche hier zeige ich euch so hier seht ihr schon die einzelnen die einzelne farbcodierung was grauend ist wie mikrofoneingang mikrofonausgang könnt ihr noch zusätzliche hardware andocken und die kabelpeitsche besteht im grunde genommen nur noch aus der stromversorgung 12 volt wenn ihr es denn wollt und netzwerkkabel hat kein wlan macht auch sinn bei einem profisystem profisystem haben generell kein wlan weil wlan natürlich super leicht angreifbar ist aber der stecker ist auch poe fähig also wenn ihr da ein poe injektor habt wird die kamera mit einem kabel mit strom versorgt und die daten laufen über das kabel ist natürlich eine sahne sache poe heißt dieses feature das war's im grunde genommen auch schon so nun kommen wir zur platte hier ist ja die platte die gehört dann nachher an die decke irgendwo draußen das habe ich vorbereitet gut dass ich das damals hinweg geschmissen hat dass ich das gebrauchen kann hätte ich nicht gedacht so und wie funktioniert das ganze das ist jetzt das hängt jetzt oben an der decke irgendwo im haus sondern geht ihr einfach nur noch bei und guckt warte mal wo ist das hier hier steckt ihr so rauf und verdreht sie das seht ihr hier schon verriegelt so rum entriegeln so rum sie ist jetzt fest und so entriegelt ihr die nachteil ist natürlich das ist echt ein nachteil an der kamera wenn ihr die jetzt so verriegelt habt kann jeder der an der kamera an die kamera rankommt mit der hand kann sie ganz einfach entfernt und euch klauen sicherlich sie ist natürlich an den ganzen kabeln angeschlossen aber dann reißt ihr die halt raus also bau die kamera so hoch an dass da keiner klauen kann aber in dem moment bevor jemand überhaupt an die kamera kommt löst sie schon einen alarm aus finde ich aber nachteil ich hätte mir gewünscht auch schon bei der empfes ich hätte mir gewünscht wenn man die so verriegelt dass man hier noch eine schraube hat um das ganze irgendwie zu arretieren das ganze mechanisch richtig fest ist dass man da das ding mit einem kuhfuß da von der decke holen muss klar wenn jemand die kamera klauen will an die kommt da immer ran aber das ist natürlich extrem einfach hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht auch die halterung das halterungssystem finde ich es ist zwar zweckmäßig aber es geht auch noch besser und es gibt es auch als zubehör das zeige ich euch dann nachher ja die unterseite ist ziemlich simpel und hier ist auch ein gewinne drin ihr könnt das sozusagen über kopf sogar an der hand stativ anschluss ist auch noch mit dabei könnt ihr sogar noch an über kopf an einem stativ irgendwie testweise anbauen noch ja wie komme ich jetzt an die sd karte ran um dann ist die karte einzubauen weil ihr kein nass server hat zum beispiel ganz einfach ihr braucht erst mal so ein öffnungstool ich habe sowas hier benutzt grundstoff öffnungstool und hier seht ihr wenn ich jetzt ganz dicht dran gehen das mache ich mal verschiedene nasen vier nasen seht ihr da das ist jetzt was für dich das macht er gar nicht scharf hier vorne hier ist so eine nase hier kann man sogar sehen hier ist eine ganz kleine nase und das findet ihr 90 grad verdreht vier mal so hier 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 und hier vorne und da setzt ihr mit eurem hebelwerkzeug an und diesen kunststoffring den könnt ihr relativ leicht abhebeln aber das ist gar nicht so leicht abzuhebeln da müsst ihr wirklich mit gefühl bei gehen das ist also im ersten moment ist es ein bisschen schwierig weil wenn das jetzt wenn ich das jetzt hier drauf drückt ist das richtig fest drauf ich kann es einfach mal mit einer seite machen habt ihr gehört klack macht es jetzt wenn ich das vier mal macht ist das ding hier fast nicht mehr zu öffnen wo war es jetzt machen wir es mal hier sonst gehe ich aber hier bei ein versuch sogar versuch hier ja habt ihr gesehen macht klack aber wenn alle vier dinge verriegelt sind dann macht es einmal nur ganz ganz wenig klack und hat irgendwie habt ihr einen halben millimeter luft und dann geht ihr zum nächsten rasthaken und versucht diese vier diese vier rastungen das sind wie kann ich euch das auch noch mal zeigen da rastet er nämlich ein hier hier also vier mal hier und die rast haken die seht ihr hier warte mal können ich euch das hier besser zeigen da seht ihr so ein hier vorne noch mal fingernagel ist ein rast haken vier mal findet ihr den das der nächste also da müsst ihr dann ganz vorsichtig vorgehen und so sieht der rand hier aus das ist doch ein unterschied zu empfes bei der empfes war nämlich noch ein kleiner spalt das haben die hier nicht mehr von schon verbessert okay ganz ganz schwach ist es hier auch zu erkennen also ihr müsst quasi nur mit diesem öffnungs tool müsste hier unten irgendwie untergehen und das ist also raushebeln das ist eine bedingungsanleitung nicht schön beschrieben so das ist eigentlich alles so und dann habt ihr seht ihr hier vier schrauben und die lösen wir mal damit wir an die innereien rankommen um die sd karte zu installieren ich will sie dann auch gleich installieren mit euch zusammen schauen wir mal die schrauben raus dann kann man die glashutze sozusagen abnehmen und hier seht ihr schon die die dicht ringe das ist alles abgedichtet ist so und jetzt sehen wir hier die kamera die beweglich ist auch so beweglich ist also hier kann man das so ein bisschen sehen und die innereien und jetzt seht ihr hier vorne schon den sd karten slot und diese sd karten slot wie war das noch da muss man glaube ich ziehen oder drücken um ihn zu lösen um ihn zu lösen ziehen kleiner pfeil ziehen ich glaube man ihn so hoch war ein bisschen schwieriger lock ist da längst oben ich muss ich muss ich muss hier drücken ich muss drücken ja soll ich jetzt drücken ich brauche eine pinzette es ist ein bisschen fummelig kann ich hier diese klappe aufmachen und ihr seht neben der klappe seht ihr noch einen kleinen knopf hier da gehe ich jetzt wieder dichter ran ich hoffe ihr könnt ihn sehen hier ist dieser kleine knopf wenn ihr diesen knopf das ist einfach ein reset knopf damit bringt man die kamera wieder in den auslieferungszustand solltet ihr mal das passwort vergessen haben dann öffnet ihr die kamera drückt den knopf ein paar sekunden und dann setzt sie sich wieder zurück in den auslieferungszustand so und jetzt legen wir hier mal eine SD-Karte ein was nehmen wir denn nochmal eine 64er fangen wir mal eine 64er Karte da rein die 64 ist schon sehr sehr üppig das ist auch alles fummelig sollte man nimmt einfach eine Pinzette das ist einfacher die Pinzette versuche die hier so einzulegen die passt nur in eine Position so nicht soja also so liegt sie jetzt richtig drin genau so liegt sie richtig drin ich versuche das jetzt nochmal zu machen damit ihr das richtig seht so jetzt nehme ich die SD-Karte jetzt liegt sie richtig drin so soll es sein so und dann macht ihr noch die Klappe runter genau genau und wenn die Klappe unten ist ups Klappe runter und dann schiebt ihr sie nachher hier in diese Richtung steht auch drauf auf dem Metallding steht hier Lock Lock ist in diese Richtung und Unlock ist in diese Richtung so das mache ich jetzt mal mit dem Fingernagel zack so jetzt ist die Kamera die SD-Karte die 64 GB SD-Karte eingebaut direkt neben dem Reset-Knopf den ihr hier seht wie gesagt den Reset-Knopf braucht ihr nie weil der wird nur wichtig falls ihr das Passwort vergessen haben sollte dann kommt ihr wieder an die Kamera ran so nachdem wir jetzt die SD-Karte hier eingebaut haben baue ich jetzt die Hutze wieder auf also die Glashutze hier wieder rüber so zack na denkt dran hier sind ja die Schraublöcher die vier dass ihr das wieder trefft achtet auch auf das Gummi nicht dass das Gummi irgendwie verknattelt habt sondern ziehen wir das einfach wieder an wir schrauben also die vier Schrauben wieder rein und dann dichtet dieser Kunststoffring dichtet das gesamte Gehäuse komplett ab ne gegen Umwelteinflüsse ja ist ein bisschen aufwendiger aber ich meine man macht es nur ein einziges Mal wenn man es dann überhaupt braucht ne wenn man fest kommt ab knallt das dann nicht fest wie verrückt es soll nur der Gummiring gequetscht werden dass das ganze dicht ist ne bis ich so einen leichten Widerstand spüre hier nochmal zack so fertig also jetzt haben wir unsere 64er Karte eingebaut nun kommt der Ring hier wieder rauf wir wissen ja mit dem Rasthaken Rasthaken sitzen ja da wo die LEDs sind also die Infrarot LEDs das sind diese hier diese vier hatte ich ja vorhin schon gezeigt ne so also man kann den man kann den Ring auch nicht falsch aufbauen man muss ihn drehen und irgendwann rastet er hier so ein zack ne so geht es nicht zack geht er schon runter dann sitzt er schon in der richtigen Position dann braucht ihr nur noch einmal drücken zweimal drücken dreimal drücken viermal drücken und dann habt ihr jetzt die SD-Karte eingebaut und die Kameras wieder im Originalzustand einfach ne was heißt einfach das ist doch schon ein bisschen Aufwand ne ja so meine Lieben wie kann man jetzt die Kamera betreiben also jetzt haben wir hier die 64 Gigabyte SD-Karte die müssen wir natürlich noch formatieren das machen wir aber in der Kamera nachher ja wie kann man die Kamera jetzt betreiben also ihr dübelt mit den beiliegenden Schrauben dübelt diese Grundplatte an die Decke so und jetzt simuliere ich das hier alles mal so zack sagen wir mal das wäre jetzt eure Decke hier so und dann habt ihr das jetzt ran gedübelt so und dann müsst ihr das hinten nur noch in diesen Bajonett Anschluss reinsetzen und verriegeln zack so jetzt ist sie verriegelt und so würde sie dann natürlich an der Decke hängen es gibt natürlich auch die Möglichkeit sie so hin zu hängen so ist natürlich ganz doof dafür gibt das für die Wand auch noch speziell Spezialteile im Zubehör von der Firma HIC Vision gibt es bei Amazon für 27 Euro sieht wesentlich eleganter aus also so ist es dann egal ob ihr die Kamera an die Außenwand packt oder an die Decke so wäre es jetzt an der Decke kein Problem könnte man so arbeiten aber wenn man es an die Außenwand packen will wäre natürlich ein bisschen blöd sie würde auch so funktionieren man könnte sie ja bis 90 Grad schwenken aber es macht keinen Sinn es macht wirklich keinen Sinn es macht wirklich keinen Sinn sie sollte über Kopf hängen um eben diese Montage an einer gerade an einer senkrechten Außenwand hin zu kriegen gibt das so ein Zubehörteil kostet 27, wie gesagt 27 Euro von Amazon verlinke ich euch auch unter dem Video genauso wie ich euch die Kamera unter dem Video verlinke und so könnt ihr sie dann installieren so welche Möglichkeiten gibt es jetzt sie mit Strom zu versorgen ich sagte ja schon Power over E-Sender dann braucht ihr nur ein E-Sender Kabel das steckt ihr hier rein das mache ich jetzt mal das stecke ich jetzt hier mal rein zack und dann wird die Kamera funktionieren dann wird es mit Strom versorgt werden und auch die Daten in euer heimisches Netzwerk bringen oder ins Internet je nachdem was ihr damit vorhabt die zweite Möglichkeit wäre dann natürlich wenn ihr kein Power over Ethernet habt dann könnt ihr natürlich auch äh äh ein Standard 12 Volt Netzteil da noch zusätzlich ran bringen dann müsste ich bloß eben den steck in die Steckdose stecken ja und dort andere Teil hier an den Router oder an euren Switch ja wie realisiere ich das jetzt? sie hat ja kein äh ich habe ja hier kein Router und kein Switch sondern ihr wisst ja ich lasse meine Sachen ja gerne über über also mein Netzwerk realisiere ich ja hier über diese Homeplugs also wenn ich jetzt die andere Seite hier von dem Ethernet Kabel hier rein stecke in einem von den beiden Ladenports da ist auch ein Switch drin stecke das Ding in die Steckdose mit dem Netzteil würde er mir die Kamera hier in mein heimisches Netzwerk bringen ich brauche nur dieses Teil ja und da würde die Kamera mit Strom versorgt werden über das Netzteil zum Beispiel äh oder eben und die Daten würden hier über das über mein Stromnetz über meine 230 Volt Netzleitung laufen zum Router da habe ich ganz gut damit ausgerüstet so gibt auch noch eine zweite Möglichkeit die ich euch da nicht vorenthalten will und zwar ist das mein RockSpace Repeater dieser RockSpace Repeater das ist ja ein 1200 AC Repeater äh ja der verstärkt dann natürlich das WLAN was ihr das heimische WLAN was ihr habt aber er hat natürlich unten auch ein Ethernet-Port das ist genau das gleiche wenn ich jetzt hier das Netzwerkkabel reinstecke und stecke das Ding in die Steckdose äh dann würde er hätte ich jetzt ein erweitertes WLAN ähm aber zusätzlich würde die Kamera auch ins über WLAN über Funk auch ins heimische also damit würden wir quasi die Kamera WLAN fähig machen mit der gleichen IP das spielt keine Rolle ob ihr sie jetzt direkt andockt an euren Router hier andockt bekommt ihr die gleiche IP oder hier andockt bekommt ihr die gleiche IP die ihr vom Ruder vergeben bekommt aber das spielt gar keine Rolle jedes Mal bekommt er bei mir die IP 76 vom Ruder zugewiesen nicht man kann da natürlich auch eine feste IP spezifizieren es ist völlig egal ob ihr das Ding nehmt oder das Ding könnt ihr euch alle vorführen äh das würde jedes Mal zum gleichen Ergebnis führen ganz ganz wunderbar so haben wir das abgeklopft zwei Sachen haben wir noch nicht abgeklopft das Zubehör also das habe ich euch auch schon gezeigt ihr das Zubehör hatte ich euch auch gezeigt dass diese Bügel das Abdicht-Tool wichtig das Abdicht-Tool wenn ihr es draußen installieren solltet und das Kabel draußen rumbommelt dass ihr das irgendwie abdichtet gegen Feuchtigkeit macht das da da gehe ich jetzt auch nicht mehr drauf ein und die Bedienungsanleitung die ist in Deutsch wo habe ich jetzt die Bedienungsanleitung hier die ist hauptsächlich erstmal ist sie in Englisch nicht in Deutsch sie ist auch in Deutsch aber nur zwei Seiten Überblick das ist das einzige was in Deutsch ist der Rest ist in Englisch alles Englisch nicht alles in Schwarz-Weiß hier ist hier wird auch nochmal erklärt wie man die Montage hier durchführt wenn das Ding ein Hauswand senkrecht befestigt werden soll mit so einem Zusatzteil hier steht auch drin wo man es bekommt nein steht natürlich hier nicht drin ja die Grundkonfiguration und 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 hier sieht es auch nochmal das gibt es von Heckwischen als Zubehör wie man das Gehäuse öffnen also wenn ihr euch danach vorgeht dann brecht ihr euch die Finger an das was ich euch gerade gezeigt habe da geht ihr auf keinen Fall mit dem Schraubendreher arbeiten dann nehmt ihr was aus Kunststoff sonst zerkratzt und verbiegt ihr da alles an dem Kunststoff ja immer solche Sachen stellen halt drin also so Basisinformationen aber eigentlich auch nicht viel welche App man benutzen soll wenn man das mit der App benutzt also mit dem Smartphone und 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 wir gucken uns das alles an auch die App nochmal aber da reite ich mit euch durch das will ich hier nochmal alles in aller Ausführlichkeit machen und wir gehen jetzt gleich mal hoch am WC ich will diese Kamera hier vorne mal installieren unter die Decke dann gehen wir mal hoch und gucken uns dann nochmal die Enke-Firmware an die aber keine Enke-Firmware ist das ist eine Heckwischen-Firmware hab ich auch vorsichtig gesagt ich muss hier gleich wieder ich mach mir hier gleich nochmal neu nochmal ein bisschen Kirsche fertig noch was trinken ich bin durstig ja ich montiere sie jetzt hier und dann sehen wir uns gleich im nächsten Schnitt sehen wir uns dann oben in meinem High-Queue da zeige ich euch die Web-Oberfläche was man alles einstellen kann wie man sie einbindet in die Synology Survivalent Station da reite ich mit der Survivalent Station das zeige ich euch noch ganz kurz das ist völlig easy nur worauf man da achten muss und dann zeige ich euch noch nö das war's ich zeige euch jetzt erstmal die Web-Oberfläche die Kamera lässt sich komplett über die Web-Oberfläche über den Internet Explorer beziehungsweise über den PC oder Macintosh komplett einstellen man kann sie natürlich auch mit dem Handy einstellen aber auch nur grob mit dem Handy kann man wirklich nur so die Basisfunktion einstellen also die richtig interessante Funktion ihr braucht auf jeden Fall irgendeinen weißen Tablet oder sowas ja ihr braucht ein Tablet mit dem Internet mit dem Browser das müsst ihr auf jeden Fall haben ich weiß nicht geht das noch mit dem Tablet ich habe kein Tablet konnte ich nicht ausprobieren aber ich habe ein PC und dann zeige ich euch das jetzt und bei Macintosh ist es genau das gleiche weil ihr gleich eine IP-Adresse eingeben müsst wenn ich das Ganze jetzt mit meinem Router verbinde wie gesagt hat die 192,168,1.76 das ist die IP hier in meinem Netzwerk egal ob ich das darüber mache direkt an Dock an meinem Router oder zum Beispiel über meinen Rockspace Repeater bekommt immer die 76 vom Bruder zugewiesen und darüber kann man es aufrufen aber es gibt auch ein Search-Tool ihr braucht nicht manuell irgendeine IP-Adresse raussuchen wenn ihr die Kamera mit eurem Netzwerk verbunden habt sondern ihr könnt das über ein Search-Tool auch raussuchen und auf die Kamera zuspringen und dann wird automatisch euer Internet Explorer gestartet und dann kommen wir in die Konfiguration das zeige ich euch jetzt gleich oben in meinem HiQ und dann stelle ich euch das nochmal vor So, willkommen in meinem HiQ jetzt wollen wir gleich mal über den PC auf die Kamera zugreifen und dann zeige ich euch die Konfiguration und die einzelnen Features von der Kamera unten unter diesem Video in der Videobeschreibung findet ihr alle Tools, die ich euch ja gleich zeige unter anderem auch das SADP-Tool das ist so ein Search-Tool, wo die Kamera im Internet im heimischen Netzwerk identifiziert wird und euch angezeigt wird ihr könnt natürlich auch über den Router an die IP kommen die Kamera habe ich ja jetzt quasi ins Netzwerk eingebracht und ihr findet in dem Download-Tool wie gesagt unter in der Videobeschreibung findet ihr das Software-Paket da findet ihr die Desktop-Software da ist jetzt momentan nichts drin die nehme ich mal weg da findet ihr unter anderem Guardian Vision für Macintosh und für den PC seht ihr hier vorne ist bei mir auch installiert aber euch das Ding zu erklären das ist echt super heftig da könnte ich eigene Videos machen eine ganze eigene Videoreihe also das ist also quasi auch so wie die Surveillance Station ein komplettes Verwaltungsanalyse-Tool für Alarme und so weiter und so fort ein mächtiges Tool findet ihr in diesem Software-Paket das Search-Tool für PC und Mac und hier seht ihr schon SADP-Tool das müsst ihr dann installieren das ist das hier vorne oder könnt ihr installieren und das untere ist für den Macintosh oder für den Apple-Computer und dann habt ihr hier noch Windows-Plugin solltet ihr auch installieren ja das nennt sich hier Web-Komponentenzen für Windows ihr seht auf Windows-Plugin das installiert euch auf jeden Fall sonst seht ihr nämlich nachher kein Bild es ist wie es ist ja also dieses Software-Paket ladet euch runter aber ihr könnt das natürlich auch das Plugin nachher über den Browser nach installieren so wie gehen wir jetzt vor ihr schließt die Kamera an euren Router an wie auch immer ihr das machen wollt ob ihr es über Homeplugs macht über ein Repeater so wie ich das auch euch gezeigt habe das geht auch oder direkt an den Router ran oder über einen Power-Over Ethernet-Injektor das müsst ihr letztendlich selbst wissen dann startet ihr das SADP-Tool das seht ihr hier wie gesagt das kann ich wischen zeige ich euch nicht dann wird das Video zu unendlich lang so das habe ich jetzt hier gestartet und wenn ihr das startet könnt ihr auch auf Refresh drücken dann sucht dieses Tool in eurem heimischen Netzwerk nach der Kamera und hier wurde sie gefunden das ist das Device-Modell i91bk mit der IP und wie komme ich jetzt ran man kann sie jetzt selektieren hier seht ihr und da kann man hier noch verschiedene Sachen modifizieren wollen wir aber alles nicht ihr braucht es nur als Search-Tool sozusagen um zu sehen welche IP hat eure Kamera könnt ihr natürlich auch in euren Router direkt gehen das geht natürlich auch so und wie kommen wir jetzt auf die Kamera bzw. wie startet sich jetzt der Browser einfach doppelklicken hier in die Zeile und dann startet sich der Browser so und das das ist jetzt mein Google Chrome Browser der jetzt hier läuft und als erstes werdet ihr dann steht hier Admin drin so und dann werdet ihr gefragt nach einem Kennwort nach einem Passwort sobald ihr Admin eingebt steht dann bitte Passwort vergeben das habe ich schon getan und dann sucht ihr euch ein sicheres Kennwort auf was ihr euch gut merken könnt so ich logge mich hier einmal ein als mit meinem Admin das habe ich nämlich schon gemacht weil die Kamera hat default mäßig aus der Fabrik sozusagen neu wenn ihr sie bekommt kein Passwort vergeben so jetzt sehen wir auch schon das erste Bild also diese Passwort Vergabe müsst ihr ganz am Anfang einmal durchführen so jetzt sehen wir das Bild von meiner Bude unten ja die Live Ansicht fangen wir ganz am besten hier oben an wo meine Maus rumeiert hier haben wir einmal das Enke Logo von der Firma Enke die Live Ansicht die Wiedergabe das Bild und die Konfiguration im Grunde genommen das gleiche auch wie bei der anderen Enke Kamera mit der HIC Vision Firmware es kommt euch alles sehr bekannt vor diese ganzen Firmware Geschichten die in dieser Web Oberfläche in der Kamera implementiert sind diese HIC Vision Firmware die ist immer identisch die sieht immer gleich aus wird für verschiedene Kameramodelle benutzt ja Wiedergabe wäre wenn wir jetzt Alarmaufzeichnungen auf der SD Karte zum Beispiel hätten dann könnte man hier unten würde man dann sehen die einzelnen Alarmaufzeichnungen und könnte man dann abspielen zum Beispiel befehle durchgehend Alarm oder manuell und sich angucken was da los war brauche ich persönlich nicht weil ich ja eine HIC Vision Firmware die das regelt das gleiche natürlich auch für Bilder die abgespeichert worden sind und dann hat man hier noch den Konfigurationstab da gehe ich jetzt auch nochmal rein da kann man die Konfiguration unter der Kamera einstellen aber da soweit sind wir noch nicht ja in dieser Hauptübersicht wie gesagt das ist ich gehe mal wieder zurück das ist hier der normale Google Chrome Browser den ich jetzt maximiere wenn ihr dieses Bild nicht sehen solltet sondern ein schwarzes Bild müsst ihr dieses Plugin herunterladen wenn ihr es vorher schon geladen habt braucht ihr gar nichts machen aber wenn das Bild schwarz sein sollte dieses Plugin was ich euch zum Download zur Verfügung gestellt habe könnt ihr euch auch direkt herunterladen dann klickt ihr hier einfach drauf und dann seht ihr es wird runtergeladen so und das installiert er dann das ist genau das gleiche was ihr bei mir herunterladen könnt dann haben wir oben Admin hier wird uns angezeigt mit welchem Account wir online sind man kann hier unendlich viele Administrator-Accounts Benutzer-Accounts und Gäste-Accounts einrichten also das ist wirklich verrückt dann hat man hier einmal Hilfe-Tab wenn ich auf Hilfe tippe wird einem leider alles in Englisch hier alles angezeigt zu den einzelnen Menüs also ihr seht wir sind hier in einem Hauptmenü und dann zeigte ihr einem schon an was hier so los ist könnt ihr gegebenenfalls ins Deutsch übersetzen so wird natürlich ein neues Fenster aufgemacht zack gehen wir wieder zurück dann habt ihr noch Lockout ja Lockout ist selbst erklärend wenn ich jetzt auf Lockout klicke sind wir wieder draußen gehe wieder rein sind wir wieder drin übrigens ich gehe nochmal raus welche Sprachen stehen zur Verfügung alle möglichen das war ja bei der anderen Enkelkamera anders da konnte man ja glaube ich nur Deutsch und Chinesisch Quatsch Englisch und Chinesisch einstellen hier ist es wirklich ihr seht alles wählt dann Deutsch aus ich glaube defaultmäßig ist auch Deutsch aktiviert zumindest wird es in Englisch sein so und das stellt hier oben auf stellt auf Deutsch und das wird dann übernommen so bumm das hatte ich euch fast unterschlagen so hier ist wieder das Bild ja da haben wir die die oberste Zeile haben wir sozusagen abgearbeitet jetzt gehen wir mal zur untersten Zeile in den unteren Bereich unten links seht ihr 16 zu 9 habe ich hier eingestellt da habt ihr die Möglichkeit 4 zu 3 16 zu 9 und dennoch so was ist das hier ursprüngliches Verhältnis und automatisch das ist als Käse automatisch würde ich ok könnte man auch machen aber ich wähle immer 16 zu 9 das ist nämlich das Format 2560 x 1440 Pixel ist ein 16 zu 9 Format macht es genauso seid ihr richtig die Kamera unterstützt natürlich wie viele viele andere Kameras oder fast alle Kameras zwei Streams der eine ein Hauptstream ein Mainstream und ein Substream der Substream ist zum Beispiel interessant wenn man mit einem Handy auf die Kamera zugreift kann man den Substream abspielen da spart Bandbreite weil der Hauptstream je nach Bandbreite die man eingestellt hat in der Kamera da geht schon richtig Daten durchs Internet wenn ihr zum Beispiel hier in New York sitzen solltet in Tokio oder sonst was wollt ihr ja nur gucken was ist zuhause los und dieser Stream 1 seht ihr hier Mainstream und Stream 2 ist der Substream ich gebe auf den Substream auf den Handy Stream seht ihr dann ist es ein bisschen verwaschen weil die Auflösung auch eine andere ist es ist weniger aufgelöst und es werden glaube ich auch noch 10 Frames pro Sekunde übertragen anstatt 25 Frames mit der höchsten Auflösung aber es reicht ja aus um sich einen Überblick zu verschaffen auch wenn man eine ganz ganz geringe Bandbreite hat aber die höchste Auflösung kann man natürlich auch wenn man einen entsprechenden Internet Provider hat oder LTE Netz oder sowas aber wenn ihr kein LTE Netz habt dann geht auf den Substream an eurem Handy wie das funktioniert zeige ich euch nachher am Handy selbst und das kann man hier nochmal spezifizieren ich würde immer natürlich die höchste Auflösung an eurem PC wählen diese Funktion hier hier die Webkomponenten manuell und sowas das ignorieren wir jetzt mal Mikrofon das ist das Zwei Wege Audio 1 also das eingebaute Mikrofon übrigens zum Mikrofon kann ich auch noch was sagen das eingebaute Mikrofon ist ausgezeichnet das kann man auch in der Empfindlichkeit sehr sehr genau einstellen tolles es ist ein tolles Mikrofon verbaut worden das gleiche wie bei der Amphys Kamera Astrein kann man echt nicht motzen ich brauche bei so einer Kamera brauche ich persönlich kein Mikrofon weil für mich ist nur das Bild wichtig so dann haben wir hier unten noch den Pixel Zähler das ist dann für die ja für die für die Nerds die wirklich bis ins bis in die Pore bis in auf atomare Ebene da in das Bild rein zoomen wollen ist eigentlich totaler Quatsch braucht kein Mensch stopp Live-Ansicht das selbst erklären Live-Ansicht ist gestoppt ich starte die Live-Ansicht so was haben wir da noch jetzt könnte ich noch ein Foto schießen das wird mir auf dem PC gespeichert hier könnte ich noch ein komplettes Video aufnehmen eine komplette Aufzeichnung dessen was wir hier gerade sehen durchführen wird auf dem PC aufgezeichnet die Pfade kann man einstellen das machen wir nachher hier oben in der Konfiguration was ist das jetzt hier regionale Belichtung aktivieren können wir vergessen regionalen Fokus aktivieren können wir vergessen brauchen wir nicht ich habe den Audio stumm geschaltet damit das hier nicht aus meinen Lautsprechern der Ton kommen sollte wenn ich jetzt zum Fernseher laufen hätte dann würde ich den verstehen wie gesagt das Mikrofon das eingebaut ist sehr sehr gut und dann haben wir hier noch Schnellstart Einstellungen kann ich euch auch noch mal zeigen hier könnt ihr zum Beispiel unter Allgemein für alle möglichen Presets ihr habt auch benutzerdefinierte Presets könnt ihr hier verschiedene Hältigkeitsanstellungen Kontrastanstellungen Sättigungen und die Schärfe einstellen WDR On Off machen und HLC da blende ich euch mal jetzt hier in das Bild ein was diese Einstellung was das bedeutet es gibt da mehrere BLC gibt es auch noch das ist gegen Dicht Kompensation und solche Geschichten aber jetzt schaut mal hier zum Beispiel die Lampe die ihr hier seht wo die Uhr ist 22 über 57 überstrahlt natürlich jetzt gucken wir uns mal Wide Dynamic Range an die Funktion und ihr seht das Überstrahlen ist weg und das ganze Bild ist ein bisschen kontrastärmer auch oben die Oberlichter an der Decke das Bild ist ein bisschen sehen jetzt wesentlich besser aus das Bild ist ein bisschen kontrastärmer aber man erkennt alles und nichts wird überstrahlt was natürlich auch nachher bei Gesichtern wichtig ist und hier kann man Wide Dynamic Range ist jetzt 50 hier kann man auch noch den Faktor einstellen seht ihr jetzt überstrahlt das schon wieder also man kann es noch ein bisschen fein justieren jetzt gehen wir auf 14 dann wird es ein bisschen stärker dann bestrahlt er komplett und der Mittelwert ist 50 finde ich ganz angenehm ich könnte um auf 100 gehen also WDR diese WDR Funktion die finde ich echt gut die ist auch im Außeneinsatz sehr sehr sinnig gerade nachts ja kann man ein und ausstellen ich stelle es mal wieder aus damit ihr erstmal den Originalzustand widersiert von der Kamera da wirkt das ganze natürlich ein bisschen knackiger aber es gibt Situationen wenn zum Beispiel jemand direkt angestrahlt wird dann überstrahlt das Gesicht und dann kann man das Gesicht nicht erkennen und das ist ja bei der Überwachung manchmal wichtig dann haben wir noch OSD Einstellungen da kann man zum Beispiel hier Enke CZ400 einstellen oben das Datum das kann man auch frei verschieben schaut euch das an wenn ich das jetzt hier hoch schiebe dann sage speichern dann hat er das Enke jetzt nach oben geschoben das kann man frei positionieren und auch benennen noch ein weiter runter so Kamera damit kann man hier einstellen und dann kann man auch noch Textüberblendungen einstellen und 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 nur dass ihr es mal gesehen habt und hier könnt ihr dann auch noch was das Audio und Video angeht die Auflösung einstellen die Kamera hat verschiedene Auflösungsmöglichkeiten wählt immer die höchste was anderes macht keinen Sinn wenn ihr euch schon eine hochauflösende Kamera holt und euer Netzwerk das verknusen kann diese Datenmengen die dadurch flutschen dann stellt ihr mir die höchste Auflösung ein was natürlich der höchste Detailgrad ist hier kann man noch einstellen die Bandbreite für den Mainstream der geht von 256 Kbps bis 16.383 ich habe hier die höchste Bandbreite mit 16 Megabit streame ich dieses Bild jetzt hier ja also kann man das sind nur so grobe Einstellungen die man noch machen kann so mal hoch und wenn es schnell gehen muss dann sind wir mit der unteren Liste durch dann seht ihr hier so verschiedene Presets in Summe gibt das 300 Presets und die Kamera wenn ihr sie aus dem Werk bekommt gibt es ein Preset der nennt sich 32 den habe ich hier gelöscht den 32er wie löscht man Presets wenn ich jetzt auf ein Preset gehen würde einfach auf das X klicken löschen ist es weg was bedeutet dieses 32er Preset das 32er Preset bedeutet wenn ihr jetzt hier erzoomt was wir gleich machen werden oder die Position verändert dann springt er nach einer gewissen Zeit die man auch in der Konfiguration einstellen kann wieder auf den Originalwert zurück das ist so eine Art Nullwert da soll die Kamera immer wieder hingehen auch wenn ihr da mal irgendwas macht also zum Beispiel ihr schwenkt jetzt mal hier so rüber so und jetzt soll die Kamera nach 5 Sekunden wieder zurück gehen dann würde er wieder wenn ihr es unter Preset 32 gespeichert habt würde er wieder auf diese Position gehen hier auf die eure festgelegte Position ich habe das gelöscht weil mich das störte auch wenn ich mit der Kamera spiele ich stelle das am liebsten meine Presets selbst ein ich habe hier vier Stück mal als Demo Preset 2 wäre die Blumen es dauert immer ein Momentchen wenn er dahin gesoomt wird das ist jetzt der optische Vierfachzoom ich habe auch den Digitalzum den habe ich deaktiviert weil es Quatsch ist dann gibt es noch Preset 3 das war der Mülleimer genau Preset 4 das ist der Fußboden so und wenn ich wieder meine Nullposition haben will die habe ich auf Preset 1 gesetzt das ist meine Nullposition also jetzt für dieses Beispiel ihr könnt natürlich auch 9 9 Preset definieren machen wir mal hier oben seht ihr PTZ steht für Pan, Tilt & Zoom ich kann nach rechts gehen ich kann nach links gehen man kann die Scrollgeschwindigkeit einstellen von 1 langsam schaut selbst wie langsam das geht bis 7 sehr schnell seht ihr geht in alle Richtungen übrigens auch das geht auch so oder so ihr seht da geht schon die Post ab bei der Kamera 7 ist mir eindeutig zu schnell ich gehe wieder auf 4 wieder in den Preset 1 so wir wollten jetzt einen anderen Preset nehmen wir mal die Flasche hier die Bierflasche da gehen wir jetzt mal so versuchen wir mal hin zu gehen so dann bin ich mal da runter und dann zoomen wir da rein also das ist jetzt das Cursor Steuerkreuz PTZ Steuerung ist klar hoch runter rechts links und dann habt ihr hier oben wenn wir draufstehen Zoom Minus also rauszoomen das ist jetzt schon der maximale Weitwinkel oder eben reinzoomen und dann seht ihr Z1 2 4 das ist der maximale 4fach Zoom jetzt fokussiert er hier auf die Flaschen oder nehmen wir die Fernbedienung geht auch gehen wir hier auf die Fernbedienung so das wäre jetzt Preset 5 dann geht ihr einfach auf Preset 5 und auf das Klang des Zahnrad einstellen bumm so jetzt gehe ich wieder auf Preset 1 und wenn ich das Bild was ich eben gerade gespeichert habe wieder mir angucken will gehe ich auf Preset 5 klicke aufrufen und dann zoomt er da wieder hin simpel ne gehen wir wieder zurück zum Beispiel Preset 1 ihr könnt wenn ihr da Bock drauf habt bis zu 300 Presets festlegen das ist wirklich verrückt was ihr hier noch machen könnt also das ist ja hier reinzoomen die Lupe Lupe minus rauszoomen der optische Zoom ne 4 und wenn ihr dann stoppt wundert euch nicht er braucht immer er versucht das dann korrekt zu fokussieren da braucht man so 1-2 Gedenksekunden bis er das dann korrekt fokussiert hat und unten könnt ihr den Fokus auch wenn der mal daneben liegen sollte was ich bisher noch nicht erlebt habe könnt ihr das auch noch manuell einstellen wir können es aber machen seht ihr wie unscharf das wird also ihr könnt hier auch noch manuell fokussieren ne jetzt wird es unscharf aber wenn ich jetzt wieder auf Preset 1 gehe nach dem das kann man auch einstellen er soll immer automatisch fokussieren macht Sinn ne und dann habt ihr hier unten noch Iris Minus und Iris Plus so dann haben wir das den Hauptbildschirm sozusagen abgefrühstückt und abgearbeitet live an sich Wiedergabe und Bild Wiedergabe und Bild funktioniert nur wenn ihr eine SD-Karte drin habt die auch formatiert ist und auch funktioniert wir haben sie ja vorhin eingebaut die SD-Karte wir müssen sie noch formatieren das machen wir jetzt und stellen auch die Kamera oder ich zeige euch jetzt die ganzen Einstellmöglichkeiten und die Optionen die ihr mit der Kamera habt über die Konfiguration das ist eigentlich der wichtigste Menüpunkt wie gesagt es ist eine HIC Vision Firmware und die sieht bei allen Kameras von HIC Vision gleich aus so gehen wir erstmal auf den obersten Punkt lokal welche Protokolle benötigt werden lasst es einfach so beim Bildformat ob er die Bilder als BMP speichern soll oder JPEG dann könnt ihr noch einstellen die Einstellung der Aufzeichnungsdatei also wenn ihr zum Beispiel mal ein Video aufzeichnet die macht er dann einen Gigabyte groß und dann fängt er wieder ein neues Video an und ich möchte zum Beispiel bei Aufzeichnungen möchte ich dass er die hier rein knallt in diesen Ordner auf meiner Festplatte jo das könnt ihr natürlich dann auch bei Bildern genauso machen das könnt ihr dann individuell einstellen wo die Sachen landen sollen ja also lokal ist nicht ganz so viel einzustellen wie ihr seht aber wenn ihr eben eine Frage zu irgendwas habt dann klickt ihr auf Hilfe und dann bekommt ihr zu jedem Punkt hier eine Hilfe leider in englischer Sprache so jetzt muss ich hier wieder auf damit ich sie schließen kann so mach ich sie wieder groß ja ist einfach ne jetzt gehen wir zu System jetzt wird es schon ein bisschen umfangreicher unter Basisinformation findet ihr erstmal die Basisinformation welche Firmware es installiert und 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 bei den Hikvision Sachen ist es so die sind so ausgereift ihr braucht da keine Firmware Updates durchführen habt keine Panik wie bei anderen Herstellern dauernd neue Firmware rein knallen weil da Fehler rausgehauen werden die Hikvision Sachen sind ausgereift die funktionieren die sind fehlerfrei von daher werdet ihr da auch keine keine wahrscheinlich keine keinen Grund haben eine neue Firmware anzuspielen also ich habe es bisher noch nicht erlebt ja aber so habt ihr noch mehr Übersicht welche Firmware habe ich wie heißt das Modell wirklich konkret das ist nämlich das Modell i91bk ja dann gibt es noch die Zeiteinstellungen das ist natürlich wichtig die Zeiteinstellung ist die Einstellung wie die ihr hier in dem Hauptbild seht die die Kamera aufzeichnet hier oben Uhrzeit und Datum das ist mit Zeiteinstellungen gemeint ich gehe mal wieder zurück Zeiteinstellungen so da stellt ihr bitte die Zeitzone Berlin ein ist klar die Zeit sollte sich holen vom NTP Server da braucht ihr weiter gar nichts einstellen macht hier einfach einen Punkt rein ihr könnt auch manuell klickt einfach hier oben rauf klickt einmal auf Test dann wird das geprüft ob das funktioniert ob ihr sich die Zeit holt und dann könnt ihr natürlich in der Live-Ansicht sehen ob die Zeit stimmt also holt sich die Zeit der Kamera oder die Kamera holt sich die Zeit aus dem Internet ja auch nicht weiter kompliziert dann gibt es noch DST DST bedeutet Sommer-Winterzeit Umstellung läuft wenn ihr die Zeit aus dem Internet zieht vollautomatisch könnt ihr hier aber auch manuell festlegen solltet ihr in irgendeiner Ecke der Welt wohnen wo das alles ein bisschen komisch ist könnt ihr hier noch die Startzeit und die Endzeit von der Sommer- und Winterzeit einstellen dass ihr das dann kompensiert dann würdet ihr wahrscheinlich auch nicht die Zeit aus dem Internet ziehen sondern eine monuelle Zeitsynchronisierung durchführen und dann könnt ihr auch die Sommer- und Winterzeit so sie vorhanden ist entsprechend hier einstellen RS485 brauchen wir nicht weiter darauf eingehen und über das sind die Open Source Software Lizenzen auch langweilig für euch eher uninteressant also den Reiter haben wir schon abgehakt ihr braucht nur die Zeiteinstellung durchführen und das war's dann gehen wir auf Wartung bei der Wartung kann man zum Beispiel das Gerät jetzt neu starten dann kann man das Gerät zurücksetzen bis auf die IP-Parameter alle Parameter auf Standardwerte zurücksetzen wenn ich da jetzt auf Wiederherstellen gehe dann setzt ihr die Kamera falls ihr was verkonfiguriert haben solltet weil das sehr umfangreich ist was man hier machen kann kann man das alles wieder auf Standardwerte bis auf die IP-Parameter zurücksetzen oder eben alle Parameter auf Standardvorgaben zurücksetzen das wäre also quasi ein kompletter Reset das ist der Zustand wie wenn ihr die Kamera vom Hersteller nagelneu kauft dann kann man natürlich noch die Geräteparameter wenn ihr ganz viele Einstellungen vorgenommen habt exportieren und abspeichern irgendwo bei euch in eurem Netzwerk auf einer Festplatte auf einen Speicherstick wie auch immer und bei Bedarf solltet ihr da mal irgendwas vermurkst haben könnt ihr diese Geräteparameter wieder suchen mit der Suche Funktion hier und importieren in die Kamera oder solltet ihr 5 Kameras kaufen und ihr wollt alle 5 mit den identischen Konfigurationen ausstatten macht es ja keinen Sinn 5 mal das gleiche zu machen weil ihr seht nachher wenn wir im weiteren Dialog wenn wir weitergehen wie umfangreich das ist sondern ihr speichert für ein Gerät die Parameter und importiert sie in die anderen 4 Geräte zusätzlich rein bumm dann haben alle 5 Kameras die gleichen Grundeinstellungen und dann kann man noch Firmware-Updates hier unten durchführen werdet ihr wahrscheinlich gar nicht in die Schwalitäten kommen weil die Firmware ausgereift ist so gehen wir weiter Protokoll hier werden Protokolle abgelegt was mit der Kamera los ist wer darauf zugegriffen hat wann er darauf zugegriffen hat mit welcher IP er darauf zugegriffen hat und 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 hier bin ich weiter darauf ein das ist dann also quasi nochmal zum Prüfen wenn ihr mit der ganzen Familie darauf zugreift oder in der Firma ganz ganz viele Leute darauf zugreifen können wer wann was und wie gemacht hat also einfach nochmal für den Admin nochmal so ein zusätzlich eine Protokollliste eine Protokollliste so Zusatzlicht aktivieren Systemwartung Zusatzlicht aktivieren mit Zusatzlicht aktivieren das müsst ihr unbedingt anhaken Zusatzlicht sind die 4 Infrarot-LEDs die in der Kamera verbaut sind wollt ihr diese 4 Infrarot-LEDs nicht benutzen wollen nehmt hier den Haken raus äh ich weiß nicht ob der defaultmäßig gesetzt ist ich kann mich da jetzt nicht mehr nicht mehr dran erinnern aber da muss auf jeden Fall ein Haken drin sein dass wenn die Kamera nachts draußen ist dass diese 4 Infrarot-LEDs auch anspringen denn wenn sie nicht anspringen ist meistens der Haken hier nicht gesetzt ganz wichtig ja Software-Live-Ansicht-Verbindung 10 lasst das einfach so wie es hier eingestellt ist und dann gibt es noch ein Sicherheits-Audit-Protokoll das ist für euch also äh braucht ihr auch nicht also für euch ist eigentlich nur wichtig hier einen Haken reinzusetzen oder Wartung so und dann vergesst vergesst nicht wenn ihr hier irgendwas verändert dass ihr immer auf speichern klickt ne also einmal hier drauf drücken und dann kriegt ihr unten rechts einen Hinweis speichern erfolgreich wird gerne vergessen ne so kommen wir zur Sicherheit da gibt es hier äh also Authentifizierung braucht ihr auch nichts weiter machen IP-Adressfilter ist wie in eurem Router da könnt ihr verboten und erlaubt da könnt ihr verschiedene IPs erlauben oder verbieten die auf mit der Kamera arbeiten können äh das könnt ihr dann nochmal weiter noch weiter eingrenzen also IP-Adressfilter aktivieren ich glaube in jedem Router kann man das wohl auch naja nicht in jedem Router aber in vielen Routern Sicherheitsdienst Sperre für illegale Anmeldungen aktivieren ungültige Anmeldeversuche habe ich hier auf 7 gestellt und dann sperrt sich dann die Kamera also wenn jemand versucht die Kamera zu hacken und man gibt sie mal das falsche Passwort ein dann sperrt sich die Kamera für eine gewisse Zeit äh damit derjenige da nicht ständig da auf die Kamera zugreifen kann oder Hackversuche unternehmen kann und dann wird ihm schnell die Lust daran vergehen die Kamera zu hacken so ihr sie nach außen freigegeben habt ne und dann gibt es noch eine erweiterte Sicherheit erhöhte Sicherheit aktivieren kann man natürlich dann gehen wir mal in die Hilfe was das bedeutet Advanced Security ist enabled das muss ich mir selbst mal durchlesen ach so dann wird das ganze verschlüsselt übertragen bla 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 sind enabled control timeout bla bla also für mich eher unwichtig im heimischen Netzwerk es kommt von außen kann ja gar keiner rankommen aber wenn ihr das noch weiter auf die Spitze treiben wollt könnt ihr das natürlich auch machen äh Steuerungszeitüberschreitung aktivieren nach 15 Minuten Steuerungstimeout habe ich euch auf 15 Minuten eingestellt ist glaube ich auch die Default Einstellung das war im Grunde genommen die Geschichte also eigentlich braucht ihr hier gar nichts weitermachen alles gut könnt ihr mal durchklicken und ich werde durchlesen vielleicht auch die Hilfe wenn ihr da Interesse dran habt hier kann man auch Benutzer verwalten wenn ihr nicht der einzige sein wollt ihr seht hier Admin Administrator mit dem bin ich ja jetzt gerade drin seht ihr hier oben äh seht ihr hier oben und äh man kann auch neue Nutzer hinzufügen zum Beispiel Betreiber und Benutzer so und jedem und den Betreiber und den Benutzer ihr seht es schon beim Benutzer das hat die geringste Priorität ähm kann man verschiedene Möglichkeiten einräumen was er alles mit der Kamera machen kann zum Beispiel ein Betreiber oder ein Benutzer soll ja eigentlich nur live das Bild sehen können ihr könntet ihm auch sagen ne warte mal dann müsstet ihr Betreiber wählen ihr könntet aber auch sagen er soll noch zusätzlich so das könnt ihr hier alles ausschalten er soll die Remote-Live-Ansicht haben dieser Betreiber mit dem Namen und dem Passwort was ihr dann vergebt und er soll noch auch noch zoomen und schwenken können so mehr soll er mehr darf er nicht das könnt ihr dann auch einstellen ich weiß gar nicht wieviel man dazu lassen kann ich glaube 256 Benutzer kann man da in die Kamera eintragen schon verrückt hier kann man die Online-Benutzer checken das bin ich jetzt in diesem Moment Admin-Administrator mit der IP habe ich mich in die Kamera eingeloggt und um 22.06 so sieht es aus Netzwerk ja die Netzwerkeinstellungen die IP wurde hier die 192.168.176 wurde von meinem Router vergeben natürlich habe ich bei dem Router bei der MAC-Adresse hier die muss ich schwärzen also jedenfalls bei der MAC-Adresse in meinem Router habe ich dann definiert wenn diese MAC-Adresse sich mit dem Netzwerk hier mit dem heimischen Netzwerk verbindet gebe ich ihm immer die 176 das habe ich da fest eingestellt ja man kann ihm natürlich hier auch eine feste IP-Adresse verpassen wenn man es denn möchte also ich habe das so eingestellt hier das funktioniert bei mir ganz ausgezeichnet jo Test habe ich noch nie angeklickt mal gucken was passiert Test läuft lassen wir mal laufen ne die Adresse wird nicht verwendet ok achso wenn man hier wahrscheinlich eine eigene IP benutzen will kann man denn das Netzwerk checken ob da schon irgendein Gerät mit der entsprechenden Wunsch-IP vorhanden ist ok DDNS Server den habe ich bei mir über die Synology laufen könnt ihr wenn ihr an die Kamera von außen ran wollt also auf dieses was ihr jetzt gerade seht von außen zugreifen wollt dann müsst ihr natürlich aus dem Internet erreichbar sein über einen DDNS Server und ja das ist ja bei mir www.pallickeystinology.me ist das bei mir ja müsst ihr dann gucken was wir hier vor allem nutzen im Grunde braucht es auch keine derjenige der solche Sachen macht der hat dann auch schon einen Dyn-DNS Zugang ja das ist für euch eher unwichtig die Ports wären noch wichtig HTTP-Port das ist Port 80 über den haben wir jetzt gerade zugegriffen da gibt es noch den HTTPS-Port das ist 443 da kriegt ihr nichts von mit wenn ihr HTTPS eingebt also verschlüsselte Übertragung dann wird dann automatisch der Port 443 benutzt dann haben wir natürlich noch einen Server-Port der bei OnWiV Applikationen nachher interessant wird aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen so das können wir mal so das braucht ihr nicht Multicast braucht ihr auch nicht also im Grunde genommen braucht ihr das sind alles nur so Infos lasst es einfach so wie es ist das könnte mal interessant werden wenn ihr dritt Software einsetzt achso RTSP-Port der ist zum Beispiel interessant nachher wenn ihr über einen VLC-Player euch das Bild abgreifen wollt als Beispiel jetzt so waren wir da jetzt durch dann haben wir noch die erweiterten Einstellungen dann seht ihr schon hier geht es hart ab äh vergisst das alles braucht ihr nicht FTP das ist jetzt wieder interessant FTP da gibt ihr jetzt eine FTP-Server-Adresse ein die Port 21 ich glaube sogar SFTP müsste auch gehen das wäre dann Port 22 habe ich aber noch nie ausprobiert benutzt der Name und Passwort also wenn ihr jetzt einen FTP-Server laufen habt zum Beispiel die Fritzbox kann das dann könnt ihr ähm später mal die ganzen Bilder auf der Fritzbox abspeichern lassen im Stammverzeichnis speichern kann man dann auch noch sagen wo denn gespeichert werden soll Bildarchivierungsintervall da kann man noch Intervalle eingeben wo er zum Beispiel wo man dann zum Beispiel angibt er soll jede Stunde äh jeden Tag ein Bild da rein auf den FTP-Server zum Beispiel kopieren und den Bildname Standard kann man dann auch noch benutzen definierten Präfix kann man das Ganze dann auch noch Bilder schonen und dann heißen die Bilder dann Bilder schonen oder eins Bilder schonen zwei und so weiter und so fort mach mich aber jetzt mal weg ja und dann kann man das auch noch testen ob die Eingaben stimmen und dann gucken wir auf seine Fritzbox ob die Sachen da auch angekommen sind wird nachher wichtig im Alarmierungsfall dass auch die Bilder zum Beispiel auf dem FTP-Server umkopiert werden das muss nicht euer FTP-Server sein kann weltweit irgendein FTP-Server sein wenn ihr irgendwo einen FTP-Zugang habt sogar bei mir ich habe ja auch einen FTP-Server laufen wenn ihr sagt pass mal auf Perle kannst du mir mal einen FTP-Server-Zugang einrichten ich möchte die Sachen von meiner Kamera wenn er irgendwas sieht ein Alarm detektiert die Sachen sollen dann übers Internet weil die auf dem Server kopiert werden dann sind sie dezentral gesichert ja könnt ihr hier eintragen das gleiche auch mit E-Mail hier könnt ihr drei E-Mail-Empfänger spezifizieren wo zum Beispiel Alarmbenachrichtigungen per E-Mail mit Bildanhang an die entsprechende Empfängeradresse geschickt werden Plattformzugriff Zugriffsmodus der Plattformzugriff der ist zum Beispiel wichtig wenn ihr die App nachher installiert auf euer oder wenn ihr die wenn ihr eine App installieren solltet für euer Android oder für euer Apple Device also für euer Smartphone macht auf jeden Fall einen Haken rein weil ihr werdet da nachher nach gefragt wenn ihr die App installiert und benutzen wollt ja was bedeutet die Plattformzugriff die Kamera ich habe das jetzt hier aktiviert Server IP Adresse die Kamera baut jetzt eine Verbindung auf übers Internet zu Guardianvision.com meldet sich dort an und ja wenn sie sich dann angemeldet hat dann weiß diese diese Plattform Guardianvision.com weiß die die IP der Kamera weiß also quasi wo die Kamera steht wo sie herkommt also weiß die IP wenn ihr jetzt mit eurer App die Guardian Vision App sozusagen installiert von Enke denn macht ihr genau das gleiche die meldet sich an und sagt pass mal auf ich möchte mich mit der Kamera verbinden so die beiden die beiden kommunizieren miteinander und der der Hauptgrund dass das so gemacht wird ist folgender eine Alarmdetektierung wenn die Kamera einen Alarm detektiert meldet die Kamera das an diesen Guardian Vision Service ist euer Handy ist auch mit dem Guardian Vision Service verbunden und der Guardian Vision Service fungiert also quasi als Vermittler und sagt Achtung es ist ein Alarm aufgetaucht und dann macht es macht es in eurem Handy Ding 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 Achtung Alarm wurde detektiert so funktioniert das Ganze weil die Kamera spricht nicht direkt also mit eurem Handy wie sollte sie das auch können sondern spricht quasi mit einem Zwischenhändler und dieser Zwischenhändler ist diese Geschichte hier ihr müsst nur wenn ihr die App installieren wollt müsst ihr auf jeden Fall hier einen Haken reinsetzen Upsala also hier einen Haken reinsetzen zack und ein Verifizierungscode müsst ihr euch ausdenken denkt euch ein Passwort aus macht es möglichst einfach nehmt das gleiche Passwort was ihr in eurem Admin Zugang genommen habt damit ihr nicht 15 verschiedene Passwörter habt nehmt das gleiche Passwort was ihr für den Kamera Zugang habt auch als Verifizierungscode für den Plattform Zugriff merkt euch das einfach macht es klickt auf Speichern und gut ist kommen wir nachher zu wenn wir die App installieren da braucht ihr weiter gar nichts machen HTTPS habe ich natürlich aktiviert für euch unwichtig in der Regel für euch unwichtig alle Spezialfunktionen unwichtig nein nicht unwichtig Integrationsprotokoll könnte wichtig werden wenn ihr eine Drittparty Software habt die kein Preset hat für diese Kamera dann könnt ihr OnWave aktivieren und ihr könnt Benutzer hinzufügen und dann gebt ihr dann ein Test Passwort Tester achso darf nicht muss was anderes sein PerleTV und PerleTV ich habe mich hier vertippt PerleTV Mediennutzer Administrator äh Administrator oder Betreiber machen wir mal Administrator so bumm macht er nicht achso ich muss das auch noch PerleTV so PerleTV so Nein will ich nicht speichern das habe ich ja nur zum Testen gemacht so jetzt seht ihr hier Benutzername Test ist ein Administrator das Kennwort habt ihr euch ja auch gemerkt wenn ihr zum Beispiel eine Drittsoftware benutzen sollte die OnWave fähig ist dann sagt ihr in der Drittsoftware Achtung ich habe eine Kamera die ist OnWave fähig die und die IP-Nummer äh die und die IP-Adresse und dann gebt ihr hier den Benutzernamen ein äh und das Kennwort das wir spezifiziert haben sowas kann man natürlich auch wieder entfernen und löschen also so bekommt ihr die Kamera in jede Software eingebunden völlig easy äh ich brauche es nicht OnWave fähig weil meine Synology mit dem Equation Preset prima funktioniert äh aber wie gesagt wenn ihr da einen Haken rein macht auch digitale Videorekorder es gibt ja digitale NVRs heißen die Teile in so ein NVR System könnt ihr die Kamera natürlich auch ganz bequem einbinden auch von muss nicht von Enkel sein kann auch von einem anderen Hersteller sein und dann nutzt ihr hier die OnWave Funktion ne zack so ich mache es wieder aus spreche ich erstmal ab sicherheitshalber dass ich da was verstellt habe so dann haben wir noch Netzwerkdienste lasst es so wie es ist und dann gibt es noch HTTP räuchen braucht ihr nicht äh für euch dürfte nur interessant sein falls ihr einen FTP Server benutzen wollt dass die Sachen auf dem FTP Server ausgelagert werden den da eintragen und auf jeden Fall die E-Mail Adressen ganz klar damit ihr eine E-Mail Benachrichtigung mit Bildanhang bekommt ne jo das war die Geschichte ja das ist also ein bisschen komplex die ganze Geschichte das wird noch komplexer so jetzt kommen wir zu der Video und Audio Sektion ich hoffe ihr könnt noch äh da haben wir erstmal Video Audio ok kann man nicht ganz so viel einstellen doch auch einiges Mikrofon in das funktioniert wirklich astrein ich habe es auf den Standardwert gelassen 50 das ist schon heftig laut und dann gibt es noch einen Umgebungsrauschfilter den kann man ein und ausschalten ne also so wird dann zum Beispiel ja also so Hintergrundrausch schon rausgefiltert ne also astrein das Audio also da braucht ihr eigentlich gar nichts machen funktioniert gut so und dann haben wir wie gehen wir wieder auf den ersten Reiter Video da haben wir Streamtyp Mainstream und Substream das werdet ihr von Anfang noch kennen hatte ich ja erzählt es gibt einmal einen Hauptstream und einen Substream und beide kann man natürlich einstellen so ich habe jetzt den Mainstream habe ich bei mir so eingestellt er soll Video und Audio aufzeichnen ich könnte natürlich auch sagen nur Video aber oder in den Stream mit einbauen auch das Audio weil das habe ich so eingestellt ich benutze bei meiner Synology benutze ich es ne wobei Moment bei einer Synology wird das natürlich mit aufgezeichnet das Audio so ich bräuchte es aber eigentlich nicht benutzen ich könnte auch sagen ich will nur einen Videostream aber das nehme ich dann auf aber das ist für mich eher unwichtig aber das ist wenn das anbietet warum nicht so dann kann man noch eine Auflösung spezifizieren nehmt die höchste Auflösung dann kann man die Bitrate spezifizieren variabel und konstant nehmt variabel die Bildqualität ich habe es bei mir persönlich auf höchste Bildqualität gestellt die Bildrate habe ich bei mir auf die höchste Bildrate gestellt 25 Bilder pro Sekunde die maximale Bitrate habe ich auf die höchste maximale Bitrate gestellt das wird es kommt immer auf die Umgebung und die Netzwerkumgebung an wie das bei euch zuhause aufgebaut ist also ich kann das so laufen lassen das gibt mein Netzwerk hier so her das ist überhaupt kein Problem die Videokodierung wobei diese 16 Megabit also wenn ich das zum Beispiel mit dem Repeater laufen lasse da muss man aufpassen ne also da würde ich denn beim Repeater muss es wahrscheinlich auf 4 runter gehen aber ich lasse es jetzt so laufen jetzt momentan laufen die Daten über meine Stromleitung über einen Homeplug woher weiß ich das ich kann euch das jetzt zeigen in der Live-Ansicht ich habe das mich vorhin verändert da unten seht ihr den mein Rock Space wenn der hier oben in der Ecke ist hat der ein bisschen Probleme upsala da ist er zu sehen hier wo meine Maus rumfuchtelt dann gehen wir wieder auf Preset 1 alten Zustand wieder zurück so gehen wir wieder in die Konfiguration also müsst ihr selbst ausprobieren fangt mit der höchsten Daten oder fangt mit einer mittleren Datenrate an sagen wir mal 2048 ich gehe mal ganz runter auf ich gehe mal auf 1024 ich speichere das ab und dann gucken wir uns mal die Bildqualität an ihr seht ja ihr seht hier bei der Bit bei 1024 also bei einem Megabit das ist wird pixelig riecht auch mit hier ne und insbesondere wenn ich jetzt schwenke dann sieht man das ganz deutlich seht ihr das das ist einfach zu wenig klar wenn natürlich jetzt keine Bewegung mehr im Bild ist dann hat er es natürlich einfach aber das ist keine Bandbreite für eine Kamera also 1024 Kbps ist zu wenig ab 4 wird es schon richtig gut ich gehe mal auf 4 und dann zeige ich euch das auch nochmal damit kann man schon arbeiten das ist schon anständig wenn ich jetzt ein bisschen zoomen hier zack zack beim Schwenken klar pixel der weil da kommt die Bandbreite doch an die Grenzen aber ist relativ schnell wenn wenig Veränderungen im Bild sind ist er relativ schnell wieder prima so aber ich lasse gerne auf höchste Qualität laufen alles ich stelle hier wieder auf 16 3 8 4 Kbps das ist schon heftig das ist wirklich heftig dann könnt ihr natürlich das das Video Coding einstellen ob ein H2 2 64 Video Encoder benutzen soll oder ein H2 65 H2 65 spart natürlich auch jede Menge Platz das beherrscht auch aber nicht alle Third Party Programme oder NVRs kommen mit diesen mit dem nagelneuesten Stream klar man kann natürlich auch H2 64 Plus aktivieren oder deaktivieren ja als Profil habe ich hier Basisprofil laufen es gibt noch Hauptprofil und H2 Profil kommt immer auf euren Anwendungen drauf an nimmt Basisprofil und seid ihr dann immer schon mal auf der sicheren Seite iFrame Intervall habe ich 25 Frames gelassen ja SVC kann man hier noch einschalten automatisch laufen lassen oder ausschalten das ganze kann man natürlich auch noch glätten ja stellt das einfach so ein wie es haben wollt Audio achso übrigens da waren wir noch nicht fertig das war der Mainstream und das gleiche macht ihr natürlich auch für den Substream der Mainstream und der Substream sind separat einstellbar äh da habe ich scheiße geworrt er soll mit 10 Bildern das ist nachher für das Handy wichtig aber nicht mit dieser Monster Bandbreite so vor allem bei der kleinen Auflösung da reicht noch viel weniger 512 sind da schon ausreichend ich gucke mir das mal ganz kurz an den Substream den wenn wir auf 2 gehen dann sehen wir den mal gucken ja das reicht mal aus ich will nur eine Basisinformation wissen ist da was ist da nix dann gehen wir wieder auf den Hauptstream um mal schnell zu gucken jo das könnt ihr mit dem Substream dann eben auch machen so das hat das natürlich hat das übernommen hatte ich gespeichert ja ne ja 512 ja machen wir 1024 so könnt ihr natürlich genau das gleiche einstellen hier ist noch zusätzlich beim Substream äh als Profil MJPEG ist überhaupt nicht mehr gebräuchlich also nehmt H264 oder H265 je nachdem wie ihr wollt ansonsten ist das das gleiche also man kann beide Streamvarianten individualisieren audio hatte ich euch vorhin gezeigt denn roi ist was bedeutet roi roi bedeutet man kann Bereiche festlegen wo besonders viel Bandbreite investiert wird das ist zum Beispiel interessant wenn ihr zum Beispiel ein Ladengeschäft haben solltet und hier ist die Eingangstür so und wenn da jemand reinkommen sollte dann könnt ihr diesen Bereich diese Eingangstür besonders scharf er soll hier viel von der Bandbreite benutzen in diesem kleinen Fenster in dem Eingangsbereich weil der Bereich wo sowieso nur die Milch steht oder sonst irgendwas oder Klamotten oder wie auch immer ist denn für euch eher unwichtig für euch ist erstmal nur wichtig der Eingangsbereich und auch noch vier einzelne Bereiche könnt ihr hier auch spezifizieren ähm wo die Bandbreite hingeschoben werden soll um ein möglichst hochwertiges Ergebnis in diesem Bereich zu erlangen das kann man mit roi machen steht auch in der Hilfe drin könnt ihr euch durchlesen wenn ihr da Bock drauf habt hier roi der Grund warum es das gibt Region of Interest heißt das roi also da wird quasi die Bandbreite hingeschoben in diese Region man kann vier Regionen kann man hier spezifizieren vier Bereiche ihr seht hier ich habe hier ein Fenster gezogen der ganze Bereich ist für mich Region of Interest also er soll die Bandbreite die ich eingestellt habe weil ich ja sowieso genug Bandbreite hier habe er soll er volle Bandbreite benutzen in dem für das gesamte Bild aber ich könnte das natürlich auch verändern ich kann natürlich auch sagen pass mal auf Bereiche löschen ich lege jetzt neuen Bereich fest er soll mir nur Zeichen stoppen dann speichere ich das ab er soll mir nur diesen Bereich da soll er möglichst viel Bandbreite reinschieben das soll immer scharf sein und der Rest wäre nicht schlimm wenn das irgendwie nicht ganz so scharf wäre dadurch so ich lösche das mal wieder weg und mache wieder den gesamten Bereich hier Moment zack zack also das ganze Bild ist für mich Region of Interest ne so speichern pruff jo könnt ihr mit rumexperimentieren wenn ihr Bandbreitenprobleme habt könnt ihr das noch optimieren Dual VCA aktivieren das ist für uns unwichtig so das war Video und der Audio das sind also quasi nur alles Grundeinstellungen die ihr durchführen könnt das ist schon so ein bisschen spezieller her jetzt kommen wir zu den Bildeinstellungen oder allgemein wie sieht das eigentlich aus soweit vom Bild her soll ich mal runter gehen und dann gucken wir uns das an ich gehe mal runter und latsche mal rum dann nehmen wir einen Eindruck davon bekommen wie die Qualität ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die sind schon echt gut. Tagsüber, nachts, morgens und so weiter und so fort. Man kann sich das natürlich auch mit und zertifizierter anlegen. Aber ich finde das Bild, das schockt schon, das ist in Ordnung. Und man kann natürlich dann auch gucken hier, die vorher abgespeicherten Presets, die kann man sich dann hier auch nochmal genauer angucken, ob das lichttechnisch und sättigungstechnisch alles so passt, wie man es haben will. Man kann natürlich auch manuell ein bisschen experimentieren. Das ist quasi für das Preset innen. Man kann das aber für alle hier einzeln einstellen, je nachdem, wie man die Kamera nachher laufen lassen will. Das sind einfach die Bildeinstellungen. Wie gesagt, Helligkeit 50, man kann das natürlich übertreiben 90. Ich mache es mal heller, seht ihr? Da wird es ein bisschen kitschbunter. Oder wird es deutlich heller. Also jetzt gehen wir in die Live-Ansicht und dann seht ihr das auch. Ja, könnt ihr mit rumspielen. Könnt ihr euch nach Gusto einstellen. Seht ihr, die Tischdecke ist total überstrahlt. Viel zu hell. Okay, also weniger ist da manchmal mehr. Wir wollen ja Detailinformationen haben bei einer Überwachung. Also lasst es auf 50. Man kann natürlich auch direkt hier in das Fenster reingehen und 50 eintippen. Zack. Die sind schon nicht schlecht, aber hier könnt ihr, Helligkeit ist klar, Kontrast auch klar. Sättigung ist also Farbe oder Schwarz-Weiß. 30 ist das jetzt hier. Wenn ich jetzt auf 0 gehe, dann haben wir Schwarz-Weiß. Und wenn ich auf 100 gehe, dann haben wir es wahrscheinlich quietschbunt. Ja, völlig übertrieben. 30 ist hier voreingestellt gewesen. Das würde ich auch so lassen. Passt meiner Meinung nach ganz gut. Und dann kann man auch die Schärfe einstellen. Wenn es euch zu scharf ist, das Bild, dann geht weiter runter. Und wenn es euch nicht scharf genug ist, dann schärft es halt eben ein bisschen nach. Aber passt da ein bisschen auf. Ich finde, der Mittel wird auch ganz gut. Also ich mache mal Bildanpassung aus, dann stört uns das nicht mehr. Dann haben wir noch die Belichtungseinstellung. Die kann man auch komplett konfigurieren. Lass sie auf Auto. Maximale Verschlussgrenzwert auf 1,25 Sekunde. Der minimale Grenzwert ist 1,30. Dann gibt es noch ein Verstärkungslimit. Das ist zum Beispiel bei der Szene Nacht zum Beispiel ganz interessant. Wenn ich jetzt auf nicht Nacht. Dann können wir mal machen. Ich gehe jetzt mal auf Nacht. Also, wenn ihr nachts zum Beispiel was einstellen wollt, für das Preset außen, für die Nachteinstellung, dann könnt ihr am Verstärkungslimit rumfummeln. Dann könnt ihr da runter setzen. Dann wird es ein bisschen dunkler. Das ist aber für nachts unheimlich wichtig, damit nichts überstrahlt. Ihr seht, hier passiert doch ein bisschen was. Gehen wir aber auf 100. 100 ist viel zu hoch. Wobei, bis 100 geht gar nicht. Geht nur bis 94. Also es passiert dann eigentlich ganz so viel. Aber dieses Verstärkungslimit ist nachher wichtig, wenn ihr zum Beispiel per Infrarot Sachen macht, damit die nicht über totgestrahlt werden oder überstrahlt werden. Denn macht es manchmal Sinn, die nicht am Kontrast zu regeln oder an der Helligkeit zu regeln, sondern einfach das Verstärkungslimit runterzusetzen. Auf 27 oder 25 oder 8, so zum Beispiel. Dass man einfach das Verstärkungslimit ein bisschen runter setzt und dann überstrahlen die Gesichter von den Infrarot-LEDs auch nicht mehr. Was war hier der Default-Wert-Standard? Ich gehe mal auf Standard. Standard wieder herstellen. 50, okay. Farbe kommt gleich wieder. Brauchen wir einen Momentchen. Ne, 94 war es. Okay. 94 war es. Ja, also könnt ihr den Verstärker, könnt ihr dann ein bisschen reduzieren. Das ist aber für nachts nur wichtig. Slow Shutter an, aus würde ich erstmal gar nichts machen. Also hier könnt ihr verschiedene Situationen sozusagen ausprobieren. Belichtungseinstellungen erstmal, was die Bildanpassung angeht. Und auch was die Belichtungseinstellungen, darüber kann man auch eine ganze Menge machen. Insbesondere über das Verstärkungslimit. Fand ich sehr, sehr hilfreich für die perfekten Einstellungen, für mich perfekten Einstellungen für nachts. Dass, wenn man zu dicht an die Kamera kommt, dass das Gesicht nicht weiß wird, sondern dass das Gesicht noch Zeichnungen hat und erkannt werden kann. Trotz massivem Infrarot-Einsatzes oder trotz eines massiven Einsatzes von Infrarot-Licht. Unter anderem die vier starken Infrarot-Lichter in der Kamera oder eben mein Flutlicht. Merkt euch das einfach mal. Für Sonderspezialsituationen, um da eine Lösung zu finden. Das fand ich echt hilfreich. Ich habe da lange herum experimentiert, da super Einstellungen zu finden. Und über das Verstärkungslimit habe ich es hingekriegt. Ja, Fokus, lasst es einfach so. Da kann man den Fokus einstellen, Semi-Auto, manuell und und und. Also wenn ich jetzt auf manuell stelle, dann würde er über den Fokus überhaupt nicht einstellen. Macht einfach Semi-Auto, denn stellt er den Fokus immer dann ein, wenn irgendeine Veränderung stattfindet, wenn eine neue Position angefahren wird. Ja, unwichtig. Tag-Nacht-Umschaltung, das ist wiederum ganz wichtig. Das macht er natürlich automatisch. Man kann es natürlich auch manuell machen oder zeitgesteuert das Ganze laufen lassen. Dann kann man auch die Empfindlichkeit einstellen für die Umschaltung. Manchmal schaltet er eben nicht in den Nachtmodus. Wenn ihr draußen noch eine kleine Lampe habt, aber die ist so schwach, die Außenlampe, dass ihr sagt, ne, er sollte auf jeden Fall automatisch in den Nachtmodus schalten, kann man hier noch die Empfindlichkeit dieses Hell-Dunkel-Sensors auch noch ein bisschen einstellen, aber nur in drei Stufen. Intelligentes Zusatzlicht einstellen, das ist für diese Kamera eher unwichtig. Da braucht ihr ein anderes Kameramodell. Ist aber hier halt mit drin, aber hat keine Funktion. Infrarotlichtmodus soll es automatisch machen, da könnt ihr auch nichts weiter einstellen. Und dann könnt ihr hier noch eine Helligkeitsgrenze einstellen. Und diese Helligkeitsgrenze ist keine Grenze, das ist einfach die Helligkeit des Infrarotlichtes. Wie demonstriere ich euch das? Ich gehe mal runter, mache das Licht aus. So, jetzt kann man das ganz gut sehen. Die Kamera hat jetzt umgeschaltet in den Nachtmodus. Wenn ich jetzt zum Beispiel schwenke hier, dann seht ihr das auch, dass die Infrarot-LEDs leuchten. Allerdings nicht sehr hell. Das ist ein 23 Quadratmeter Raum. Wenn wir jetzt in die Live-Ansicht gehen, dann seht ihr das auch. Also es ist nicht sonderlich hell, was manchmal gar nicht so schlecht ist. Es ist zu dunkel. Also es müsste mehr Infrarotlicht da drin sein. Ja, das kann man hier rüber nämlich einstellen. Über die Helligkeitsgrenze. Das ist nämlich keine Helligkeitsgrenze, das ist einfach nur die Helligkeit der Infrarot-LEDs. Wenn wir jetzt hier auf 100% gehen, dann leuchten die volle Möhre. Dann sind die jetzt auf 100% eingestellt. Und wenn wir auf 0 gehen, dann sind sie quasi aus. Seht ihr? Dann ist das Bild fast schwarz. Also was heißt quasi aus? Sie sind aus. So, lass mal gucken, was wir da sehen. Wir sehen nur Gonex. Ja, da blinkert eher was. Aber ansonsten sehen wir da nichts. Also stellen wir die Infrarot-Helligkeit, die vier LEDs, auf volle Pulle. Und das passt dann schon. So, wenn wir jetzt hier noch einzoomen. Dann seht ihr auch, dass man alle Details erkennt. Man kann das lesen. Power-Rate. Man kann sehen, das ist ein Bier. Hier sind vier Fernbedienungen. Passt schon mal. Also für innen reicht die Kraft der vier Infrarot-LEDs. Ich stimme mal das Preset 1 mal wieder ein. Reicht vollkommen aus. Um eine anständige Überwachung zu realisieren. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich da jetzt unten rum renne? Ich gehe mal runter und dann gucken wir uns das mal an mit den Einstellungen, die wir jetzt haben. So, dann schauen wir uns das mal an. So, dann schauen wir uns das mal an. Das war's. Das war's. So wunderbar, habe ich mir gerade mal angeguckt. Ja, hat ganz gut funktioniert. Aber ihr seht, für Innenräume sind diese vier LEDs brauchbar. Und draußen geht es auch, aber eben 10 Meter würde ich sagen. Und dann hört es wirklich auf. Also 20 Meter was entfernt, sie bewegt. Das seht ihr nicht mehr ohne eine Zusatzbeleuchtung. Ohne das Zusatzflutlicht. Da kommen wir aber nachher später drauf zu sprechen. Meine Lieben, da zeige ich euch noch Beispiele, wie das Ganze nachher draußen aussieht und wie man das aufbauen sollte. Wenn ihr natürlich im Umkreis von 10 Metern alles gut haben wollt, drauf haben wollt, ist in Ordnung. Stellt aber, denkt dran, das ist meine persönliche Empfehlung, die Infrarot-LEDs, dadurch, dass es nur vier Stück sind und die sind außenrum noch um den Regen. Also im Grunde genommen wird der Raum von zwei LEDs nur ausgeleuchtet. Stellt die Helligkeitsgrenze, die keine Grenze ist, sondern ein Helligkeitsvolumen sozusagen oder ein Powerregler für die Helligkeit der Infrarot-LEDs. Stellt die auf 100 Prozent, dass sie volle Möhre feuern. Dass da ein bisschen Licht reinkommt in die Bude. Übrigens unten, wo ich da gerade rumgetabbert bin, das ist da stockduster. Ihr seht, hier habe ich da auch noch die Stalusen runter. Von draußen kommt auch kein Licht rein. Also das ist da drin stockdunkel. Deswegen musste ich da auch so ein bisschen rumeiern um den Tisch, um da nicht auf die Schnauze zu fliegen. Ohne Licht ist doof. Aber ihr konntet mich halt dabei sehen und ich habe nichts gesehen. Also für mich war alles nur schwarz da drin. Ja, Tag-Nacht-Umschaltung. Bumm. Ja, alles klar. Lasst es auf Auto und im Zweifel könnt ihr hier noch mit den Werten rumspielen. Diesen Wert hier solltet ihr auf 100 stellen. Dann haben wir noch die Gegenlichteinstellung. Kann ich euch nochmal einblenden. WDR, da haben wir vorhin schon von gesprochen. BLC und HLC. Das ist Backlight Compensation und das ist Headlight Compensation. Irgendwie so heißt das, glaube ich. Lass mal gucken hier Hilfe. Priorität ihres Prioritets. WDR, HLC haben wir es doch. Genau, BLC, wenn man zum Beispiel im Hintergrund ein starkes, helles Licht hat, kann man über die BLC-Funktion das sozusagen kompensieren. WDR ist richtig geil. Für nachts super geeignet, finde ich das. Die WDR-Funktion. Und HLC, also WDR bedeutet also quasi, wenn vorne was zu hell ist, wird es runter reduziert und wenn hin, was zu dunkel ist, wird es angehoben. Das ganze Bild sieht homogener aus. Also es ist quasi eine sichtbare Fläche, ohne irgendwelche Highlights und zu dunkle Stellen. Dafür benutzt man WDR, kann man natürlich auch individuell einstellen. Und HLC ist Headlight Compensation. Also das ist dann quasi, wenn von vorne Licht direkt rein strahlt. Wenn von vorne ein Autoscheinwerfer kommen würde, könnte man über HLC zum Beispiel das Ganze kompensieren. Also es ist schon heftig. Könnte ich euch jetzt hier in dem Bereich mal so ein Bild einblenden, wo das Ganze ein bisschen erklärt wird. Also BLC und HLC, das ist eine Spezialfunktion, wenn die in ganz speziellen Anwendungen montiert wird, könnte das zum Tragen kommen. WDR finde ich persönlich, das ist eine coole Funktion, die WDR-Funktion. Kann man dann einschalten und bei WDR, wenn man es einschaltet, kann man auch noch den Level einschalten. Wie stark soll WDR, hatten wir ja vorhin auch schon gemacht, das Wide Dynamic Range wirken. Und, ja, kann man dann so ein bisschen konfigurieren sozusagen, auf seine Gegebenheiten. Wenn ihr zum Beispiel außen vor der Tür die Kamera laufen lasst, braucht ihr überhaupt gar keine Tag-Nacht-Umschaltung haben. Wenn ihr draußen sowieso rund um die Uhr eine Beleuchtung hängen habt, die die ganze Nacht leuchtet, dann könnt ihr die Kamera die ganze Zeit in einem Mondes laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, da braucht ihr also nicht die Infrarot-LEDs, aber wenn es wirklich draußen stockduster ist, macht Sinn. Ja, gegen Lichtanstellung hatten wir auch schon, Weißabgleich. Lasst ihn auf Auto, man kann da verschiedene Geschichten hier einstellen, dass das Weiß auch wirklich weiß ist. Die Automatik funktioniert ganz gut, finde ich. Bildoptimierung, digitale Rauschunterdrückung, habe ich auf Normal gestellt. Man kann auch noch Experten-Modus gehen. Ja, das ist was für Profis, da könnt ihr euch austoben. Ich lasse es einfach auf Normal stehen und habe dann den Pegel, das ist, glaube ich, die Default-Einstellung auf 50 gestellt für die digitale Rauschunterdrückung. Macht ihr zu wenig Rauschunterdrückung, denn ich kann es ja mal den Pegel auf 0 setzen. Wir gucken uns das mal an, ob man da ein Rauschen im Bild sieht. Mal schauen. Ja, man sieht den Rauschen hier an den. Achtet mal hier auf diese, ihr seht das, die Holzpaneele. Da haben wir so ein bisschen Ameisenporno, ne? Ein leichtes Rauschen ist jetzt vorhanden. So, und ich stelle jetzt wieder auf 50. Übertreibt es nicht. Stellt es nämlich zu hoch ein, dann wird das Bild nachher wie ein Aquarell, ne? So, jetzt gucken wir uns die Paneele nochmal an. Mit der mittleren Rauschunterdrückung. Und das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, es sieht besser aus, deutlich besser sogar. Jo, okay. Könnt ihr euch auch austoben, was die Rauschunterdrückung angeht? Ich finde, die arbeitet aber defaultmäßig sehr, sehr gut. Also, ich lasse sie auf Normal. Eis bedeutet Entfeuchtungsgeschichte haben wir nicht. Ja, das wäre die Geschichte um die Bildoptimierung. Braucht ihr eigentlich weiter gar nichts einstellen. Passt eigentlich schon alles von defaultmäßig. Videoeinstellung, Spiegel. Das ist ein bisschen dumm, doof übersetzt. Wenn ich jetzt Mitte mache, seht ihr? Denn, wenn ihr die Kamera andersrum montieren würdet, dann könntet ihr sozusagen das Bild spiegeln. Na gut, Spiegel wäre dann, ja, Bild spiegeln, passt schon, ne? Bild spiegeln ist aus. Sie hängt so, wie sie hängen soll. Aber wenn ihr sie andersrum montieren solltet, ginge auch. Dann könnt ihr das aber anpassen. Klar, damit das Bild nicht auf dem Kopf steht. Videostandard PAL 50 Hertz. Solltet ihr in die USA mit der Kamera verreisen, stellt auf 60 Hertz. Das war Video-Einstellung, muss man auch nichts weiter machen. Sonstiges Objektiv-Initialisierung aus. Das finde ich, also das ist jetzt so, wenn die Kamera jetzt vom Netz getrennt wird und ich schließe sie wieder ans Netz an, dann macht sie natürlich eine Initialisierungspfad durch. Klar. Aber das Objektiv bleibt so, wie es ist. Also er macht ein paar Tilt hoch-runter, macht da ein paar Checks, ob die Kamera funktionsfähig ist. Aber das Objektiv wird nicht initialisiert. Habe ich ausgeschaltet. Ihr könnt es auch einschalten, das ist eigentlich egal. Ich lasse es aus. Und die Zoom-Grenze, das ist das, wie weit man zoomen kann. Bis 64-fach. Ich brauche keinen 64-fachen Zoom. Ich habe es jetzt auf vierfach gestellt. Vierfach optischer Zoom, also der hier, reicht mir aus. Der wird übrigens über Z dann angezeigt. Seht ihr? Z004. Was ist denn, wenn ich jetzt hier auf 64 gehe? Ich habe das eigentlich noch gar nicht ausprobiert. Mal gucken, wie ginge das? Ja, seht ihr? Geht immer weiter rein. Völliger Nonsens. 22. Seht ihr? Wie das nachher hier gepixelt. Morgs. So ein Quatsch. Boom. Vierfach. Nehmt den vierfach optischen Zoom. Wenn ihr dann nachher ein Bild macht, dann könnt ihr da ja mit eurer Bildbearbeitungssoftware reinzoomen. Das ist genau das Gleiche. Also nur der optische Zoom, das ist der vernünftige Zoom. Also der hier. Rein. Vierfach. Mir geht nicht. Raus. So. Und alles andere, wenn ihr dann ein Foto machen solltet, wenn ich hier auf Foto klicke, erfassen, mache ich jetzt ein Foto von der Szene, könnte ich natürlich genau das Gleiche machen, was ich eben 64-fach gemacht habe, plus eben über ein Bildbearbeitungsprogramm. Stellt das aus. Also die Zoom-Grenze, ich weiß nicht, die steht glaube ich auf 16 oder sowas. Stellt die auf 4. Weil 4 ist der optische Zoom. Mehr braucht ihr nicht. Jo. Das waren die Anzeigeeinstellungen. Das könnt ihr übrigens für Innen, Außen, Tag, Nacht, Morgen, Dunkel werden, Straße, Schwachlicht für diese ganzen Presets machen oder eure beiden benutzerdefinierten Presets. Könnt ihr nach Gusto so einstellen, wie ihr es braucht. Und es wird für jedes einzelne Preset, diese ganzen Einstellungen, die wir hier gemacht haben, abgespeichert. So. Also jetzt haben wir es für Innen gemacht. Zeichensatz, OSD-Einstellungen, das sind diese Geschichten, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Enke, ob es blinken soll, transparent sein soll, eben nicht blinken soll. Klar, wenn wir uns das hier mal angucken, ist es jetzt so reingestellt, dass die OSD-Einblendung, jetzt ist es alles gut, wenn ich jetzt ein bisschen schwenken würde, genau. Seht ihr hier Enke? Das macht er denn, wenn das unten zu hell wird, macht er das aus dem weißen Schwarz. Gehen wir wieder zurück zum Preset 1. Zack. So. Hat ihr gesehen? Aus dem Schwarz hat er jetzt wieder in Weiß gemacht. Das kann man über die OSD-Einstellung einstellen. Bis zum Abkotzen, wie groß das sein soll, kann man hier einstellen. Dieses Blinken, also den Anzeigemodus kann man einstellen. Die Schriftfarbe kann man einstellen. Eine benutzerdefinierte Anpassung kann man durchführen. Links ausrichten, rechts ausrichten. Die ganzen Sachen. Man kann sich das jetzt hier schnappen. Hier diese roten Quadrate und das Neupositionieren von Hand irgendwo ins Bild rein. Man kann den Kameranamen anzeigen lassen. Man kann das Datum anzeigen lassen. Mit diesen Häkchen kann man auch wieder ausmachen. Kameranamen aus. Wenn ich den Speicher, dann wird er auch nicht mehr angezeigt. Ist er weg. Seht ihr? Kameranamen an. Speichern. Wieder da. Zack. Das kann man auch mit dem Datum machen und der Woche. Aber für diese drei Sachen, der Kameraname ist nicht ganz so wichtig. Aber anstatt Kameranamen könnt ihr natürlich als Name, könnt ihr natürlich schreiben, im YouTube-Zimmer oder sowas. Als Beispiel jetzt. Oder wenn ihr draußen seid, Carport oder so. Dann wisst ihr, aha, das ist die Kamera vom Carport, wenn ihr mehrere von den Kameras im Einsatz habt. Das Zeitformat kann man hier einstellen. 24-Stunden-Format habe ich genommen. Es gibt ja auch das 12-Stunden-Format, das amerikanische. Das Datumsformat soll mir das Datum anzeigen. Tag, Monat, Jahr. Und dann kann ich hier auch noch zwei zusätzliche Texte kann ich auch noch einbringen. PerleTV oder irgendein Scheiß. Über die Presets kann ich dann hier gucken, ob das alles so passt, wie ich mir das gedacht habe. Das sind ja unsere Speichern-Presets immer noch. So, dann kann man gucken, ist das schlecht positioniert. Wie auch immer, muss ich es anders positionieren. Diese Möglichkeit gibt es ja manchmal auch. Jo, das war das. Also auch nicht so super spannend. Zeichen, das kann man natürlich hier auch. Ne, der ist fest einfach eingestellt. Bild-Parameter wechseln. Wir haben ja verschiedene Presets definiert. Hier, diese hier. Das ist jetzt mal Preset 1 hier, was ihr jetzt seht. So, und jetzt haben wir noch unser Preset 2. Das sind mal ja die Blumen. So, ich komme jetzt wieder zurück zu 1. So. Nun möchte man zum Beispiel von morgens bis, von morgens um 6 bis mittags um 12. Das gebe ich jetzt hier nicht ein. Also hier könnte ich jetzt hier 6 Uhr bis mittags um 12 soll er beim Preset 1, bei der Periode 1, das Preset 1 benutzen und hier sozusagen die Szene in verwenden. Und ab 12 Uhr, weil da die Sonne reinknallt, soll er dann, als Beispiel, dann knallt die Sonne zum Beispiel ins Zimmer, dann würde die das Innen-Preset vielleicht nicht mehr ganz so günstig sein. Dann könnte man sagen, ab 12 Uhr, weil die Sonne jetzt langsam in Richtung durchs Fenster scheint, soll er mir ein anderes Preset nehmen, wo eben die Sonne so ein bisschen rausgefiltert wird. So kann man das Ganze so ein bisschen aufbauen über den Tag. Und dann kann man auch eine zeitgesteuerte Umschaltung durchführen. Das ist völliger Wahnsinn. In der Regel braucht ihr es nicht, aber das ist wieder so eine Spezialfunktion für ganz spezielle Sonderfälle, wie gesagt, wenn ihr irgendeinen Raum überwacht und da knallt, ihr habt ein Riesenfenster und gegen Mittag knallt da die Sonne rein und dann verändern sich dann die die Lichtbedingungen so dermaßen, dass man dann sagt, pass mal auf, jetzt wäre jetzt nicht das Innen-Preset prima, sondern mein Benutzer definiert das Preset, weil ich da Einstellungen vorgenommen habe, die eben die Sonne so ein bisschen rausfiltert und die Sonne so ein bisschen neutralisiert. Und das kann man dann quasi hiermit realisieren. Das waren die Einstellungen. Dann haben wir noch die PTZ-Einstellung, das ist ja das Pan, Tilt und Zoom. Die Grundeinstellung, die Steuerung aktivieren, klar, solltet ihr eben anhaben. Proportionalschwenk aktivieren, könnt ihr auch anhaben. Und dann kann man, wie gesagt, hier die Geschwindigkeiten einstellen von 2 bis 8, die Preset-Geschwindigkeit von 2 bis 8, manuelle Steuerungsgeschwindigkeit, Auto, Tastaturgeschwindigkeit, man kann das Ganze auch mit der Tastatur steuern, kann man einstellen, die Zoom-Geschwindigkeit kann man einstellen, wie schnell er den Zoom rein und raus fahren soll. Also völlig verrückt, eine PTZ-OSD, wie lange das angezeigt werden soll, das ist dieses, was ihr vorhin gesehen habt, wenn ich zum Beispiel zoome, das ist das OSD, das PTZ-OSD, ich zoome jetzt mal und dann achtet mal auf diesen Bereich, wo meine Mauswäcker jetzt gerade so rumschwirrt, dann seht ihr da, steht da Z, hier vorne, Z001 und dieses Z001 ist jetzt 2 Sekunden zu sehen und verschwindet das, bumm, hier wieder zurück, so und das ist nämlich genau das, was ihr hier vorne seht, das PTZ-OSD, also er soll den Zoom-Status anzeigen, wenn man zoomt, er soll den PT-Status anzeigen, wenn er benutzt wird und den Preset-Status soll er anzeigen, aber auch nur 2 Sekunden, man kann ja auch sagen, er soll es 5 Sekunden oder 10 Sekunden anzeigen, meiner Meinung nach reichen 2 Sekunden aus, also hier besteht für euch absolut kein Handlungsbedarf, alles wunderbar, so wie es sein soll, dann kann man noch Begrenzung einstellen, Begrenzung bedeutet quasi, wie weit man schwenken kann, also ich könnte ja jetzt hier, ja das würde ja keinen Sinn machen, in diesem Beispiel, also hier könnte ich sagen, hier soll eine Begrenzung stattfinden, also bis hier soll er schwenken können, von da bis, da macht es auch keinen Sinn mehr, das wäre jetzt mal ein Schwenkbereich, von da bis da, das kann man hier einstellen, wann er stoppen soll, dass er gar nicht erst in diesen Bereich reinrotscht, der völlig unwichtig wäre, genauso auch schwenken nach oben, nach oben würde noch gehen, da würde ich gar nichts machen, aber ich würde das hier begrenzen und an der Wand auf der anderen Seite begrenzen, das kann man über dieses Menü machen, mit der Begrenzung, oder ihr lasst es einfach so wie es ist, dann habt ihr keine Begrenzung, dann könnt ihr das frei nutzen, das ist auch nochmal wieder so eine Spezialfunktion, braucht man es, braucht man es nicht, ich weiß es nicht, ja das war jetzt so viel zur Begrenzung, dann haben wir noch die Möglichkeit, eine Anfangsposition festzulegen, meiner Meinung nach braucht man das auch nicht, man kann eine Parkposition festlegen, Parkaktion aktivieren, da ist dieses Preset 32, was ich schon sagte, wenn ihr das aktiviert, bedeutet das, dass er nach 5 Sekunden dann in seine Parkposition fährt, könnte man hier im Prinzip auch ausschalten, also die 32 braucht ihr nicht unbedingt löschen, ihr könnt die auch deaktivieren, ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte meine 1 ist jetzt meine Parkposition, das können wir mal ausprobieren, 1 ist die Parkposition, so und dann gucken wir uns das mal an, was jetzt passiert, jetzt gehen wir in die Live-Ansicht, und nun verstelle ich das alles mal, so jetzt verstehe ich das mal, jetzt schwenke ich mal hier so rüber, so und dann mache ich mal gar nichts mehr, und dann müsste er normalerweise jetzt automatisch meine 1 gleich wieder zurückschwenken, nach 5 Sekunden, seht ihr, das heißt, ich kann mein Preset 1 jetzt nicht mehr verändern, also ich kann schon verändern, ich kann hier rumspielen, gucken, tun und machen, überhaupt kein Problem, aber wenn ich jetzt aufhöre und 5 Sekunden lang, springt er wieder immer wieder zurück in die Parkposition, Preset 1, bumm, habe ich nicht gemacht, hat er eben automatisch gemacht, das ist also diese Geschichte gewesen, könnt ihr auch komplett deaktivieren, was ihr sagt, aus damit, defaultmäßig ist die nämlich die 32 vorhanden, die habe ich einfach kurzerhand gelöscht, weil es für mich schneller ging, einfach Preset löschen, und dann muss ich, dann fährt der nicht mehr in die 32 rein, das kann man hier aber spezifizieren, man kann auch die Zeit spezifizieren, man kann auch sagen, pass mal auf, zu seiner Frau, spiel mit der Kamera rum, und dann fragt die, muss ich die nicht wieder in die alte Position bringen, oder welches Preset, wie auch immer, verwirrt sie gar nicht, lasst sie einfach mit der Kamera rumspielen, und dann stellt ihr ihr ein, 60 Sekunden, als Beispiel, 60 Sekunden, bumm, und nach 60 Sekunden soll er automatisch, dann hat sie also die Möglichkeit, da rumzuspielen, zu gucken, kann noch 2 Minuten machen, und nach 2 Minuten, wenn sie dann weg geht von der Kamera, stellt sie sich automatisch wieder ins Preset 1, in die Originalposition, also in diese Position zurück, braucht ihr sie nicht verwenden, dann könnt ihr sagen, pass mal auf, spiel mit dem Ding rum, mach damit, ist ihr völlig egal, kannst nichts verstellen, weil diese Position wird jetzt nach 60 Sekunden wieder automatisch, wenn nichts anderes passiert, automatisch eingenommen, nicht nur eingenommen, eher angefahren, so, stellt es mal wieder auf, was war das, 5 Sekunden, 5 Sekunden Preset 2, oder wenn ihr es nicht wollt, dann macht ihr den Haken hier raus, könnt ihr auch raus machen, je nach Gusto, ich habe, dieses macht er jetzt bei mir nicht mehr, weil ich das Preset 32 natürlich gelöscht habe, so, jetzt haben wir hier die Privatzonenmaskierung, jetzt gehe ich jetzt mal in das Preset wieder rein, hier, das korrekte Sub, und jetzt wollen wir das Fenster weg haben, also klicken wir das hier erstmal an, das soll benutzt werden, und legen einen Bereich fest, jetzt sagen wir mal, das Fenster möchte ich, soll grau angezeigt werden, das Fenster soll grau angezeigt werden, Sachzeichnung stoppen, Sach hinzufügen, und dann haben wir hier, die Privacy Mask, und Sach speichern, so, jetzt gehen wir mal auf die Live-Ansicht, und dann sollte das normalerweise, seht ihr, grau sein, so, das könnt ihr natürlich mit ganz vielen, verschiedenen Fenstern, Konfigurationen machen, ich, da seht ihr das jetzt auch, ich füge noch ein zweites Fenster, einen zweiten Bereich dazu, Nachbarsgarten als Beispiel, Bereich festlegen, Nachbarsgarten ist, hier, so, das ist hier, Nachbarsgarten, zack, oder Nachbarsgartenzaun, zack, so, der Bereich, der darf auch nicht zu sehen sein, da sagt die Wiederzeichnung stoppen, und sagt hinzufügen, und sagt speichern, und geht in die Live-Ansicht, und guckt euch das an, und ihr seht, auch grau, funktioniert, zack, ne, seht ihr, grau, grau, und so könnt ihr das, mit so viel, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Grenze gibt für die Fenster, ich glaube, vier Fenster kann man nehmen, ich will es jetzt nicht ausprobieren, vier Fenster, aber damit kann man im Grunde genommen auch alles, regelmäßig, ist dann auch mehr möglich, ja, alles löschen, bumm, warte mal, löschen, löschen, hier unten, hier auch alles löschen, das dann speichern, vielleicht auch noch hier privat, zur Maskierung schalte ich wieder aus, speichern, dann sind wir durch mit dem Thema, so, speichern, jo, sind wir durch mit dem Thema, also das ist auch keine Wissenschaft, auch einfach, geplante Aufgaben, genau, hier kann man zum Beispiel definieren, wann er was machen soll, ob, also ob er zum Beispiel ein Preset anfahren soll, oder einen DOM 9 Start machen soll, Neustart braucht ihr nicht, das Ding läuft stabil, ein Preset zum Beispiel, da könnt ihr sagen, von 0 Uhr bis 6 Uhr soll er Preset 1 benutzen, voll von 6 Uhr bis 12 Uhr soll er Preset 2 benutzen, von 12 Uhr bis 18 Uhr soll er Preset 3 benutzen, als Beispiel jetzt, also das könnt ihr dann nach Gusto sozusagen auswählen, was ist denn DOM Anpassung, ich selektiere jetzt einfach mal eine Zeitzone, was ist Turmanpassung, Moment mal, steht das hier irgendwo, steht hier sicherlich irgendwo, löschen, also soll er zum Beispiel, wir können das ja mal machen, Preset von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens soll er, ja, aber welches, achso, Preset, genau, achso, das kann man hier einstellen, Preset 1 benutzen, so, jetzt sagen wir von um 8 Uhr bis 12 Uhr, soll er Preset 2 benutzen, und ihr seht schon, wir haben jetzt 8 Presets definiert in der Kamera, die können wir dann frei auswählen, so, und dann kann man dann und speichern natürlich, so, und dann kann er, kann man verschiedene Geschichten machen, aus, soll er gar nichts machen, Presets, DOM Neustart, würde auch gehen, jeden Sonntag um Mitternacht, soll er denn die Kamera einmal komplett neu starten, ja, solche Geschichten halt, finde ich eher, naja, weiß ich nicht, auch wieder Spezialaufgaben, da lest euch mal rein, Parkdauer, klar, so, Konfiguration löschen, damit könnt ihr, alles was ihr hier eingestellt habt, in die ganzen Krempel, Parkaktionen könnt ihr löschen, alle geplanten Aufgaben könnt ihr löschen, alle PTZ-Begrenzungen löschen, also, wenn ihr mal schnell irgendwie, irgendwelche Konfigurationen löschen wollt, könnt ihr das über Konfiguration löschen machen, oder alles löschen, PTZ-Priorität, Netzwerk, lasst das einfach so, wie es ist, macht ja auch weiter nichts einstellen, so, jetzt gehen wir jetzt auf Ereignis, jetzt wird es interessant, meine Lieben, hier gibt es einmal Bewegungserkennung, Sabotageüberwachung und Ausnahme, also, jetzt gehen wir erstmal durch dieses erste Fenster, klickt hier oben Bewegungserkennung aktivieren an, also, dann ist die Kamera in dem Alarmmodus sozusagen, oder wäre bereit, Alarmaufzeichnungen durchzuführen, Bewegungserkennung in der PTZ-Steuerung bedeutet, dass die Alarmfunktionalität sozusagen ausgeschaltet wird, solange sich der Kopf der Kamera bewegt, zoomend, reinzoomend, rauszoomend, oder eben gedreht wird von Hand, da kein Haken rein, dynamische Bewegungsanalyse aktivieren, würde ich in den Haken reinsetzen, bei dynamischer Bewegungsanalyse, das bedeutet, glaube ich, dass Menschen erkannt werden, so, schaltet auch noch die dynamische Bewegungsanalyse ein, und alles ist gut, so, dann müsst ihr natürlich sagen, in welchem Bereich, in welchem Bereich soll überhaupt ein Alarm aufgenommen werden, ich lösche mal die Bereiche, in Sachen Bereich, er soll hier nur in der Nähe des Fensters, und der Blumensäule aufpassen, egal was jetzt hier sich abspielen würde, wo jetzt meine Maus rumsaust, er reagiert da überhaupt nicht, er wird kein Alarm detektieren, nur in diesem Bereich, wo diese Gitter sind, würde er ein Alarm detektieren, ich lösche das mal, ich möchte aber, das ganze Bild soll analysiert werden, bumm, aber ihr könnt das noch weiter einschränken, das ist überhaupt kein Problem, Zeichen stoppen, speichern, dann könnt ihr noch die Empfindlichkeit einstellen, die ist jetzt hier auf 60 eingestellt, wann ein Alarm rausgefeuert werden soll, wenn zum Beispiel die Katze hier durchläuft, oder wie auch immer, oder kein Alarm rausgeschleudert wird, dann ist die Empfindlichkeit nicht hoch genug, dann stellt die Empfindlichkeit höher ein, so, bumm, wir bleiben erstmal in der normalen Konfiguration, es gibt nämlich noch weiter, so, jetzt würde quasi, wir haben einen Bereich festgelegt, wo die Kamera aufpassen soll, und das gesamte Bild wird analysiert, wir haben die Empfindlichkeit auf 60 gestellt, was etwa das auch in diesem Fall heißen mag, kann man ja ausprobieren, wenn die Empfindlichkeit zum Beispiel zu hoch ist, bei Außen, im Außenbereich, und auf dem Gehweg läuft irgendwas längs, oder sowas, obwohl es geschwärzt ist, und das wird als Alarm detektiert, dann könnt ihr die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen, also da müsst ihr ein bisschen rumspielen, aber der Default-Wert ist eigentlich schon ein ziemlich guter Indikator, das passt eigentlich schon in der Regel, so, dann kann man noch einen Zeitplan aktivieren, das seht ihr hier, er soll von Montags bis Sonntags, soll er quasi eine Alarmerkennung durchführen, man kann natürlich sagen, Samstags und Sonntags ist man zu Hause, dann klickt man da rauf, und löscht das einfach, oder verändert das dann hier, das kann man natürlich auch, man kann das dann anpassen, er soll also von Montags um 0 Uhr, bis Freitags um 16 Uhr, soll die Kamera im Alarmmodus sein, macht natürlich keinen Sinn, in der Regel macht es eher Sinn, so, aber normalerweise ist es ja so, ich lösche das mal, dass ihr, wenn ihr zur Arbeit geht, zum Beispiel Montag morgens um 7, verlasst ihr das Haus, dann macht ihr, dann soll die Kamera aktiv sein, von um 7 bis um 16 Uhr, als Beispiel jetzt, so, das könnt ihr natürlich noch mal ein bisschen genauer spezifizieren, so, und dann geht ihr ins Bett um 22 Uhr, und dann sollt ihr von 22 Uhr bis Mitternacht, speichern, aufpassen, und am nächsten Tag, das löschen wir mal, von Mitternacht, bis morgens um 7 wieder, na, das wäre dann so euer Tagesablauf, also zwischen 7 und 16 Uhr soll er im Alarmzustand sein, und ab 22 Uhr, wenn ihr ins Bett geht, bis morgens um 7 wieder aufpassen, als Beispiel jetzt, ne, also so könnt ihr quasi den Zeitplan für die Alarmdetektierung festlegen, jetzt habe ich ja natürlich viele verschiedene Einzelne, den lösche ich immer hier weg, bringe das mal wieder auf den Ursprungszustand, weil er soll für mich eigentlich die ganze Zeit überwachen, weil für mich, ich stelle die Sachen nicht in der Synology ein, speichern, aber das könnt ihr natürlich für euch ganz anders definieren, speichere ich jetzt ab, nicht vergessen, ja, also Zeitplan, jetzt rund um die Uhr soll die Kamera aufpassen, und Alarme detektieren, und vor allen Dingen Videos aufzeichnen, und Bilder entsprechend weiterleiten, wenn ein Alarm detektiert wird, an eure E-Mail-Adresse, auf den FTP-Server und und und, was ihr eben, was wir vorhin spezifiziert haben, und dann gibt es noch eine Verknüpfungsmethode, ja klar, wenn ein Alarm detektiert wird, in diesem Zeitplan, also irgendjemand löst einen Alarm aus, dann soll er mir eine E-Mail schicken, er soll mein Überwachungszentrum benachrichtigen, also meine Nationalische Surveillance Station, soll er sagen, pass mal auf, ich habe hier was getriggert, fang mal bitte an aufzuzeichnen, die Synology Surveillance Station kann das auch selbst, das Bild analysieren, aber ich finde die Kamera, gerade die Equation-Firmware, die kann das viel, viel besser, und lasst die Equation das doch machen, weil man das hier viel dezidierter einstellen kann, also wesentlich genauer alles einstellen kann, also soll sie mir nur, wenn ich es ja möchte, eine E-Mail zu checken, wenn ich die E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adressen spezifiziert habe, Bilder auf einen FTP-Server, NAS-Server oder was auch immer, oder die Speicherkarte hochladen, also mit diesem Haken definiert man alle drei, FTP-Server, Speicherkarte und NAS, FTP natürlich nur, wenn man einen FTP hier auch angegeben hat, einen FTP-Server, also er soll mich über alle Wege informieren, oder eben, wenn man keine FTP benutzen will, oder keine Speicherkarte, kann man sagen, ich möchte, dass das Überwachungszentrum, also im Falle meine Sonology, benachrichtigt wird. Puff. Das wäre die Geschichte. Nun gehen wir wieder zurück auf Bereichseinstellungen. Das hatten wir ja schon alles abgehandelt. Übrigens, die dynamische Bewegungsanalyse bedeutet folgendes, das hatte ich glaube ich gar nicht erzählt, wenn zum Beispiel Helligkeitsschwankungen sind, wenn eine Wolke vor die Sonne geht, bei der Außenüberwachung, dann wird es manchmal ganz schlagartig hell und schlagartig wieder dunkel. Oder Laub fliegt zum Beispiel durch das Bild durch, oder eine Spinne salzt sich gerade vor der Kamera ab. Das wird mit der dynamischen Bewegungsanalyse kompensiert. Also, da wird keine Fehlannahmen ausgelöst. So, jetzt, das war die normale Konfiguration, alles soll überwacht werden. So, jetzt kann man das Ganze natürlich nur auf die Spitze treiben. Ich habe hier schon mal ein Beispiel vorbereitet, damit ihr das Funktionsprinzip versteht. Man kann hier in dem Bild acht verschiedene Einzelüberwachungsbereiche spezifizieren und für tagsüber oder auch für den Nachtbetrieb jeweils eine Empfindlichkeit und Prozentsatz in der Veränderung des Bildes eingeben, wann quasi detektiert werden soll. Also, bei fünf Prozent Veränderung in dem Rahmen soll eine Detektion stattfinden. Als Beispiel jetzt das über und bei zehn Prozent zum Beispiel nachts oder sowas. Also, man kann das genau einstellen, das ist aber sehr, sehr speziell. In der Regel reicht eigentlich, so wie ich das mache, alles. Aber manchmal ist es auch so, wenn zum Beispiel hier Leute längs laufen würden, wenn man hätte einen Raum, hier laufen dort Leute längs und die dürfen da längs laufen, dann will man das natürlich aussparen. Dann könnte man auch sagen, hier über dieses Gittermuster, man lässt das hier sozusagen aus. Ich denke, das ist wohl vollkommen ausreichend. So, jetzt kann man den Zeitplan wieder aktivieren. Das waren wir ja schon in die Verknüpfungsmethode, das hatten wir auch schon so weit abgehakt. Dann gibt es noch die Sabotageüberwachung, da sind wir noch gar nicht hingekommen. Sabotageüberwachung habe ich nicht aktiviert, weil ich ja schon die Bewegungserkennung aktiviert habe. Also für mich ist das irgendwie doppelt gemoppelt. Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn machen soll. Ob jemand an der Kamera umfummelt, das sehe ich dann ja schon über die Bewegungserkennung in der Regel. Und da kann man auch noch Ausnahmen spezifizieren. Wenn zum Beispiel die HDD, die SD-Festplatte voll ist oder ein Fehler, ein Schreibfehler ist und, und, und. Dann soll er mir zum Beispiel bei Ausnahmen soll er mir bei einer vollen Platte, bei einem, nicht der vollen Platte, also vollen SD-Karte eine Fehlermeldung, wenn das Netzwerk getrennt ist oder ein Adressenkonflikt oder eine unzulässige, unzulässige Anmeldung erfolgt ist, soll er mir dann zum Beispiel eine E-Mail schicken oder auch einen Alarm raushauen über meine Synology zum Beispiel. Das waren diese Geschichten hier. Habe ich hier irgendwas übersehen jetzt? Nein, ne? Experten, genau. Wieder rausgehen, wieder auf normal. Zeitplan, Verknüpfung, Metodon, ja, das ist, also das ist wirklich umfangreich, das ist echt brutal, ne? Und da gibt es natürlich, dann sind wir hier soweit durch, lasst es auf normal und fertig, ne? So, speichern nochmal. Und, ähm, da gibt es noch smart Ereignisse. Jetzt treibt die Kamera das komplett auf die Spitze. Deswegen lasse ich diese Geschichten auch von der Kamera detektieren, weil die kann das tausendmal besser, als die Synology das jemals könnte. Audio Ausnahmedetektion, Audio Eingangsausnahme, plötzliche Lautstärke, Anstiegserkennung kann man auch einstellen über das Mikrofon zum Beispiel. Und man kann das Ganze in Echtzeit dann auch testen und ausprobieren. Dann kann man natürlich genauso einen Zeitplan aktivieren und eine Verknüpfungsmethode, dass man eine E-Mail bekommt. Zum Beispiel für Audioerkennung. Dann gibt es noch die Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung, Bewegungserkennung aktivieren. Das ist zum Beispiel ganz interessant, wenn ihr Haustiere habt. Bei Haustieren wird kein Gesicht erkannt. Das ist diese künstliche Intelligenz. So könnt ihr dann, wenn ihr diese beiden hier anhakt, auch mit einer entsprechenden Empfindlichkeit, so werden mehr Menschen detektiert. Also werden Menschen erkannt und wird dann quasi bei Menschen eine Erkennung durchgeführt. Nur bei Menschen, also bei Haustieren gar nicht, sondern rein nur bei Menschen. Finde ich ganz praktisch. Also wenn, sobald ein Gesicht erkannt wird in der Zeit, haut ein Alarm raus. Genau das gleiche, was wir es ja schon hier kennt, kann man das dann auch aktivieren. Das sind so smarte Ereignisse. Achtung, Gesicht wurde erkannt, bla bla. Ja, das muss man natürlich dann entsprechend speichern. Dann kann man noch eine Einbruchmeldung aktivieren. Einbruchmeldung, Einbruchmeldung. Da kann ich aber nicht ganz so viel zu sagen. Müsste ich mich mit beschäftigen. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Linie über Querungsdetektion kann man hier noch einstellen. Habe ich auch nicht aktiviert, natürlich. Kann ich auch im Bereich festlegen. Da kann ich dann sagen, hier ist meine Linie. Die kann ich natürlich frei verschieben im Raum und auch frei vergrößern und auch schief nehmen. Das heißt also, sobald diese Linie in diese Richtung von A nach B, das kann man hier aber auch in der Ausrichtung, egal ob man von A nach B über die Linie geht oder von der anderen Seite von B nach A, wird dann ein Alarm detektiert oder wird das als Alarm erfasst. Das kann man aber auch noch verfeinern, dass man sagt, ich möchte nur, wenn jemand von A in die Richtung B rüber geht, soll ein Alarm rausgehauen werden oder eben auch umgekehrt von B nach A. Ja, das war die Linie über Querdetektion. Dann haben wir noch Bereichseingangsdetektion. Das ist genau das Gleiche, wenn man zum Beispiel ein Ladengeschäft hat. Kann man auch einen Bereich festlegen. Sagen wir mal, hier wäre da der Eingangsbereich. Zeichnen, stoppen, speichern, erledigt. Ich lösche das mal wieder weg. Bereichsausgangsdetektion, genau das Gleiche, bloß umgekehrt. Unbeaufsichtigstes Gepäck. Da kann man dann sagen, pass mal auf, auch mit Empfindlichkeit und Grenzwert, legt man auch wieder einen Bereich fest. Sagen wir, wenn in diesem Bereich hier irgendwas reingestellt wird, was da nicht reingehört. Kann man natürlich hier noch ein bisschen hinziehen. Wartet mal. So. Zeichnen, stoppen. So, und dann kann man hier einen Grenzwert festlegen, auch wieder ein Prozent. Fünf Prozent des Bildes. Wenn sich fünf Prozent des Bildes in diesem Bereich verändern, wurde hier irgendwas reingestellt oder irgendwas verändert. Das wird geprüft. Also, wenn das Ganze längere Zeit da drin steht, hier läuft auch ein Counter zurück, also hier stellt irgendjemand was rein und das bleibt hier stehen für jetzt noch 133 Sekunden, dann wird auch ein Alarm, ein unbeaufsichtigstes Gepäckdetektion, Alarm wird dann rausgehauen. Das ist zum Beispiel für Flughäfen wohl ganz interessant, für uns eher weniger. Und Objektiventfernung, Objektentfernungsdetektion, und das ist zum Beispiel, wenn mir jemand hier die Blumen klaut. Also kann ich den Samus auf, wenn, den markiere ich jetzt mal hier. So, dann kann ich hier das Ganze noch ein bisschen verfeinern, falls ich nicht richtig geklickt habe. So, den vielleicht noch ein bisschen hier rüberziehen. Zeichnen, stoppen. Also wenn jetzt was aus diesem Bereich entfernt wird, fünf Prozent, aus diesem fünf Prozent, das ist, die Fläche ist 100 Prozent, wenn fünf Prozent fehlen, soll er einen Alarm raushauen. Da kann man auch noch die Empfindlichkeit entsprechend einstellen. Äh, ja. Also zum Beispiel ein Rasenroboter geklaut wird. Das Ganze natürlich jeweils für jede Detektionsaufgabe, die ihr hier seht, jeweils mit einem eigenen Zeitplan und einer eigenen Verknüpfungsmethode. Also echt brutal, ne? Das ist echt brutal. Kann man an- und ausschalten für jede Variante, Gesichtserkennung und, und, und. Also das ist völlig verrückt, was man hier alles machen kann. Ich würde, an eurer Stelle würde ich erstmal anfangen, bevor ihr euch auf solche Geschichten versteift. nicht Experte, sondern geht auf Normal, macht die, speichert das jetzt ab, detektiert, selektiert erstmal das gesamte Bild als Erfassungsbereich, stellt eine Empfindlichkeit ein und experimentiert damit erstmal rum, natürlich mit dem Zeitplan und dieser Verknüpfungsmethode. Und wenn das dann erledigt ist und ihr das auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr natürlich noch in den Profi, in den Expertenmodus gehen und das Bild in acht verschiedene Bereiche einteilen, die ihr dann zu Tags- und Nachtzeit entsprechend konfiguriert. Und wenn ihr das dann noch komplett auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr auch noch Smart-Ereignisse hinzufügen. Also wirklich absoluter Wahnsinn, was diese Software alles beherrscht. Damit muss man sich beschäftigen. Das ist nicht ganz so einfach manchmal. Deswegen immer vom einfachsten anfangen und sich dann immer weiter reinarbeiten und im Internet gibt es auch viele Tutorials zu diesen Einstelloptionen und Möglichkeiten, wann was sinnvoll ist. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall belesen. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, Speicherung. Zeitplan und Erfassen. Genau. Wann durchgehend bedeutet, die SD-Karte, die hier drin ist, ich werde sie jetzt erstmal formatieren. Unter Speicherung die SD-Karte, das erste Schritt erstmal formatieren. Ihr seht, wir haben hier eine Kapazität von 59,48 nicht initialisiert, wir formatieren sie jetzt. Formatieren. So, Formatierung läuft. Jetzt werden die 64 GB formatiert, aber das warten wir mal kurz ab. So, wir können jetzt verfügbare Speicher 58 GB von der 64er-Karte zum Lesen und zum Schreiben verwenden. Und hier unten seht ihr dann auch nochmal, was schon verbraucht ist und wie viel ihr noch frei habt. Nochmal Details. So, klicke ich mal auf Speichern. Das wäre erst mal das Erste. Dann gehen wir wieder zurück unter Speicherung Zeitplan-Einstellung aktiviert. Zeit nach Zeitplan oder erfassen. Erfassungszeitplan und Erfassungsparameter kann man auch noch festlegen. Das ist zum Beispiel, wenn man ein Haus beobachtet und es soll zum Beispiel alle 1000 Millisekunden, man kann es natürlich auch in Sekunden umstellen oder Minuten, und dann kann man sagen er soll alle 60 Minuten oder 10 Minuten er soll alle 10 Minuten soll er einen Timingschnappschluss durchführen. Als Beispiel jetzt. Aber das ist erstmal unwichtig, das sind wieder Spezialfunktionen hier. Könnt ihr euch auch mal ganz gerne mit beschäftigen, wenn ihr Interesse daran habt. Der Zeitplan generell ist bei der Speicherung von Daten auf der SD-Karte soll jetzt durchgehend aufgezeichnet werden. Und ihr seht, er zeichnet durchgehend auf. Er hat jetzt schon verfügbare Speicher 58,5. Er hat hier schon ein bisschen was auf die Speicherkarte geschaufelt. Wenn wir jetzt noch ein Momentchen warten, wird das hier, der verfügbare Speicher, der sinkt dann nachher kontinuierlich ab. Aber 64 GB, das ist echt schon, das ist ein Brett, um die voll zu kriegen. Aber ihr seht, wir zeichnen jetzt durchgehend auf. Wir machen eine rund um die Uhr Überwachung. Dann gibt es natürlich noch Bewegung. Durchgehend aufzeichnen würde ich zum Beispiel nicht. Ich würde das alles löschen, speichern. Jetzt hört er auch auf damit. Ich würde bei Bewegung, würde ich Bewegung, kann man Bewegung aufzeichnen. nur reine Bewegung aufzeichnen, macht auch keinen Sinn. Das ist ja eine Überwachungskamera, die auch einen Alarm raushauen soll. Also wenn er eine Bewegung erkennt und Alarm rausfeuert, dann soll er natürlich auch aufzeichnen. und da kann man hier auch den Zeitplan entsprechend spezifizieren, wann er das dann machen soll. Also zum Beispiel von morgens um 6 bis 16 Uhr, bleiben wir mal bei dem Beispiel. So, Bewegung, Alarm, die werden dann aufgezeichnet. Zwischen 6 Uhr und 16 Uhr. Aber nur am Montag. Ereignisse, Ereignisse sind ja, wir wissen es, Ereignisse sind ja zum Beispiel die Smart Ereignisse. Die soll er dann auch aufzeichnen. Wie ich es hier spezifiziert habe, auch noch mit dem eigenen Zeitplan. Also das ist alles ineinander verschachtelt. Das ist echt heftig. Ja, kann man aktivieren, muss es nicht. Jetzt, wenn ihr eine SD-Karte drin habt, macht es eigentlich Sinn, das so zu machen. Ihr wollt ja auch die Aufnahmen sozusagen abgespeichert wissen. Das könnt ihr hier auch nochmal festlegen. Jo. Dann haben wir hier noch, warte mal, das war Zeitplan und Erfassende. Genau, das waren ja die Erfassungsparameter, Erfassungszeitplan und dann eben die Parameter. Das wäre ein Timingschnappschlüsse aktivieren in dem Erfassungszeitplan, also zwischen, wenn es hell ist, zum Beispiel zwischen morgens um 6 bis 18 Uhr, soll er alle 10 Minuten ein Foto machen. Zum Beispiel. Oder einen ereignisgesteuerten Schnappschluss aktivieren. Das kann man genauso machen. Da müsst ihr natürlich hier einen Haken reinsetzen. Ich lasse das mal weg, ich speichere das auch nicht ab. Das ist für mich nicht ganz so wichtig. So und hier wäre wieder durchgehende Erfassung, stellt es auf Bewegung und Alarm. Dann habt ihr immer, wenn ein Alarm ausgelöst wird und eine Bewegung erkannt wird, wird das Videomaterial auf der SD-Karte abgespeichert. Jo. So, dann haben wir noch Speicherverwaltung, genau, da waren wir ja gerade, Speicherverwaltung. Ihr seht, es nimmt jetzt auch wieder ab, weil er jetzt permanent aufzeichnet und dann haben wir noch Netzlaufwerk, da kann man jetzt zum Beispiel noch einen NAS-Server zum Beispiel definieren, dass er die Sachen zum Beispiel in euer NAS-rein kopieren sollt. Aber dafür haben wir die Survivalent Station. Aber so könnte man auch vorgehen mit dem Dateifahrt, bla bla. Light Storage aktiviert. Wenn die Speicherkapazität knapp wird in der Speicherkarte, dann wird das Ganze sozusagen gestreckt, wird das Ganze angepasst, dass wirklich nur die Bewegung aufgezeichnet wird und alles andere nicht. Also sozusagen am Ende der Speicherkarte wird das Ganze noch versucht zu mischen, auszudehnen. Ich weiß nicht, ob man es aktivieren sollte, ob das sinnvoll ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und hier ist eben noch die Speicherzeit, wie lange die Sachen gehalten werden sollen. Müsst ihr ausprobieren. Also das ist quasi ein Management-System für die Speicherkarte, wann die alten Sachen wieder runtergeschmissen werden. Wie lange die Vorhaltezeit ist von den Videoaufnahmen. So, dann sind wir im Grunde genommen auch schon durch mit dem ganzen Krempel hier. Ich meine, es ist kompliziert genug. Es ist kompliziert genug. Man muss sich damit echt beschäftigen. Aber das Tolle ist natürlich an der Kamera, dass man alle Möglichkeiten hat, also auch kompliziertes Überwachungsaufgaben damit zu lösen. Aber das ist nicht wirklich klick, klick, klick und dann ist das erledigt, sondern man muss sich damit beschäftigen, man muss das ausprobieren und man muss sich da reinarbeiten. Also es ist keine Kamera für all die User, das ist eine Kamera, sage ich mal, für Profis. Das ist so komplex, das Ganze. Aber wie gesagt, jede, ich behaupte mal, jede Überwachung, dafür sind die Hick-Vision-Systeme ja bekannt, jede Überwachungsaufgabe ist stemmbar. Und man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Das tue ich auch nicht, auch weil man andere Kameras, die im Einsatz sind. Die habe ich relativ basic konfiguriert und eingestellt und das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Und die Fehlannahme halten sich wirklich sehr, sehr in Grenzen. Also das passt alles. Also sehr, sehr schön. Habe ich sonst noch etwas vergessen jetzt hier? Ja. Als nächstes zeige ich euch jetzt die Einbindung in die Surveillance Station. Dazu mache ich jetzt mal aus und dann gucken wir uns noch an, wie wir die Kamera in die Surveillance Station einbauen. So, jetzt befinden wir uns hier auf meiner Surveillance Station von Synology und ja, wie fügen wir die Kamera hinzu? Also ihr klickt erst mal auf hinzufügen und sagt Kamera hinzufügen. So, wenn ihr eine Kamera hinzugefügt habt, dann gebt ihr folgende Daten ein, das ist ja einfach nur der Name der Kamera, gebt die IP-Adresse ein, die kennt ihr ja schon, den Port 80 und seht, als Marke sucht ihr euch ja aus der ganzen Liste an Kameras, aus den Tausenden von Kameras HickVision raus und als Kameramodell wählt ihr dann aus HickVision, so wie es hier quasi auch ist. Gebt euer Admin ein, euer Kennwort gibt ein. So, wenn ihr das alles eingegeben habt, dann klickt ihr auf Verbindung testen und dann sollte nochmal das Bild erscheinen. Er zeigt Haken gut und schon seht ihr das Bild. So, also das hier. So, ähm, das war der erste Schritt, also die Kamera ist jetzt eingebunden in die Surveillance Station. Dann könnt ihr das Videoformat konfigurieren, ich habe da ja H.264, vielleicht erinnert ihr euch, angegeben, Ton G711, den Ton zeichne ich mit auf, natürlich, Qualität, hohe Qualität, er hat ja zwei Streams, einmal Stream-Profil, hohe Qualität, also den Mainstream und Substream und geringe Bandbreite. Das ist der Mainstream, Stream 1. Ausgeglichen ist auch Stream 1, habe ich auch auf Stream 1 gestellt und geringe Bandbreite, zum Beispiel für Smartphones. Wenn ich auf die Synology, habe ich auch eine Synology Survivalent Station App, ähm, da benutze ich zum Beispiel die geringe Bandbreite. Und dann kann man natürlich den Mainstream hier konfigurieren, den stellt ihr genauso ein, wie ihr ihn konfiguriert habt in der Kamera, also die höchste Auflösung, es gibt ja verschiedene Auflösungen hier, höchste Auflösung, äh, die Bildrate in Frames pro Sekunde, variable Bildratensteuerung, die Qualität als höchstes und der Stream 2 genauso einstellen, 46x480 mit 10 Frames pro Sekunde, genauso wie ihr es in eurer Kamera eingestellt habt. Dann klickt ihr auf Erweitert, schaut selbst, was ich da gemacht habe. Pan, Tilt und Zoom-Steuerung kann ich natürlich auch über die Synology steuern dann. Und da sind wir schon mal mit den Basisinformationen soweit durch, welcher Stream wie gestreben wird, mit welcher Auflösung der Hauptstream läuft, mit welcher Auflösung der Nebenstream läuft, äh, ja, jetzt kommen die Aufnahmeeinstellungen, Aufnahmeeinstellungen habe ich so hier eingestellt, schaut euch das an, Zeitplan, ich habe hier Bewegungserkennung eingestellt an der Synology, das heißt also in der Zeit, also das, ihr könnt einmal, ähm, das Zeitfernseher für die Kamera einzeln einstellen und ihr könnt, äh, das, äh, die, die Erfassungszeiten auch in der Synology separat einstellen, die stellt ihr dann natürlich genauso ein, wie auch in der Kamera, so könnt ihr das dann machen. Äh, ihr könnt aber auch, wenn ihr das in der Kamera schon spezifiziert habt, könnt ihr sagen, hier rund um die Uhr, er würde nicht rund um die Uhr aufzeichnen, weil er ja nicht rund um die Uhr eine Alarm, eine Bewegungserkennung gemeldet bekommt von der Kamera, sondern nur zu den Zeiten, die ihr spezifiziert habt in der Kamera. Also könnt ihr das so machen, wie ich das hier auch gemacht habe, das war nicht völlig wurscht. So, Bewegungserkennung, ihr könnt natürlich auch fortlaufen, das ging ja auch, ihr könnt auch sagen, pass mal auf, das von 0 Uhr bis 6 Uhr soll er rund um die Uhr aufzeichnen, macht aber keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also, er soll hier rund um die Uhr sozusagen die Bewegungserkennung laufen haben. Also drauf warten, dass eine Bewegungserkennung von der Kamera gemeldet wird. Stream bei Bewegungserkennung hohe Qualität, natürlich, klar, soll in höchster Qualität aufgezeichnet werden auf der Festplatte, auf die Festplatte 10. Ja, und erweitert das beim Nebenstream, warte mal, nee, das haben wir hier noch keine spezifiziert. Kommt noch. Ja, hier haben wir auch noch mal ein paar Aufnahmeregeln, wie das Ganze funktionieren soll bei einer manuellen Aufnahme, hohe Qualität, Aktionsregelaufnahme, Warnungsaufnahme, der Live-Ansicht, hohe Qualität, also ich stelle hier immer höchste Qualität ein, na klar. So, das sind also diese Reiter hier, also nicht weiter kompliziert, ne. Jo. Dann haben wir die Live-Ansicht, bei der Live-Ansicht, hohe Qualität natürlich, logisch, klar, das ist ja hier die Live-Ansicht, wie ihr seht, hohe Qualität, ähm, und wenn ich mir mit dem Smartphone quasi drauf zugreife, auf meine Surveillance Station von Synology, soll er mir das in der geringen Qualität, also in dem Substream sozusagen, übertragen, reicht mir vollkommen aus, damit ich dann einen Überblick habe, was da los ist. Jo. Haben wir hier noch erweitert, Live-Ansicht von der Surveillance Station und mobil auch von der Surveillance Station, man kann es auch direkt von der Kamera laufen lassen, aber, upsala, stellt es so ein, wie ich es auch eingestellt habe, dann seid ihr da, äh, auf der sicheren Seite. So, und dann gibt es noch die Optimierung, wie die Zeit geholt werden soll, da braucht ihr weiter gar nichts zu machen, und Belichtungssteuerung, das habt ihr ja schon alles in der Kamera eingestellt, äh, erweitert, hier kann man noch Neustart erzwingen, weil die Synology mit dem Preset hier auch vollumfänglich auf die, auf einige Funktionen der Kamera zugreifen kann, also man kann die Kamera quasi auch von der Synology neu starten lassen, das geht auch. Jo. Wie man das Bild drehen soll, nach Kameraeinstellung, man kann es aber auch selbst drehen, lasst es einfach so, wie ich es hier auch gemacht habe. Dann gibt es noch eine Ereigniserkennung, äh, die ist ja für die Synology normalerweise, die, äh, Bildüberwachung, wann ein Alarm detektiert wird, ähm, wir haben ja die Einstellungen in der Kamera gemacht, ich kann es natürlich auch in der Survival Station machen, wir das Ganze natürlich ein bisschen auch mit Empfindlichkeiten, Schwellwerten, kurze Bewegungen ignorieren, äh, das kann die Kamera besser, also lasst sie es nach Kamera, und dann mit den Original-Kamera-Einstellungen. Ja, bitte achten Sie darauf, dass Sie die zugehörigen Einstellungen in der webbasierten, was, webbasierten Benutzeroberfläche Ihre Kamera konfiguriert haben, ehe Sie diese Option aktivieren, ja, das haben wir ja gemacht, eben gerade. Also, die Alarme, die Ereigniserkennung findet in der Kamera statt, und die Kamera sagt nur, vielleicht nennet ihr euch ja, wir haben ja den Haken da gesetzt, äh, Achtung, es ist ein Alarm, und das erkennt die Software hier und fängt dann an aufzuzeichnen, also, eine Bildanalyse wird nicht durch das Synodische durchgeführt, sondern über die Kamera, so. Audio, auch nach Kamera, Manipulation habe ich deaktiviert, das ist diese Sabotage, Manipulation, und die Smart Events könnte ich ja auch noch setzen, wenn ich denn wollte, äh, nutze ich nicht. Ja, und das war es im Grunde genommen schon, das ist die, äh, Synology Surveillance Station, übrigens ein mächtiges Tool, ihr seht das hier, was man hier alles machen kann, das ist also wirklich unglaublich, das ist echt eine, eine tolle, eine tolle Software, vielleicht sogar mit die beste Software überhaupt, also wirklich ganz, ganz fantastisch. Ja, und dann sagt ihr nur noch Speichern, speichern den ganzen Kram ab, ich habe ja keine Einstellung geändert, und dann seid ihr durch damit, ne, und dann werden die Daten, äh, auf der Synology, speichert die Synology, quasi die Alarme ab, genauso wie die Kamera, das ja jetzt auf der SD-Karte machen würde. Also, das war die Geschichte, die Software-Geschichte. Jetzt gehen wir wieder runter, äh, auf die Couch hier. Da sind wir wieder, oben vom AMA-IQ zurück. Also, ihr habt gemerkt, dass es eine ganze Menge an, an Einstellmöglichkeiten gibt, ne, das ist wirklich verrückt. Also, das Ding kann man durchkonfigurieren, bis zum geht nicht mehr. Das ist echt ein absolutes Profisystem. Ja, also, besser geht eigentlich nicht. Äh, ja, gibt es was Negatives? Ja, gibt es. Also, diese Halterung, dass man sie nicht verriegeln kann, finde ich nicht ganz so schön. Und, äh, dass die Infrarot-LEDs für Innenräume, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8, oder sagen wir 10 Meter geeignet sind, aber angegeben sind 20 Meter. 20 Meter schafft dieses, schauen wir diese vier kleinen Infrarot-LEDs einfach nicht. Also, da müsst ihr schon so ein bisschen, wenn ihr draußen über, über große Entfernung, insbesondere weil das Ding vierfach optisch eine Summe hat, müsst ihr zusätzlich der Infrarot- und Infrarot-Flutlicht benutzen. Äh, ja, so war es hier. Verlinke ich euch unter dem Video, kostet nur wenige Euro, und am besten besorgt euch dann auch noch ein Y-Kabel. Solltet ihr ein 12 Euro-Netzzeiten, so wie hier, benutzen, kann man das ganz einfach machen. Dieses Y-Kabel steckt man hier rein und splittet die 12 Volt auf für zwei Verbraucher, zum Beispiel für die Kamera und für ein Flutlicht. Für die Kamera, ich nehme sie mir hier mal, hier ist die Kamera dran, und da haben wir noch einen frei, und da steckt man dann dieses Flutlicht ein, und dieses Flutlicht hat auch eine Tag-Nacht-Ein- und-Ausschaltung, hier vorne ist nämlich noch ein Sensor drin, wenn es tagsüber, wenn es hell draußen wird, schaltet dieses Flutlicht aus, und wenn es dunkel wird, schaltet es Flutlicht automatisch ein. Also tagsüber verbraucht es keinen Strom, und nachts eben 4 Watt den Dreh. Und das Ding ist richtig kräftig. Ich habe da noch ein zweites Modell im Zulauf, das verbraucht nur 1 Watt, funktioniert mit 4 Power-LEDs, soll ganz, ganz wenig Strom verbrauchen, und soll noch 10 Nanometer in, ich glaube nicht 800, was sagt das, 840 oder 850, ich glaube das ist ein 840er, und das arbeitet im 850er Bereich oder umgekehrt, das soll noch besser funktionieren. Das soll noch mal 10 Nanometer in einem anderen Spektrum operieren und dadurch noch intensiver sein. Was ich im Zulauf habe, kann ich euch noch nicht vorstellen, sobald ich es gekriegt und getestet habe, werde ich es euch vorstellen. So, nun kommen wir mal zu ein paar Beispielen, auch mit dem Flutlicht, mit Flutlicht, ohne Flutlicht, wie funktioniert das Ganze, wie sieht das Ganze aus, ja, und wie ist das Ding im praktischen Einsatz. Jetzt haben wir die Software gesehen, die ganzen Einstellmöglichkeiten, und ich werde sie euch jetzt erst mal im Innenraum präsentieren. Ich habe natürlich ein paar Probeaufnahmen gemacht mit dem Modell, und zwar drüben im anderen Zimmer, im Dunkeln, warte mal, ein bisschen höher, so, drüben im anderen Zimmer, da war es duster, und normal bei Oberlicht habe ich die Kamera laufen lassen, mit im Weitwinkelbetrieb und im vierfach, im maximalen vierfach optischen Zoom-Bereich, aber, wie gesagt, mit eingeschalteten Oberlicht und mit ausgeschalteten Oberlicht, nur so, wie die Kamera ist. Dafür reichen die vier LEDs, diese Infrarot-LEDs, eigentlich aus, um so ein raum, so ein normales Zimmer, innen drin komplett auszuleuchten. Nichtsdestotrotz habe ich das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich, in Dunkelheit drüben in dem anderen Zimmer, mit diesem zusätzlichen Infrarot-Flutlicht gemacht, das heißt also, die vier Infrarot-LEDs, die ihr hier habt, die kann man ja auch in der Software abschalten, wir wissen es ja von oben, hatte ich euch ja vorhin erzählt, kann man das auch nochmal zusätzlich mit dem Ding betreiben. Also ich habe die vier angelassen und den noch zusätzlich installiert, so wie es jetzt hier ist, und das ist ein, wie ich finde, produziert das dann wirklich ein optimales Ergebnis. Dieses Demo-Material, schaut euch einfach mal an, blende ich jetzt mal ein. Bis zum nächsten Mal. 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 Nachts. Bis zum nächsten Mal. gegangen bin und mal geguckt habe, wie performt die Kamera nachts ohne Infrarotflutlicht und mit Infrarotflutlicht. Also ohne Infrarotflutlicht würde ich sagen, auf meinem Grundstück alles schicko, das würden diese vier Infrarot-LEDs hinkriegen, aber wenn es weiter weggeht, ohne so ein Ding seid ihr echt verloren. Das ist der einzige Kreditpunkt, den ich an der Kamera habe. 20 Meter ist echt, das ist echt sportlich. Wenn jemand 20 Meter weg ist, das schaffen die Infrarot-LEDs nicht so weit aufzuleuchten, dass derjenige auch sauber zu erkennen ist. Dazu braucht ihr ein starkes, anständiges Flutlicht für vier Euro als Zusatz. Würde ich einfach mal so behaupten, wenn ihr diese Anwendung habt. Nur fürs Grundstück würde ich sagen, das ist in Ordnung, aber sonst mit dem Teil. Habe ich mit beiden ausprobiert, einmal ohne und einmal mit. Also Kamera mit, also ohne Flutlicht und mit dem Flutlicht, nachts. Das können wir uns auch nochmal angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also baugleich und sie sind auch technisch identisch. Also es ist genau das gleiche System. Das ist also wirklich eine OEM-Kamera, die Hickwischen gebaut hat für die Firma Enke. Ja, habt ihr gesehen. Also sehr, sehr anständig. Also das gefällt mir ausgezeichnet. Also ganz, ganz tolle Ergebnisse. Von mir bekommt die Kamera, das kann ich jetzt schon sagen, bekommt die Kamera, also einen ganz dicken Daumen nach oben. Ganz dicken Daumen. So, einen ganz dicken Daumen nach oben. Ja, ein bisschen rumgespückelt. Also von mir bekommt das Teil echt einen dicken Daumen nach oben. Hat die Enke es aber auch gekriegt. Dunstkreis bis 200 Euro, wie ich sage, ist in Ordnung. Ja, eine Sache fehlt noch. Und zwar ist es die Sache mit dem Handy. Das mache ich aber heute nicht mehr, das mache ich morgen. Ich bin einfach zu müde. Ich habe die ganze Sache gearbeitet und ich muss jetzt erstmal auch die Pause machen. Jetzt ist es mal was dringend. Ich würde sagen, das lassen wir uns mal mit dem Handy morgen abarbeiten. Und dann sind wir soweit durch. Wie das mit dem Handy noch funktioniert. Wie man die Enkelkamera, die CZ400 auch noch in die Handy App einbindet. Das sind Ausgleiche wie bei der MFIS. Aber ich will es euch trotzdem nochmal zeigen, damit das Ganze dann auch wirklich komplett ist. Also Kameratoppi-Toppi. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Also für euch jetzt gleich in wenigen Sekunden. Und dann arbeiten wir das auch nochmal ab. Dass ihr das zumindest mal gesehen habt. Wohin man dazu achten hat, was für Möglichkeiten es gibt. Mit der Bewegungserkennung, den ganzen Schnickschnacken und den ganzen Pipaponen. Also bis morgen, meine lieben Freunde. Mit der Erklärung der Handy App. Und dann sind wir nachher auch, glaube ich, auch irgendwann bald durch. So, haut rein. Ich mache jetzt aus. In zwei, drei Sekunden seht ihr mich gleich wieder. Für mich am nächsten Tag. Peace, da bin ich wieder. Für mich war es ein ganzer Tag für euch. Nur ein paar Sekunden. Nun kommen wir zum letzten Teil der Kamera. Die, die ich jetzt hier neben mir stehen habe, die habe ich da oben wieder runtergewühlt. Und ja, die wollen wir jetzt mal mit dem Smartphone konnektieren. Und zwar, muss ich mal gucken hier. Ja, sie guckt echt von mir nicht, dass da wieder wilde Alarm ist. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man die Kamera jetzt mit der Smartphone-App verbindet. Noch zusätzlich, dass ihr Alarmdetektierung, solltet ihr keinen NAS-Server haben, dass ihr die Alarme auf diese, die Videoaufzeichnung von dem Alarm auf der SD-Karte liegen habt. Abspielen könnt, dann auch über das Smartphone. Und auch noch zusätzlich eine Detektion bekommt, wenn der Alarm ist, dass euer Handy dann rumbimmelt, also eine Push-Nachricht raushaut. So, dazu muss ich jetzt erstmal die Aufnahme hier, den Rekorder starten. Aufnahme läuft. So, blende ich hier ein, meine Lieben. So, was müsst ihr als erstes machen? Ihr geht in den Play Store und dann lädt ihr euch runter. Ja, sucht ihr nach Enke Vision, heißt die App. Ich gehe mal in den Play Store und gebe mal Enke Vision ein. Oder nur Enke, das reicht schon aus. Und ihr seht schon, gleich als erstes, Enke Vision installiert hier oben von zu Hayu Dayu Elektronik Commerce Dings Bums. Das lädt ihr euch runter. Und wenn das noch runtergeladen ist, liegt das auf eurem Handy. Und zwar hier. Da starte ich jetzt mal. Ich habe die Kamera wieder gelöscht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kamera hinzuzufügen. Ihr müsst als allererstes, müsst ihr euch mit einer E-Mail-Adresse oder einem Passwort, irgendein einfaches Passwort, am besten das gleiche Passwort, was wir oben eingegeben haben, für die Einbindung. Warte mal, lass mal überlegen. Ihr müsst als erstes erstmal, weil die habe ich schon eine ganze Weile jetzt auf meinem Handy hier drauf, diese Enke Vision App. Ihr müsst als erstes, müsst ihr euch bei der Firma Enke, irgendwo, wo der Server sitzt, anmelden. Es ist ja so, die Kamera baut ja eine Verbindung, das hatten wir ja oben in den PC-Part eingegeben, mit KenWord zusätzlich noch, baut eine Verbindung zu diesem Server auf. Und diese App baut auch eine Verbindung zu diesem Server auf und wir verheiraten die jetzt. So funktioniert das mit den Push-Nachrichten hier. Die Kamera schickt meinem Handy ja keine Push-Nachrichten, sondern die Kamera schickt an den Server eine Push-Nachricht, im Grunde genommen eine Alarm-Meldung mit einem Bild, was quasi über den Server an mein Handy weitergeleitet wird, mittels der App. Also die App verbindet sich mit dem Server, die Kamera verbindet sich mit dem Server und intern sind sie dann gekoppelt. Dadurch habt ihr in Echtzeit die Push-Nachrichten. So, wie fügt man das Ganze hinzu? Also ihr müsst erstmal die App runterladen, Punkt 1. Punkt 2, nachdem ihr die App runtergeladen habt, müsst ihr euch da einmal registrieren mit einer E-Mail-Adresse und einem Kennwort, also sozusagen ein Konto da aufmachen in der App. Und wenn das dann erledigt ist, könnt ihr die Kamera hinzufügen. Dann seht ihr nämlich genau das gleiche, was ich auch sehe, Geräte hinzufügen. So, jetzt sollte man normalerweise einen Barcode scannen. Diese Kamera hat keinen Barcode. Ich kann es euch nochmal zeigen. Diese Kamera hat keinen Barcode, sondern die hat hier eine Seriennummer und ein paar taktische Daten. Steht auf dem Typenschild der Kamera drauf. Die Seriennummer hätte ich mir oben auch am PC abschalten können. Steht aber auch hier auf dem Karton drauf, auf dem weißen Aufkleber. So, den brauche ich jetzt. Also einen Barcode können wir nicht scannen. Also gehen wir hier oben auf diesen kleinen Stift, den ihr oben rechts seht, und geben da eine Seriennummer ein. Und zwar die Seriennummer, die auf dem Karton steht, bis er auf der Kamera steht. Das mache ich jetzt mal. Und dann sage ich nur noch, Speichern. Klicke ich auf das kleine Diskettensymbol. So, I91BK mit der folgenden Seriennummer hinzufügen. Jo, hinzufügen. Geben Sie den Prüfcode des Gerätes ein. Den Prüfcode haben wir hier oben in der Enke spezifiziert. Ich hatte da ja drauf hingewiesen. Und dieses Kennwort gebt ihr da bitte ein. So, also die Kamera meldet sich bei dem Server an, bei dem Enke-Server, und sagt, pass mal auf, wenn er ein Gerät nach mir fragen sollte, nach mir sucht, ich bin sozusagen verschlüsselt, muss derjenige auch sich authentifizieren mit dem korrekten Kennworten. Und das weiß ja nur ich. So, hinzufügen, abgeschlossen, weiter. Speichern. Geräte Audio on. Jo, meinetwegen. So. Jetzt sehen wir hier das Gerät mit der Seriennummer. Wenn ich jetzt draufklicke, habe ich ein Bild. Hier, habe ich ein Bild. Das ist natürlich jetzt falsch rum. Ich müsste sie jetzt normalerweise auf den Kopf hängen. So, jetzt habe ich hier ein Bild. Ich leg sie hier einfach mal so hin. So, komm mal. Ich leg sie mal so hin, dass ihr mich sehen könnt. So, weg. Die Kamera ist ein bisschen weg. So. So könnte ich mich einigermaßen sehen. Ja, irgendwie so. Okay. Jetzt habe ich hier ein Bild. Und dann könnt ihr das natürlich, wenn ihr vier Kameras habt, vier Bilder und hin und her und blau und blub. Ich gehe mal wieder zurück. So. Jetzt haben wir hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir gehen erst mal auf Play. Da könnte ich zum Beispiel Sachen von der Kamera abspielen. Das zeige ich euch nicht. Dann haben wir da oben dieses kleine Feld hier, wo alle Geräte angezeigt werden. Das ist das zweite Feld von oben links. Wenn ihr fünf Kameras habt, dann würden die fünf Kameras angezeigt werden. Dann kann man sich eine aussuchen. Und dann hat man hier unten das Live-Bild sozusagen. Und dann kann man auch noch mal auf Suche gehen. Gerät, Kanal oder Favoriten suchen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Also das ist eigentlich ziemlich überflüssig. Ganz klar. Und auf Plus kann man Geräte hinzufügen. Was wir davon auch gemacht haben. Bei Geräte hinzufügen kann man den QR-Code scannen. Eine manuelle Eingabe durchführen. Das hatten wir ja schon gemacht mit der Seriennummer. Hier, seht. Ein Online-Gerät suchen. Ich könnte sie auch online hinzufügen. Wird sie sofort gefunden. Hier in meinem Netzwerk. Das ginge auch. Aber das würde ich nicht empfehlen. Macht das so, wie ich euch das gezeigt habe. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Dann haben wir den unteren Bereich. Das einmal Enke Wischen. Wo euch das Gerät angezeigt wird. Nachrichten. Alarme. Hier werden die Alarme sozusagen angezeigt. Es ist um 2.07 Uhr ein Alarm rausgefeuert worden. Gerade eben. Ich mache den Ton mal an. Dass wir das dann auch mitbekommen. Also hier findet ihr die Alarme. Alarmenachrichtigungen. Nachrichten. Da kann man die Sachen natürlich auch bearbeiten und löschen. Und hin und her. Ups. Als Gläsemarkieren. Abbrechen. Genau. Also die Nachrichten. Und ganz unten rechts mehr. Daher findet ihr Möglichkeiten. Hier Fotos und Videos. Die auf dem Handy gespeichert werden. Freigabe. Einstellungen verwalten. Kann das Gerät dann auch bei anderen freigeben. Die Kontoverwaltung kann man einsehen. Das ist ja das, wo ihr euch angemeldet habt. Funktionsanstellung. Geräteeinstellungen speichern. Hardware decoding. Hardware decoding. Verkehrsstatistik. Weitereinstellungen. Viele Sachen funktionieren hier. Neues Leitbild fortsetzen. Gehe ich nicht weiter darauf ein. Könnt ihr euch selbst durchfummeln. Netzwerkeinstellungen. Was ist das? Also, okay. Wieder zum hinzufügen. Also das ist auch uninteressant. Der ganze Kram. Eigentlich abmelden. So. Ups. Also, Enquivision. Nachrichten. Bewegungserkennung. Und mehr. Mehr finde ich uninteressant. Es ist also eigentlich eher langweilig. Mehr. Das ist das gleiche wie bei der Amphys gewesen. Also in den Nachrichten sind höchstens interessant. Und Enquivision. Und das Hinzufügen von Kameras. So. Also. Ihr startet die App. Ich beende sie jetzt mal. Ihr startet die App. Fügt die Kamera hinzu. So. Und dann seid ihr im Hauptbildschirm. Also das, was ich euch eben gerade gezeigt habe, ist eigentlich unwichtig. Das einzig Wichtige ist, wenn ihr eine neue, noch eine weitere Kamera hinzufügen wollt, auf Plus drücken. Manuelles hinzufügen. Seriennummer eingeben. Erledigt. Und dann habt ihr dann eine zweite Kamera. Unten seht ihr noch in dem mittleren Bereich die Nachrichten eben. Wenn neue Detektierungen stattgefunden haben, könnt ihr euch das. angucken. Zum Beispiel hier. Und dann habt ihr ein Foto von der ganzen Geschichte. Und ihr seht. Das ist wirklich knackscharf. Das ist also das Hauptschneiden. Also da kann man nicht rummotzen. Und unter anderem mehr. Das sind eben die Sachen aus der App sozusagen. Und wo ihr euch eingeloggt habt. Die Kontoverwaltung könnt ihr noch verändern und all so ein Zeug. Da klicke ich jetzt nicht rein. Eigentlich unwichtig. Gut. Wir haben die Software neu gestartet. Ihr habt die Kamera zugefügt. Sie heißt jetzt I91BK. Und da klicken wir jetzt rein. Zack. Jetzt sind wir sozusagen in dem interessanten Menü. Ganz unten seht ihr. Kann ich hin und her schieben. Ganz unten seht ihr. Welches Streamtyp-Basis soll benutzt werden. Standard soll benutzt werden. HD. Machen wir mal HD. Höchste Auflösung. Also das. Kann es auch vergrößern. Das sieht dann schon richtig gut aus. Das ist jetzt sozusagen so ein Live-Bild hier. Von meinen Händen. Also das sieht schon richtig gut aus. Ihr könnt natürlich auch das Ganze reduzieren auf Standard. Da wird das immer so ein bisschen angepasst an die Bandbreite. Dass das auch einigermaßen anständig aussieht. Aber wenn ich jetzt hier rein zoome, ihr seht ihr. Das wird ein bisschen pixeliger. Also die volle Bandbreite hat man. Das ist also SD-Auflösung. Und die volle Bandbreite hat man bei HD-Auflösung. Können wir ja in HD-Auflösung laufen lassen. Zack. Jetzt haben wir die HD-Auflösung hier laufen. Dann haben wir noch Basis. Was können wir so inzwischen denken? Ne. Ist das gleiche. Auch sehr pixelig. Kann man auch nicht weiter vergrößern. Doch kann man vergrößern. Aber auch sehr pixelig. Gefällt mir nicht ganz so. Aber können wir auch erstmal so weiter laufen lassen. Dann haben wir hier. Gegensprechen wird aktiviert. Test, test, test. Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Also ihr habt jetzt gehört, das Mikrofon funktioniert. Das haben wir noch. Lupe. Da kann man dann reinzoomen sozusagen. Seht ihr. Kann man so digital vergrößern. Auch eine Spielerei. Bis 8-fach zoomen. Man kann ein Foto schießen. Das wird dann auf dem Handy gespeichert. Man kann ein Video aufzeichnen. Wir haben auch ein Handy gespeichert. Dann seht ihr hier dieses Cursorkreuz. Wenn ihr auf das Cursorkreuz geht, könnt ihr. Hier in die Hochzoom. Rechts, links. Also die Schwenkfunktionen betätigen. Das funktioniert ganz gut. Dann kann man in die Voreinstellungen gehen. Welche Voreinstellungen er hat. Das sind diese Presets. Kann man aufrufen. Was ist mehr? Einstellungen. PCZ-Geschwindigkeit kann man hier einstellen. Den Zoom kann man hier einstellen. Ob er jetzt zoomen soll oder nicht. Seht ihr. Ich kann jetzt reinzoomen. Oder rauszoomen wieder. Dazu würde ich ganz gerne mal eine bessere Auflösung haben. Machen wir mal HD. Dann gehen wir da nochmal rein. Zack. So, also das sieht dann schon wesentlich hübscher aus, wie ihr seht. Hoch, runter, runter, hoch. Also das funktioniert. So, dann kann man natürlich auch noch zoomen. Das machen wir mal. Unter mehr, Tannenbaum, Zoom rein. Und dann zoomt er in meine Frise. Das sollte mich auch einigermaßen scharf stellen. Das müsste nochmal so, müsste ich da zu sehen sein. Ja, denke ich schon. Ja, solche Sachen kann man damit halt machen. Also die Basisfunktion. So könnt ihr dann aus der Ferne, sozusagen aus den USA, aus Japan, aus Tokio, oder Shanghai, hier China, könnt ihr denn auf eure Kamera zugreifen. Wobei ich in China nicht ganz sicher wäre, ob das so einfach funktioniert, bei den China-Näzien, China-Näsen. Ja, das wäre das. Ja, dann kann man das Ganze natürlich pausieren, oder, also die Wiedergabe pausieren, oder wenn man in die Mitte reinklickt, wieder neu starten. Zack. Das haben wir jetzt gemacht. Und das Bild drehen. Dazu könnte ich natürlich jetzt die Kamera auch komplett mal drehen. Jetzt habe ich die Kamera gedreht, dann passt das nämlich wieder. Dazu müsste ich sie jetzt neu ausrichten. Wartet mal. Dazu müsste ich sie neu ausrichten. Das mache ich ja wieder mit dem Curserkreuz hier. Also jetzt habe ich sie um 180 Grad gedreht. So. Dann bin ich ja. So. Moment. So. Nee. So. Genau. Machen wir so. X. Weg damit. Ja, das ist also Standard-Funktionalität. Dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Spielt da einfach mal ein bisschen mit rum. So super spannend finde ich die selber eigentlich auch nicht. Das war also der untere Bereich. Das ist also sozusagen der Aktivbereich. Und dann haben wir oben noch rechts dieses kleine Kamerasymbol. Da sieht man, aha, welches Gerät ich gewählt habe. Angewählt habe. Sag okay. Und dann habt ihr die drei Punkte. Also wenn ihr jetzt umschalten wollt auf eine andere Kamera, könnt ihr jetzt eine andere Kamera auswählen. Sozusagen. Das Bild einer anderen Kamera. Aber ihr könnt natürlich auch hier vier Kameras, die werden euch dann hier auch angezeigt. Oder neun Kameras. Oder zwölf Kameras oder 16 Kameras, wenn ihr 16 habt. Dann habt ihr die drei Punkte hier oben rechts. Die klicken wir auch nochmal an. Haben wir einmal Wiedergabe. Das ist die Wiedergabe von gespeichertem Material. Weitergeben. Wenn ich darauf klicken würde, ich mache das jetzt nicht. Ich eile jetzt mal durch diese App durch. Weitergeben ist an Familienangehörige zum Beispiel die Information weitergeben, dass sie das auch benutzen können. Zu den Favoriten hinzufügen lasse ich mal weg. Und dann der interessante Punkt wäre dann noch Einstellung. Und dann kann man der Kamera hier einen vernünftigen Namen verpassen. Das mache ich mal. Jetzt nenne ich sie hier in der App. Perle TV. Zack. Das heißt die Kamera Perle TV. Auch in der Übersicht heißt sie jetzt Perle TV. Seht ihr? Hier in der Übersicht Perle TV. Gehen wir mit auf die drei Punkte. Und eine Einstellung. Kann man die Kamera noch verknüpfen. Das machen wir nicht. Zeitzone kann man hier einstellen. Datumsformat Tag, Monat, Jahr. Das übernimmt ja quasi von den Einstellungen, die wir oben schon gemacht haben. Am PC. Benachrichtigung deaktivieren. Wenn Benachrichtigung deaktiviert ist, erhalten sie keine Ereignisinformationen vom Gerät. Ich aktiviere sie mal. Und ihr seht sofort Bewegungserkennungsalarm. Das wäre dann ja der Normalzustand, wo die Kamera in dem Überwachungsmodus ist. Also sie hat jetzt einen Bewegungserkennungsalarm rausgefeuert an die App. Beziehungsweise an mein Handy. Die App muss dafür nicht ständig laufen. Ihr könnt das Handy ganz normal benutzen und irgendwann pingt das sozusagen hier rein. Pingt das irgendwann hier rein und dann geht ihr einfach in die App rein. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich simuliere das jetzt einfach mal. Geht ihr in die App rein. Ich wende den mal. Moment. Unter Benachrichtigung und dann seht ihr hier als Benachrichtigung, hier unten unter Nachricht, Bewegungserkennung, Bewegungserkennungsalarm heute um 2.18 Uhr und 21 Sekunden von PerleTV, also von der Kamera, die PerleTV heißt. So, dann kann ich auch noch eine Wiedergabe machen und mir das angucken. Die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung. Jetzt hat er schon wieder einen Bewegungsalarm erkannt. Ich gehe jetzt mal wieder in die Kamera rein. in die Kamera, drei Punkte, Einstellungen und mache die Bewegungserkennung aus. Aktivieren. Ich schalte das jetzt aus. Nicht, dass mein Handy die ganze Zeit hier rumbümmelt, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Also ihr habt gesehen, das kann man aktivieren und deaktivieren. Und wenn man es aktiviert, warte mal, da gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten. Ergebnisse von Ereignisse und Push-Nachrichten empfangen. Ereignisse, aber keine Push-Nachrichten empfangen. Das kann ich natürlich auch umstellen. Dann würde natürlich auch ein Alarm hier rausfeuern. Dann kann man noch einen Benachrichtigungszeitplan aktivieren. oder einstellen, so. Das ist nicht der Alarmplan, das ist der Benachrichtigungszeitplan. In welchen Zeiten mein Handy Alarme empfangen soll, würde ich vorschlagen, rund um die Uhr natürlich, ganz klar. Wenn ihr die Kamera so eingestellt habt, dass eben zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens kein Alarm rausgehauen werden soll, dann bimmelt natürlich auch euer Handy nicht, selbst wenn ihr das da eingestellt haben solltet. Jetzt könnt ihr hier natürlich noch einen Bewegungserkennungsbereich zeichnen. Bewegungserkennungsbereich, also jetzt fordert natürlich ein Alarm nach dem anderen raus. Bewegungserkennungsbereich zeichnen, das ist genau das gleiche wie oben am PC. Oder den Verändern, wenn ihr das anders haben wollt. Die Empfindlichkeit könnt ihr hier einstellen. Das ist hier auf Mittel eingestellt. Am PC könnt ihr es ja natürlich noch ein bisschen feiner dosieren. Und Benachrichtigungsmodus, Erinnerungsanlagen, leise Einbruchsanlagen, lauter Einbruchsanlagen, das kann man dann hier auch noch einstellen. Der macht das Ding richtig Kapelle. Ich werde mich hüten. Wenn ihr jetzt den Tonmodus eingestellt habt, lauter Einbruchsanlagen, das ist eine Sirene, dann drückt bitte auf das Disketten-Symbol oben rechts, damit es dann auch gespeichert wird. Also nur das Umstellen bringt nichts. Das speichert er nicht. Das speichert er nur, wenn er auf die Diskette drückt. Also es geht wieder zurück. Ja, das war quasi das für die Benachrichtigung. Ich mache das mal aus. Deaktivieren. Damit wir hier unsere Ruhe haben. Geräte Audio soll er mit aufzeigen. Also die Audioaufnahmestatus ändert sich, wenn der Hauptstream- und Unterstream-Stream-Typ als Audio-Stream-Stream-Typ eingestellt werden. Also Geräte Audio, lasst es an. Ist eigentlich völlig egal. Speicherstatus, da kann man gucken, was macht die Speicherkarte normal. Hier kann man sie initialisieren, also auch nochmal formatieren. Das mache ich jetzt nicht. Speicherkarte kann man da formatieren. Geräteversion, da kann man nichts weiter machen. Bildverschlüsselung ist on. Prüfcode ändern, brauchen wir nicht. DDS konfigurieren brauchen wir auch nicht. Fernkonfiguration brauchen wir auch nicht. Und man kann das Gerät natürlich auch wieder löschen, wenn man es nicht mehr haben will. Im Grunde genommen war es das schon. Also mir ist das eigentlich hier nicht. Das ist ziemlich simpel. Hier unten hat man die ganzen Steuerungsmöglichkeiten. Man kann natürlich Fotos machen. Man kann Videos aufzeichnen. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das Ding wie eine Gegensprechanlage benutzen, beziehungsweise mal reinlauschen. 1, 2, 3. Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Rückkopplungstechnisch. Wie eine Gegensprechanlage benutzen. Oder eben zum Abhören, wenn ich jetzt nicht in diesem Raum wäre, könnte ich natürlich da reinquatschen. Ist ja kein Lautsprecher angeschlossen. Kann man ja anschließen. Aber ich könnte zumindest hören, was los ist. Test. So, so geht es auch. Gegensprechanlage will ich nicht benutzen. Test, Test, Test. Test, Test. Also ihr hört. Ihr hört. Das Mikrofon funktioniert. Auch schon in der Live-Übertragung hier in dem Handy. Also ihr habt es ja da. Auch schon in der Live-Übertragung. Das ist wirklich nur für die Gegensprechanlagen-Funktion, die nur dann funktionieren würde, wenn ihr dann noch einen Lautsprecher an die Kamera selbst dockt. Kleinen Lautsprecher. Aber es macht keinen Sinn, draußen noch einen Lautsprecher anzubauen. Aber man könnte es, wenn man es denn will. Dann haben wir ja die drei Punkte, die hatten wir ja durchgearbeitet, Einstellungen zu führen. Also es ist alles ziemlich simpel. Die wichtigste Einstellung ist im Grunde genommen die Benachrichtigungsfunktion. Benachrichtigung an. Und dann habt ihr natürlich die ganzen Untermenüs, wann ihr benachrichtigt werden wollt und wann nicht. Und ihr seht, Bewegungserkennungsalarm hat er jetzt schon wieder erkannt. Also es funktioniert. Ich mache das mal wieder aus. Wenn deaktiviert, sendet das Gerät keine Bewegungs-Benachrichtigung. Weiter, ego, deaktivieren. Soll er ja auch nicht. Ja und das war es. Das ist die Handy-App. Das ist völlig simpel. Ihr braucht da im Grunde genommen gar nichts machen. Also ihr fügt die Kamera hinzu, schaltet die Benachrichtigung ein und das war es. Und dann macht ihr Programm schließen. Das läuft natürlich im Hintergrund. Weg. Aber es ist nicht weg. Wenn ich jetzt, egal wo ich bin, würde er einen Alarm rausfeuern. Entweder so dezent. Oder eben bei der Tonfunktion, die ich euch vorhin gezeigt habe. Oder eben richtig Kapelle. Richtig so serentechnisch. Also das wird euch erschreckt. Und dann wisst ihr, oh, da ist irgendwas los. Und dann könnt ihr ja gucken, was los ist. Das ist natürlich eine gute Geschichte in Echtzeit. Da sind wir mit dem Handy im Grunde genommen durch. So meine Lieben, wir sind, wir wären durch. Wir wären wirklich durch. Ja, ich kann der Kamera nur einen Daumen nach oben geben. Die Enke, wie hieß sie noch, die Enke CX, Dingsbums, CZ400. Die Enke CZ400, die ist cool. Der Preis, ich finde den Preis nicht cool. Was gefällt mir an der Kamera nicht? Genau das gleiche, was mir an der MWIS nicht gefällt. Dass man es, wenn man die Kamera hier installiert hat, dass man es nicht arretieren kann. Also es arretiert sich schon, aber dass es nicht diebstahlsicher ist. Das finde ich nicht so schön. Okay, vielleicht nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist meiner Meinung nach diese vier Infrarot-LEDs, die für draußen nicht ganz so gut geeignet sind, wie ich finde. Die für draußen nicht ganz so gut geeignet sind. So kann man es noch mal besser sehen. So kann man es noch mal besser sehen. Die Kamera ist soweit echt topisch, aber sie ist teuer. Sie ist echt teuer. Die MWIS kostet, die ist baugleich. Also ich habe jetzt rausgefunden, also was heißt raus, also nicht jetzt, schon eine ganze Weile. Ich dachte, sie wäre ein bisschen anders, dass da vielleicht noch ein paar Features drin sind, die in den anderen, in der MWIS, in dem HIC-Vision Teil nicht drin sind. Und nee, ist genau absolut identisch. Es ist ein HIC-Vision Produkt. Das ist schon mal gut. Gut, aber auch mit einem stolzen Preis. Also 259 Euro finde ich echt zu teuer. Wie gesagt, mit den Infrarot-LEDs noch mal auf die zurückzukommen. Ihr braucht, wenn ihr sie nachts benutzt, 10 Meter ausleuchten wollt, ist okay. Das kriegt man hingefummelt. Aber wenn es weiter weggehen soll, das schafft ihr einfach nicht. Und ich finde gerade, wenn es weiter weggehen soll, insbesondere weil die ja einen vierfach optischen Zoom hat, kann man sie ja nutzen, um weit entfernte Objekte zu überwachen. Oder weiter entfernte Objekte zu überwachen. Und das funktioniert ganz gut. Dafür ist ja der vierfach optische Zoom auch da. Aber 20 Meter kann man vergessen. Ihr braucht für 4 Euro, packe ich euch mal in das Video noch, auch die Software, die ich euch oben gezeigt habe, findet ihr unter dem Video. Technologisch ist die geil. Also die ist wirklich ganz, ganz weit vorne. Preislich für 259 Euro nicht einfach zu teuer. Finde ich nicht gut. Das ist einfach zu viel Geld. Es war eine sehr gute Kamera, aber dann könnt ihr euch für die Knete, für 50 Euro weniger, kriegt ihr schon ein Original-Hackwischen. Dann will ich mir doch eher das Original kaufen. Und nicht ein OEM-Produkt. Aber bei Amazon kostet sie nur 299 Euro. Finde ich auch ein bisschen teuer in Anbetracht dessen, dass das baugleiche Envis-System bei Amazon aktuell 140 Euro kostet. 60 Euro günstiger. Und die sind baugleich, die Systeme. Also technisch, Daumen rauf. Preis, würde ich sagen, Daumen runter. Sie ist zu teuer. Wenn es die von Envis nicht mehr geben sollte bei Amazon hier in Deutschland, dann wäre es eine Option. Aber dann würde ich eher zu Envis greifen, weil es die gleiche ist. Es ist das gleiche Modell. Ich verlinke euch das Video doch mal unten. Und bei dem Envis-Video seht ihr dann auch unten in der Videobeschreibung den Link. Und dann könnt ihr ja mal vergleichen. Die 259 minus 20 Prozent zu 140 Euro momentan. Das ist die Envis-Echten-Blindkauf. Absolut identisch. Noch gibt es die. Die Frage ist bloß, wie lange. Technologisch wunderbar. Sie ist super. Gefällt mir ausgezeichnet. Aber sie ist einfach zu teuer. Das ist das Problem. Sie ist mir zu teuer. Weil wenn ihr dann noch eine Wandhalterung dazu kaufen wollt, dann seid ihr dann bei 250 Euro nachher irgendwann. Und das geht überhaupt nicht. Also da seid ihr mit dem 140 Euro Modell, was ja identisch ist von Envis. Seid ihr 140 kostet die? Ich glaube ja, die kostet 100 Euro. Ich könnte das nicht mal einblenden, wie teuer die dann wäre. Das ist genau die gleiche. Das ist total identisch. 1 zu 1 baugleich. Ja, das ist natürlich eine Gewissensfrage. Das ist noch nicht mal eine Gewissensfrage. 60 Euro sparen oder nicht sparen? Da würde ich die 60 Euro sparen. Da muss Enke nochmal, am Preis müssen die noch mächtig drehen, würde ich mal sagen. Also die muss noch mindestens 60 Euro günstiger werden oder 50 Euro, damit man die wirklich empfehlen kann. Ja, ich bin soweit durch. Ich habe wieder jede Menge Zeit und Aufwand hier getrieben. Aber das, was ich euch hier gezeigt habe, gilt ja auch für die Envis sozusagen. Da habt ihr nochmal zusätzliches Material. Also wenn ihr eine gute Kamera haben wollt, Enke no. Envis ja. Ja, wo sie noch zu kriegen ist. Also noch ist sie zu bekommen. Ich habe letztens geguckt bei Envis, da waren noch 17 Stück im Store. Also online. So bestellen. Ist eine Hickvision. Sind beides Hickvision. Das ist alles das Gleiche. Bloß da steht hier vorne nicht Hickvision drauf, sondern eben Enke. Und bei der Envis steht Envis drauf. Steht da Hickvision drauf? Ne, steht gar nichts drauf. Steht gar nichts drauf. Ja. Und es war eine, oder diese Kamera ist eine Hickvision DS2DE 2A4404IW Bindestrich DE3. Boah, DE3. Ey, ey, krank. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Das habe ich auch alles erzählt. Jetzt kann ich auch die Werbung, den Werbeslogan da raushauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War für euch ein bisschen interessant. Also echt eine Top-Kamera. Also ganz, ganz ausgezeichnet. Aber ich würde, ehe ich mir das Ding hole, für deutlich weniger Geld, würde ich mir die Bullet-Kamera kaufen, die ich euch schon vorgestellt habe. Von... Die Bullet-Kamera, wie ist die denn? Ach ja, die Enke Bullet MC400. Die finde ich tausendmal geil. Also die ist... Das ist die Enke Bullet MC400 mit dem aktiven Licht. Das würde ich sagen, das ist ein Sprung. Das ist wirklich geil, das Teil. Und günstig. Und das ist einfach zu teuer. Das ist einfach zu teuer. Ja, okay. Vielleicht passiert da ja nochmal was preislich. Behaltet das im Auge. Und wie gesagt, unter dem Video findet ihr eine Verlinkung zu meinem Enke-Video. Und dann, unter dem Enke-Video findet ihr den Link zu dem gleichen Produkt. Und würde ich sagen, schlag doch da eher zu. Wenn es dann sein muss. Ich weiß nicht, Freunde, schlag denn lieber, wenn es eine Enke sein soll, bei der MC400 zu? Also da kann ich wirklich zwei Daumen hoch geben. die gefällt mir tausendmal besser und ist deutlich dramatisch günstiger. Okay. Wo liegt die denn jetzt? Warte mal, ich kann ja mal googeln. Enke MC400. Da bin ich wieder. Ich habe mal nachgeguckt. 106,54 Euro hat die Enke MC400 gekostet. Diese Bullet-Kamera. 4 Megapixel. Okay, sie hat natürlich nicht ganz so viele Features wie die hier hat. Also sie ist so ein bisschen, was die Firma angeht, so ein bisschen abgespeckt irgendwie. Und vor allen Dingen ist es nicht in Deutsch, sondern es ist nur in Englisch oder Chinesisch. Das muss man sich dann aussuchen. Aber für 106 Euro ist das natürlich ein Deal, das Ding. Also die ist ja richtig gut. Und vor allen Dingen, sie hatten nicht diese Probleme. Diese hat nachts auf weite Strecken, weil man da ja noch diese Zusatzbeleuchtung hat, dieses einstellbare Zusatzlicht. Okay, das leuchtet natürlich nachts immer, aber es ist einfach die richtige Lösung mit diesem super empfindlichen Night Chroma Sensor. Also meiner Meinung nach das bessere Produkt, die Bullet-Kamera. Wenn man sich jetzt entscheiden müsste. Also die gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und die ist einfach, wenn sie billiger wäre, wäre sie auch toll. Wenn sie so teuer wäre, wie die baugleiche Amphe ist. Da würde ich sagen, toll, aber warum nicht? Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht alles in den Himmel loben. Technisch ja, aber preislich nein. Jo, sind wir durch mit dem Ding. In Kürze kommt noch mal mein Schraubensprüher-Umbau-Video. Das zeige ich euch auch noch mal. Also voll geil. Das wird auch wieder ein spannendes Projekt. Dann will ich auch noch den Kofferraum umbauen. Also ich habe jede Menge geile Projekte noch am Start. Also da kommt noch eine ganze Menge. Jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich eine Woche nach an diesem Video rumschneiden. Das ist echt. Das wird bestimmt wieder ein mega langes Monster-Video. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte euch das gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach oben. Sollte es euch nicht gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach unten. Ich verspreche euch, ich wähle diese, diese, das war jetzt mal ein Experiment, mir einfach was zuschicken zu lassen, zum Ausprobieren. So nach dem Motto, wir stellen dir die mal zur Verfügung. Ja, schön, aber ich habe festgestellt, es ist das gleiche, was ich schon vor zehn Monaten schon mal reviewt habe. Das wusste ich aber nicht. Das wusste ich nicht hundertprozentig. Das war ja eben der Grund, warum ich ja gesagt habe. Aber preislich auch, die Enttäuschung ist groß und für das Geld hätte ich die mir auch nie bestellt. Selbst wenn Amphys das baugleiche Modell für 140 Euro nicht mehr bei Amazon anbietet, würde ich mir die nicht für 206 Euro kaufen. Würde ich nie machen. Also würde ich diese Kamera auch nie vorstellen. Das war jetzt mal ein Experiment. Es ist meiner Meinung nach in die Hose gegangen, für mich in die Hose gegangen und hat mir wieder gezeigt, dass diese, wir stellen dir mal was zur Verfügung, Produkte, die ich mir nie kaufen würde, dass das alles Murks ist. Obwohl es interessanterweise, das war natürlich das Tolle für mich, interessanterweise, alles der gleiche Klumpe ist. Alles der gleiche Klumpe. Bloß eben bei dem einen steht oben in der Ecke Enke, bei dem nächsten steht Amphys und bei dem dritten was weiß ich, sonst irgendwas. Aber das ist alles bei Hikvision produzierter Kram. Nichtsdestotrotz macht Enke natürlich ganz, ganz viele tolle Kameras. Aber ich nehme an, die bauen die nicht selbst. Das sind alles Hikvision-Systeme. Die werden alle von bei Hikvision eingekauft. Also, kauft euch die NC400, meiner Meinung nach. Das bessere Modell. Gut. Habe ich sonst noch was? Nö, habe ich nicht. Daumen habt ihr mir gegeben. Ach ja, abonnieren, nicht vergessen. Daumen habt ihr mir gegeben. Abonnieren, nicht vergessen. Und die Klingel anschalten. Und es ist auch schon wieder ganz spät geworden. Und ich bin auch schon wieder langsam, fange ich an, ein bisschen müde zu werden. Und unkonzentriert. Ich war auch gestern schon müde und unkonzentriert. Und ja, es ist halt so. Aber es war mir ein Bedürfnis, euch das Ding vorzustellen. Interessant. Aber es ist in die Hose gegangen. Also ich mache so was nicht mehr. Das ist Käse. Und dann auch noch in der Werbung einblenden. Schockt nicht. Das schockt mich ja eh nicht ab. Dann gebe ich lieber das Geld selbst aus. Aber dann gebe ich es anders aus. Werdet ihr bei meinem Schaumspürer sehen. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen, was ich mir da zusammen gepostelt habe. Eieiei. Das ist wieder Perle-like. Das wird euch auch bestimmt ganz großen Spaß machen. Dann machen wir mal eine riesen Schaumparty. Meine lieben Freunde, das wird richtig geil. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich meine, ich habe es noch nicht hier, aber ich weiß schon, dass es geil wird. Also das, was ich mir da ausgedacht habe, ist schon wieder ziemlich, ziemlich mega krank. Das ist wieder mega krank. Aber genau Perle-Style. Und vor allem selbst bezahlt. Das ist immer das Entscheidende. Da nicht rumgebettelt. Dann kriege ich das umsonst, kriege ich das umsonst. So was würde ich nie machen. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Oder eben auf E-Mails da reagieren. Weiterhin jetzt in Zukunft alles in die Tonne schieben. Wir stellen dir mal was zur Verfügung. Interessiert mich alles nicht. Was ich mir nicht selbst kaufen würde, stelle ich auch nicht mehr vor. Warnexperiment ist in die Hose gegangen. Das soll aber nicht die Qualität, die technische Qualität des Produktes Schmähleinern. So fair muss man sein. Gut. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch, ihr schlaft gut. Ich mache mich jetzt an den Videoschnitt die nächsten Tage. Und haut rein, meine lieben Freunde von mir. Bekommt ihr zwei Daumen nach oben. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss. 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 Dann machen wir uns in Kürze.